Neue Folge, Offline und Ehrlich, ist jetzt auf Spotify verfügbar. Punkt. Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt's was richtig Geiles. Ich hab immer noch das beste Team der Welt und das wird heute Chef Strobel spielen. Weekend League, der ist ja noch kein Game gemacht, der wird jetzt alle 20 Stück machen. Er hat mit seinem absolut beschissenen Team, Free2Play, ganz grausam schlecht, ich hasse sein Team, 16 Siege damit geschafft. Das war schon sehr beeindruckend. Er ist wirklich ein guter Spieler. Und jetzt hat er das beste Team der Welt und für jede Niederlage, die er kassiert, kriegt er eine übelste Bugpfeife, aber vielleicht schafft er ja 20-0. Wir werden natürlich ein bisschen von links und rechts Trash-Talk, das gehört dazu, aber er ist der Erste, der dieses Team spielen darf. Wir sind hier bei Rumatra, Ultrasky-Studio. Vielen Dank an Rumatra, super. Und du hältst das aus, ja? Ich hab ein bisschen Angst, weißt du, was ist? Stell dir vor, du verlierst, ultra ärgerlich, Torwartfehler, Abwehrfehler und dann verkackst du das, dann kriegst du das eine Tor in der 90. Und dann bist du so genervt und abgefuckt und sauer wegen eines Bugs und dann muss ich dich auch noch übelst eine Bugpfeife scheuern. Ich bin chillig, Alter. Schaffst du das? Also, du bist nicht sauer auf mich, okay? Nee. Egal, was passiert. Mach, kennen wir dann ja. Ja. Okay? Oh, guck mal sein Team an. Ja, wow. Das ist gut? Ja. Das Ding ist... Wie nah sitzt du denn von deinem Bett? Ich muss meinen Kontrollen auf dem Tisch. Das ist voll unangenehm. Voll unangenehm ist. Ich wollte peinlich nicht. Du sitzt im Bildschirm, man sieht den Bildschirm in deinem Gesicht. Oh, geht los. Geht los. Geht los. Nach dem Spiel muss ich noch die Kameraeinstellung ändern. Ich kann so nicht spielen. Oh, okay. Spielst du so, Romatra? Sind das deine Einstellungen? Wahrscheinlich sind das meine Einstellungen. Das ist Katastrophe. Kein Wunder, dass du nicht gewinnst, Bro. Nee, wir müssen eigentlich die von Max sein. Noch große. Das sind nicht meine, Digga. Ich bin noch nie... Digga, du sitzt auch so dicht dran. Aber es können eigentlich nicht meine Kameraeinstellungen sein. Super Ballgewinn. Oder? Die Kameraeinstellungen sind doch nicht vom... Gutes Dribbling mit R9. Mit R9 ist gut, ne? Mhm. Oh, dein Controller so gerockt, der knatscht. Oh, ist der Strubbel. Der Strubbel knatscht, der so... Geiler Ballernamen. Der Controller knatscht. Ist der wirklich Original-Sony? Ja, der kam so mit. Der kam so mit? Von wem? Ich hab den bei Ebay gekauft. Du hast dir einen Fail-Controller gekauft. Okay, ruhig bleiben. Herr Scholl muss sich konzentrieren. Wir dürfen nicht zu viel reden. Nicht zu... Super. Schön Ball genommen. Sehr gut. Oh, jetzt ist aber keiner mehr vorne. Was machst du jetzt? Der ist langsam, ne? Die Frage ist... Oh, Upside, oder? Du hast Roberto Carlos geschickt? Versteh ich auch nicht. Ich hab nur der 1 gewusst. Wieso stehtst du mit dem Außenverteidiger in der Spitze? Ist die Aufstellung richtig? Ich weiß es auch gerade nicht. Ich muss ja mal gucken, ob 4-4-2 eingestellt ist auf Offensive. Irgendwie stimmt. Das wird so geil. Das stimmt hier nicht. Das wird so geil einfach. 20 Games. Du wirst so brechen. Egal, was passiert, du brichst. Und fängst dir dann Backpfeifen an. Egal, was passiert, du versprichst mir aber, dass wir Freunde bleiben. Okay? Oh mein Gott, Fieber-Tor. Nee, doch nicht. Fast Fieber-Tor einfach. Was machst du? Ich muss einfach gleich mal gucken, Alter. Ich hab so Bock, dass du mit meinem Team spielst. Die Aufstellung passt. Ich würde es fühlen, wenn du weniger als 16 Siege schaffst. Hm. Schöner Pass. Oh, schöner Pass. Aber auch knapp alle, ne? Ja, aber das sind die guten Knappen. Weißt du, Simon? Jetzt wird auch... Eusebio hast du eingewechselt. Schick. Wow, das war ein R1-Pass. Sicher, dass es ein R1-Pass war? Mhm. Das Ding ist einfach, es ist aber irgendwie nicht 4-4-2. Ich muss gleich nochmal gucken. Hab ich eingestellt? Ja, ist offensiv. Hä? Okay. Ganz komisches Ding. Das hast du eingestellt, ne? Das hat Dramatra war als erstes Game. Er hat seinen Torwart die Ecken geschossen. Hat immer im Konten ein Gegentor kassiert. Super gesächsert. Ganz stark. Klatschst du, der Controller? Du hast mir einen Controller gewonnen lassen, normales, ja? Super rübergelegt. Ich baller ihn einfach ins Eck. Warte. Immer. Hätten wir da nicht einfach ins Eck ballern können? Ja, ich weiß nicht. Nur Ben Yedda kann ihn reinmachen. Das ist true. Nur Ben Yedda. Schön. Boah, der ist gut, ne? Magst du den? Ja, Roberto Carlos ist heftig. Der ist ganz gut. Schießt er auch die Freistoße bei dir? Das ist Nummer 1 Carlos Roberto. Das ist ja ein Eckball. Geht nicht mehr, er fähig. Kein Eckball. Ist einfach der Nebengeschossen. Ein normaler Schuss. Geht nicht mehr, er fähig ist es. Wo hat er den hier neben geschossen? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall auch das Ding ausmachen. Das irritiert mich eher. Was denn? Dieser Fall. Nö. Okay, lass ich es an. Dann lass ich es an. Schön, die Leute wollen auch sehen, wo du hinschießt. Dafür ist das geil da. Dann können die doch Trash-Strong. Dann wissen die auch, ob du wirklich da hinschießt. Pili? Ballverlust. Der erste Gegner ist immer ultra easy. Ne, ich hatte gestern eine üble Struggle gegen den ersten Gegner. Die nächsten Gegner waren easy. Oh. Vorsicht, Angriff. Oh, super. Und jetzt kriegt der Torwart den oder was? Ich dachte doch nicht, dass er da hingeht. Oh oh. Super geklärt. Durch die Beine, durch die Beine. Frech. Das stört ihn so sehr. Super nach außen gelegt. Hm. Ich finde äußer sein, der R1-Pessel nicht so geil. Okay, wir spielen noch Radon nachher. Das war's mit ihm. Sind die alle immer noch so teuer, die Konia? Ja. Teurer geworden. Alle teurer geworden. Ich hab mit Rulle drei Millionen plus gemacht. Das ist doch frech. Rulle ist so ein Miest. Romatra, verschiebt mal die Facecam ein bisschen nach oben. Mach du das doch. Du hast die Maus. So abgeschnitten. Ja. Wir haben jetzt einfach eine... Finde ich geil. Fühle ich. 20 zu 9 Facecam. Special, special. Der Bunkert einfach. Oh, oh. Oh, oh. Oh, kein Elfer. Elfer, Elfer, Schiri. Kein Meter. Das macht einfach gar keinen Sinn, dass der Typ... Ich hab, Ronaldo ist einfach so ein krasses Ziel, dass er einfach nicht fällt. Ja. Das habe ich auch schon oft gemerkt. Stimmt. Du müsstest eigentlich... Eigentlich müsstest du irgendwie so einen Bronzespieler... Ja, ich würde grad sagen, der wird jetzt einfach umgefallen. Ja, ich würde mal reinstellen, den Strafraum, den anpassen und dann fällt er einfach um und du kriegst einen Elfer. Das ist irgendwie nicht viel für zwei. Trimax, du kannst für Accountsharing gebannt werden. Das ist falsch. Wir sind in einem Haushalt gerade. Lost, wer das geschrieben hat. Mords einmal mit dem Typen time outen. Loser. Wir haben hier einen Loser. Ja, aber der kann auch mal reingehen für Trubble in einem besseren Ziel, glaube ich. Du hast halt genau auf meinen geschossen. Oder? Ja, kann gut sein. Super Balleroberung von dir. Super Ballverlust. Schöner Pass. Huh. Jungen, wie so ist das kein Foul, Alter. Der hat dich gar nicht berührt, ne? Mhm. Aber der Gegner hat seine Angriff ist auch scheiße. Der hat doch eigentlich eh wieder einen Fehlpass. Ich sag dir, der nächste Pass wird einen Fehlpass. Na, der nicht, aber jetzt. Jetzt kommt ein Fehlpass. Nee. Ach, der wird nach hinten gespielt. Nee, solange er nach hinten spielt, passiert das nicht. Gleich kommt so ein heftiger Fehlpass, dass wir alle lachen. Oh. Oh, oh Gott. Hat er. Alles gut. Und war jetzt im Wald nicht gefährlich. Was? Was? Wieso war das nicht gefährlich? Er war auf den Torwart geschossen. Und du hast eine Ikone. Was macht der? Der hat Eckballtraktik. Der passt jetzt in die Mitte, flankt an den kleinen Flügeln. Hä? Was soll das denn? Renn einfach durch. Super. Ja, ich brauche trotzdem einen Spieler. Abpfiff. Weil du nicht durchgedacht hast. 0-0 zur Halbzeit. Du hast gedacht, ey, den letzten Angriff, den lasse ich einfach abpfeifen. Hm. 0-0. Halbzeit. Ich merke gar nicht, ob ich einfach... ...pd ist besser. Echt? Hm. Wow, der fällt einfach hin. Gut gemacht. Danke. Oh. Das war gut gemacht, ne? Schade. Oh mein Gott, was macht der Gegner denn? Na, der ist nervös. Oh oh. Nicht zu sehr, wenn ich mit dem Mauchen. Willst du den letzten sauren Drachenschwanz? Nein, nur den Drachenschwanz den letzten. Ja, das sind die Lieben. Ich habe viel zu viele Drachenschwanz gegessen heute. Hm. Boah, ich... Unnötige Tricks sagen, Leute, machst du? Ja, habe ich auch gerade gelesen und ich bin so sauer auf deinen Chat. Oh. Jetzt kommt ein netten Fehlschuss geworden. Nee. Der ist vielleicht zu lesen, der Gegner. Aber er verteidigt nicht schlecht. Das ist das Einzige, was er kann. Oh. Hat er durchgelaufen. Oh. Wow. Hättest du mal vorschießen müssen. Direkt schießen. Hättest du wirklich, ob ich Ballrolle mache? Ich dachte eigentlich nicht, dass er mit dem Torwart so weit rauskommt. War aber schön gespielt. Aber der Abschluss war halt katastrophal. Ihr fragt jemand... Ihr fragt jemand, ob er kennt die auch, aber bei ihm heißen die Drachen Zungen. Im Bon heißen die tatsächlich Drachenschwänze. Ja, das sind fast die gleichen. Ja. Das zieht hier besser dein Arme bei den Leuten. Das bringt gar nichts, du musst Sprintboost mehr machen. Du bist viel zu schnell. Du brauchst gar nicht tricksen. Im AP ist so schnell, du hörst einfach vorbei rein und zum Tor schießen. Bin ich besser mit meinem Team? Hm, vielleicht. Ich bin das nicht gewohnt, Ben Yedda zu schicken, einfach mit links ins lange Eck zu ziehen. Macht das doch. Kann jeder von denen. Was hat der MP für Weakfoot? Vier wahrscheinlich. Was hat der MP für Weakfoot? Was hat der MP für Weakfoot? Fünf. Noch R9. Geiler Dings wieder. Geiler Ball wieder für ihn. Durch die Beine! Durch die Beine! Das ist es. What? Das ist dein erster Wackfoot vielleicht. Nein, nein, nein. Das mach ich noch. Der Typ ist shit, der ist richtig, richtig. Ich find's übel geil, dass er einfach gedings wird. Getunnelt wird, Junge. Ja. Ruhig bleiben jetzt, ne? Nicht gestresst werden. Bin ich nicht. Aber gut. Das ist so ein geiles Format. Das ist ein geiles Format. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, das Team ist zu gut für dich. Nein. Du kannst einfach durchlaufen jetzt. Der hätte einfach durchrennen können. Mhm. Der macht Schultern nach außen und boxt ihren Raum, weil er so viel stärker ist. Das Anlage ist ja, wenn er getunnelt werde. Das ist lächerlich. Das stimmt. Richtig. Das ist sehr lächerlich. Wenn der Tunnel dir eine Backpfeife einst, dann bist du sauer. Keine Frage. Aber sei nicht sauer auf mich, ne? Sei sauer auf dich selber. Oder auf die Fachenschwänze, weil die sind auch sauer. Ja. Oh ja. Wie? Wo ist Euse? Ich weiß nicht. Der ist kein guter Außenspieler. Ich kann ihn nicht schicken. Bei Gott. Bei Gott. Wo ist der? Ich drück fünfmal L1, der ist nicht da. Ich muss ihn halt anders auf die Außen stellen. Will doch mehr sehen. Du musst doch nicht nur Ikonen spielen. Ja, will ich auch. Digga, was ist denn jetzt? Warte, wo machen wir hier Pause? Wo wechsel ich hier? Da? Ja, okay. Das ist auch nicht schlecht, der Typ. Doch, ich finde es schon schlecht. Ich hätte gewonnen. Was war das denn noch? Hm. Ich wechs jetzt auf jeden Fall Messi ein. Das kann ja nicht sein, Alter. Ich mach es einfach. Ich geh mein Handy um, ne? Ist das dein Handy? Kann sein, ja. Weißt du, was das Witzige ist? Ja. Du darfst nicht lachen. Ja. Der Strubel ist seit sieben Minuten in-game. Ja. Und er wurde auf Whatsapp angeschrieben von einer Heather. Ja. Und von einer Laura. Du bist sieben Minuten in-game. Und du wirst von Heather und Laura angeschrieben. Was ist denn Heather? Wer ist Laura? Obwohl, Heather ist halt ein Wildername auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, Heather ist ein Wildername. Wie heißt sie wirklich? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Wie hat denn Ronaldo nicht? 74 ist jetzt Fokus. Okay, warte. Das ist mir wirklich keine Ahnung. Wo ist das eigentlich? Hm. Jetzt nicht noch eins. Natürlich spielt halt auf Zeit. Das ist so lächerlich. Mach Druck dann. Ja, ich muss sehr offensichtlich spielen. Die Taktik ist Katastrophe. Dann fängt man sich hinten richtig. Ja, muss ich aber. Ich mach halt ein toller. Ich kriege eben meine erste Waffe. Dann stehe ich 0-1 in der Weekend League. Guter Start mit dem besten Team der Welt. Super geschickt. Jetzt ruhig bleiben. Ruhig. Boah, bist du ruhig geblieben. Das ist geil. Digga, ohne Witz. Du hast geschossen zwischen einem Herzschlag. Du hast die Luft angehalten und beim Ausatmen und zwischen zwei Herzschlägen hast du geschossen. Krass. Wahnsinn. Ich werde aber, ich muss gucken, dass ich irgendwie Messi integriere in das Team. Viel, viel besser als euch. Wir sind gleich nochmal eine Stunde im Teambuilding Simulator. Nein, das geht schon. Mach jetzt direkt noch eins. Ja, brich ihn richtig. Ja, abseits. Ja, Mann. Super verteidigt. Das ist Messi. Der ist schnell. Guck mal. Das war ja so kacke. Das ist Koulibaly, das ist Koulibaly. Aber Messi hat auch keine Ausdauer mehr. Wieso läufst du noch weiter, wenn er keine Ausdauer mehr hat? Ich habe ihn erst eingewechselt in der 70. Wie kann das sein? Was holt es da? Ja, die Frage ist auch, jeder andere Verteidiger hätte auf der anderen Seite vom Bildschirm zu sitzen. Weißt du, wen ich schicken wollte? Hast du es gesehen? Ja, Messi. Ich habe auch L1 durchgedrückt, by the way. Und Dreik. Super von Vieira. Ein Land ist besser einfach als Messi. Boah. 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 Das wäre Sache. Wird zu Hause angemeldet von Marcel. Okay, Verlängerung. FC Marcel, Alter. Ich glaube, du spielst beide Dings im Sturm. Und mache noch Maradona auf die Außen. FC Marcel. Du spielst hier nicht für die Zuschauer. Das Ding ist... Du spielst hier auch nicht für dich oder für uns. Du spielst für diesen Bereich an deinem Schädel. Aber das Ding ist, ich glaube, wir sollten echt... Können wir auch mit Links deine geben? Ja, wir sollten echt Ginola holen für Dings. Was, das Team ist zu schlecht? Nein, nein, nein. Darin liegt es nicht. Aber ich fühle MAP und Euse nicht außen. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt Maradona noch nach außen. Aber nur, wenn Vitrex Analyse startet. Es kommt nur auf Vitrex. Vitrex sag es mir. Ohne Witz, ich habe Euse zwar schon... Nee, nee, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, steigt Ginola an Wert? Oder hält er genau diesen Wert? Okay. Das ist die Frage. Dann muss das Vitrex beantworten. Und wenn er jetzt 300.000 sinken in den nächsten zwei Wochen, dann holen wir den nicht. Okay. Wo du 8 Millionen Coins hast. Genau, das ist als Invest-Coins. Junge, der spielt halt sehr defensiv mit irgendeiner Kackaufstellung. Was macht Messi da? Der kann keine Rabona, Alter. Was, kann der nicht? Äh, kein Rainbow. Das war Rabona. Jetzt! Wahnsinn! Super! Zuuu! 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 Der ist auf einmal rumgerannt. Warum macht der nicht Zuuu? Mach doch Zuuu! Ja, er ist rumgerannt die ganze Zeit. Jetzt keins mehr kassieren. Komm schon ruhig. Völlig unnötig, dass du im ersten Game die verlängert hast. Wie sind sie gegen so eine Pfeife. Wir brauchen einfach, um das fertig zu spielen heute noch. Oh, jetzt nimmst du ihm direkt noch eins? Oh, Traumpass. Wahnsinn! Oh, jetzt hat er keinen Bock mehr. Das war ein richtig kreativer Angriff. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Wie hast du die Zuuu gemacht? Will ich die ganze Zeit. Ich drück ja eins. Das war auch Messi. Nee, ich glaub, er darf das nicht. Jetzt bist du eingespielt, ne? Knipp's dir noch eins. Fick den. Sorry. Der hat jetzt gar keine Chancen mehr in dein Team. Jetzt ist vorbei. Ja, vorbei. Game over. Komplett vorbei. Maradona ist gut, ne? Mit links. Ja, ist stark. 95 hat der. Ja, der Typ denkt sich auch so, hä, wo kommen die ganzen Spieler noch her? Der macht so ein Foto von der Startelf und denkt sich so am Ende, der hat ja das ganze Team ausgewechselt. Oh mein Gott, hast du's gesehen? War gut. Da sind Messi, Ronaldo, Maradona, die waren am Anfang gar nicht zu sehen. Was? Das gefäustet ihr denn hier genau auf den Mann. Baller ihn einfach. Wo war das eigentlich? Scheiß Pass, muss man auch mal klar sagen dann. Egal, der kommt da nicht durch. Ich weiß es nicht. Oh, Alter. Bisschen noch. Boah. 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 Oh mein Gott. Das war blank. Der hat keinen Schuss, ne? Sieht auch schon so scheiße aus. Nur Schlags, Digga. Oh, der hat gebrochen. Der Gegner ist kaputt. Das ist cool, die Bahti. Hast du gesehen? Amber Pay hat keine Ausdauer, dann funktionieren die nicht. Ja, trotzdem war cool bei so heftig. Also die ersten 19 Minuten scheiße, danach hast du gezeigt, was du drauf hast. Das war nur eine Halbzeitverlängerung. Ja. Du hast dich drei Dinger geknipst in 15 Ingame Minuten. Ja, aber das Ding ist auch, wenn du einmal gegen die schlecht verteidigst, dann bist du durch, Alter. Kameranstellung mache ich nach dem Game. Hä? Was hat jetzt Vitrex zu Ginola gesagt? Hab's grad nicht gelesen. Vitrex, sag nochmal, was du dazu sagst, bitte. Würde mich nur interessieren, weil... Hält Ginola seinen Wert, Vitrex oder Lauchmann? Ist der noch drin? Hä? Ja. Der ist einfach nur drin. Wie spielst du, Digga? Oh mein Gott. Warst du wieder Koulibaly? Nee, ich glaube das war nicht Koulibaly. Dann wäre Maradona tot. Oh fuck, nee, 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 das wollte ich nicht so sagen. Also ich hab's jetzt nicht so gemeint, ne? Ja. An die Leute, das war jetzt grad... Oh fuck, Alter. Ja, jetzt sind die Leute schon wieder richtig sauer. Ich hab das gar nicht so gemeint. Oh, Alter. Du hast Ingame gemeint. Ingame tot? Na, ich kann nichts mehr sagen. Ja, die Leute wissen... Da tritt auch jedes Fettnervchen rein, was es gibt. Ja. Ja, ich versteh das auch nicht. Ach, scheiße, Digga. Warum läuft... Ja. Soll ich einfach schnell ein Thema bewechseln? Ja. Das ist krasser Pass. Hast du Doppel-Dreieck? Nö, einfach. Daniel macht er das nicht. Hä? Was war das denn? Ich hab 4 gedrückt. Ich bin sauer, was war das? Ich hab 4 gedrückt, hä? Ich bin das Spiel nicht und ich bin sauer. Ja, ich hab 4 gedrückt. Du kannst auch so viel schreiben, wie du willst, oder? Ja, das ist VIP. Du bist VIP. Puh, das ist so... Da rennen einfach die Leute im Spielfeld um. Ich renne einfach mit dem Spieler. Das ist so dämlich, ich weiß es nicht. Der legt sich auch nur so aus dem Weg. Der legt sich auch nur so aus dem Weg. Super, Pass. Noch nie so hinaus, oder? Mach ein Tor und ein Sieg. So. Jetzt, jetzt, bitte. Sag es. Ich mach, ich mach, ich mach ja 1-Kreis. Du musst bei Cristiano Ronaldo nur X drücken, dann macht er den. Sicher? Ja, weil das sein Signature ist. Okay, nur X drücken. Woher weißt du das denn nicht? Du bist ja Real-Team. Ja, Junge, ich spiel auch nicht mit Cristiano Ronaldo, weil ich kein Geld dafür hab. Wie heißt mein Cristiano Ronaldo für die Karte, die ich hab? Ähm... Wants to watch. Ja. Jetzt dreht er nochmal auf. Comeback vielleicht. Mhm. Wenn er so viele Tore macht, dann dürften wir beide überall nicht durchziehen. Pfff. Er sagt, er wird bleiben übrigens. Er sagt, er würde bleiben. Maradona, ähm... Er sagt, er würde bleiben. Maradona hätte heute Geburtstag. Echt? Ja. Boah, du droppst so einen Schiff drüber. Ey, ich schwör's dir. Es ist so schade, dass du den Trick nicht mehr machen kannst. Ja, weil er keine Ausdauer hat. Das macht aber erst aber auch nicht. Also, das wäre egal gewesen wegen der Ausdauer. So. Gutes, also... Ja, nicht gutes erstes Game. Ja, aber... War scheiße. War ein bisschen zu schwer. Der Mainz-Ikone, was ist das für eine Trophäe? Du hast eine Ikone gespielt. Ach, die krieg ich jetzt? Weil's mein PSG? Weil's dein Playstation ist. Das ist ja geil. Ich muss sagen, ich fühl aber Euse auf Rechtsaußen. Ich kann mir da kurz jemandem zustimmen. Nur ganz kurz, wenn ihr sagt, nee, das passt, dann spiel ich auch weiter. Aber ich würde Messi Rechtsaußen und Ginola Linksaußen mehr fühlen als Mbappé und Eusebio. Ich weiß nicht, Eusebio war irgendwie... Ginola wird seinen Wert halten. Okay, dann hol Ginola, los. Also, finde ich aber auch ganz kurz zusammengefasst. Zeig nochmal ganz kurz das Team. Ja. Team zeigen nochmal. Du hast ein krankes Thema. Ich spiel 4-4-2, ne? Und noch die Auswechselbank, einmal nach unten. Junge. Also, wir sehen... Wir sehen hier... Jetzt geh kurz Verträge. Ihr möchtest einmal zusammenfassen, sonst vorher darfst du's nicht machen. Mach doch kurz. Wieso hab ich nur 13er? Wie scheiße. Ich versteh auch gar nicht, hä? Woher kommen die? Weil du alles abstößt deswegen. Immer. Das stimmt. Du musst mal die Spielerverträge nehmen. Du musst mal alles abstellen. Das ist doch smart. So, Leute, das ist das Team. Es ist auch geisteskrank. Es gibt auch nichts besseres. Also, wir haben auf der Bank... Aber Eusebio aus, nur Mbappé... Er muss sich jetzt noch Ginola holen, weil das Team ist zu schlecht. Nein, das geht nicht darum zu schlecht. Aber Euse auf der Außen und Mbappé auf der Außen fand ich jetzt irgendwie nicht stark. Und ich würde halt Messi und Eusebio außen spielen. Dann hol Ginola. Ginola. Also... Wär ich niemals in meinem Leben drauf gekommen. Also, wenn ich ein Game verliere, dann schiebe ich das auf mich und du sagst einfach, das Team ist zu schlecht. Ich schieb's nicht drauf. Ja, das schieb's immer aufs Team. Aber Koulibaly und sein eigenes Team, das sind die zwei größten Probleme. Was kostet der? Für was machen wir sofort Kauf? White Tracks? Warte, ich glaube, das ist wahrscheinlich der hier, oder? Nee, schau mal. Oh nee, das wird einfach... So viel gibt's doch gar nicht. Ja, aber du siehst doch hier gerade, wer der Billigste ist. 2,095. Ja. 2,095. Guck mal, der wär sogar unter Marktpreis. So viel... Was machst du da? Der stellt den Preis ein. Den kriegst du doch niemals. Der ist weg. Digga, bist du doch niemals im Stream. Jetzt sind die 3... Da ist er, da ist er. Ja, das ist ein anderer. 2,098 ist doch egal. Zu und zu langsam und er ist weg. Die? Wir sind hier im Stream! Du kannst... Du musst Spaß machen, Digga! Was? Ich fast nicht. Da ist... Bist du bescheuert? Ja, Bro, die Tau... Also, dass jemand hier für 2 Millionen im Stream gekauft, hab ich auch noch nicht gesehen. Ja. Das ist doch geistig. Ja, kauf mich für 2. 2,1. Und weg. Gut, Glück gehabt. Nee, so viel Geld hat ein Stream nicht. In-game. Dass die die alle wegkaufen könnten. Das funktioniert nicht. Da müssen die sich mehr zusammentun als... Aber das, was er da drauf hat, hat der Marksman? Ist das heißt, das ist nicht Marksman? Das ist doch falsch, oder? Willst du das Spiel nicht ins Team holen? Doch, doch, mach ich jetzt hier. Ist er doch hier für immer dran, wenn man ihn hier macht? Ja. Hunter? Da machen wir wirklich Hunter drauf. Oooooooh! Nick Lewandowski! Der hat zur Wertung. Das ist doch eh die Kopie. Ist doch eh Kopie. Nee, trotzdem bitte. Nee, es ist wirklich die Kopie. Lewandowski bitte holen. Der Tor wechsle ich eh nicht aus. Dann kann ich jetzt auch 4-4-2 als Aufstellung spielen. Das ist jetzt auch egal. Auch als normale Formation. Jetzt bin ich mal gespannt, wer dafür auf die Bank kommt. Du wirst gleich 5 Legenden auf der Bank haben, weil die nicht gut genug sind. Nein, das geht nicht darum, dass die nicht gut genug sind. Wer ist nicht gut genug daraus? Wer geht raus für Ginola? Oh, Mbappé ist nicht gut genug. Mbappé! Ist krass. Find ich besser als R9. Und... Jetzt hast du Messi, Cristiano Ronaldo und Mbappé auf der Bank. Weil sie dir nicht reichen. Nee, Messi nicht. Messi spielt. Oh, die machen wir jetzt noch Hunter. Hat der ja keine, oder? Kannst du mir nicht sagen. 72 Hunter. Junge, die müssen so viel werden. Jeder ist 4.000 bis 5.000, wer drumherum hat. Ich hab nur ein Stück verkauft und dann mein Team finanziert. Ist so gestört, Junge. Ähm, okay. Und dann kann ich nachher noch Mbappé einwechseln. Sehr geil. Cristiano und Euse. Oder Zidane sogar. Junge, das Team ist so gestört. Jetzt erst. Ist davor auch schon gestört. Äh, wie, was hat, was hat der, äh, Markeenhaus für ne Wertung? Verbindung zu Wireless Retrolo getrennt. Ich weiß nicht was. Kabel rein, Kabel rein. Wo ist das Kabel? Ist die, ist die Dings leer? Nee, eigentlich nicht. Hab die ganze Nacht aufgeladen. Never. Da guck, voll geladen. Rechtsrum steht doch. Was war das grad? Weiß ich nicht. Der ist nicht original, ich sag's dir. Das ist ne sehr gute Fälschung. Willst du die Kamera im Spiel noch ändern? Ja, machen wir. Dann gehen wir rein. Aber schneller bitte. Ja, echt mal. Du hast es eigentlich gespielt. Ein Game bis 20 Uhr. Ja, ich beeil mich. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Ja, ich beeil mich doch. Der Struth wollte nicht nur meine Weekend League spielen, sondern auch seine Weekend League. Das mach ich morgen. Und dann wollen wir noch ein Pack-Duell machen. Ja. Jetzt kriegen wir hin. Ich bin gleich durch. Ein Game gespielt. Aber auch gut, dass du bis zum Elfmeterschießen gedaddelt hast gegen irgendeinen Vollnoob. Und dann machen wir gleich noch Brettspiele an, soweit wir mit einem fertig sind. Auf keinen Fall. Um vier Uhr nachts. Der Struth ist länger im Menü als auf dem Rasen. Wie spielt der FIFA? Okay, noch kurz die Dings-Einstellung, dann können wir rein. Mh... Macht man die... Oh Gott. Shit, Alter. Ich hole noch kurz andere Spielspiele. Nein. Ich geh jetzt raus. Das war... Kamera. Ich glaube, das war alles Übertragung Tele, oder Chat? Und Kamerahöhe 20, glaube ich. 20 und Kamerazoom 0, ne? Ja, danke. Perfekt. Damit kannst du auch spielen, Romatra. Das ist die beste Einstellung. Aber ist das nicht dein Ultrascheiße jetzt gleich? Wieso? Sind wir noch nicht viele Details nicht? Ist das nicht ganz weit weg? Das ist die beste Einstellung zum Spielen. Da hast du die beste Übersicht über deine Mannschaft. So kannst du am besten das Game zocken. Ich sag's sogar nie. Mehr Übersicht, aber weniger Detailreich. Wie viel exakt... Nein, nein. Ich bin mir nicht das Unterste. Ähm... Okay, jetzt kommen wir rein. Let's go. Komm. Okay, let's go. Das war deine Kamera. Und wenn du sie wieder normal willst... Oh! Verklickt. Das ist jetzt random. Ich stelle das auch immer ein. Ich mach da immer eine ganz hohe Kontrastfarbe. Na, er spielt meins. Guck mal, er spielt meins. Er spielt meins. Ey, du spielst jetzt gegen dein Team, Alter. So ähnlich, so ähnlich. Das ist dein Meta-Team. Guck. Das ist geil. Ist das schwarzt? Das hat er eingestellt. Das kannst du kaufen. Der Lula hat lange Haare? Komm schon, mach den richtig nass. Das wäre schon gewesen eigentlich. Der hätte schon drin sein müssen eigentlich. Benjelder hat den reingemacht. Stimmt's? Das kommt nicht. Boah, das ist zu simpel. Na, ich find so einer kann auch mal funktionieren. Boah, ist der shit. Holy fuck. Das sieht schon ganz anders aus als vorher. Passt oft in den Gegner rein. Gott. Vielleicht läuft der noch ein Stück. Das ist die Aufstellung richtig. Ja, wieso? Was lässt du? Weil Vieira außen spielt und Messi in der Mitte. Echt? Oh Gott, das ist scheiße. Messi ist die ganze Zeit in der Mitte und Vieira ist auf dem Flügel. Guck mal, Vieira passt mal zu Vieira. Scheiße. Ja, weil ich die ganze schnell schnell machen musste, ihr Wichser. Aber Messi ist auch super in der Mitte und Vieira ist auch ein super Flügelspieler. Ja, kackt mich doch an. Hä, wie passiert sowas? Ja, weil ich die Anweisung nicht ändern konnte. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Muss ich dann... Kann ich gleich nochmal eine Anstellung ändern? Messi in der Mitte jetzt als Sechser. Schädig, Alter. Super, Messi hat ihn! Einfach Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Und Vieira wird geschickt. Der passt auch richtig klobig. Oh Mann. Sag mal ein Tor, du hast jetzt schon so viel gespielt. Mann, die gehen nicht rein. Doch, der kann schon mal reingehen. Geh dich da ran dann. Guck mal, warum hält denn sein scheiß Torwart den Ball? Freut mich auch. Super Messi, der ist ein guter Sechser. Hat das ein Pro schon mal probiert, Messi auf Sechser zu spielen? Das kannst du nicht machen, das ist viel zu klein. Das siehst du doch. Der holt sich hinten den Ball und macht dann die Vor. Was? Was? Okay. Krass, Alter. Den hält er einfach. Okay, das war ein bisschen unlogisch. Der Typ ist der, der, der den schnellsten Torwart. Ja, hast du gerade gesehen? Und vor allem ist er Ronaldo, der beste Stürmer. Du kannst keinen besseren Menschen da hinstellen, der schießt. Ich glaube, viel besser geht die Position auch nicht, oder? Also so drei Meter vorm Tor. Was denkt denn jetzt der Typ? Denkt er, ich quitte jetzt einfach, weil der Ball nicht reingegangen ist. So ein Match war das also. Ja, könnte schon wieder so ein bisschen FIFA-Game-lastig sein. Dafür sind wir hier heute. Oh, der ist drin. Ne. Oh Gott, er hat schlechte Kopfhörwerte. Den gibt es auch in Pink und so, ne? In Pink hab ich ihn. Aber schwarz ist ja echt scheiße. Ich weiß nicht. Ginola ist ganz schön groß und hat lange Haare. Sieht aus wie eine Ikone. Ist ja auch so gut wie eine. Warum? Besser als eine. Warum? Ja, weil er ja die Stats dafür hat. Sein Foot hält. Zu spät. Alter! Du bist viel besser mit deinem Team. Die Leute auf der PS5 sind einfach besser als auf der PS4. Das kann sein, dass die Spieler wohl ihre PS5 besser sind. Ich muss mir auch mal die PS5-Version runterladen. Wow. Ist doch einer der Autoblock. Der will dich doch nur da hinkriegen in die Position. Ich muss ja immer mal schießen. Bleib mal durch. Alter! War der schon mal in der Hälfte? Nein. Oh! Egal. Hä? Wart mal. Wart mal. Ich drück R1X durch. Warum sind deine Pässe so kacke auf der Konsole? Muss man auf der PS5 was anders drücken? Der liegt an der Konsole. Meine Fresse! Ist der Tor, das ist der Beste. Es ist die Konsole schuld und die Ikonen schuld. Wann hört das endlich auf? Nein. Guck mal. Das witzige ist. Hullet fasst den Gegner an und automatisch vorteil. Weil er in ihn einfach in die Fresse schlägt. Er kann ihn nicht rufen. Oh, super! Oh, meine Fresse, Alter. Das will sich doch keiner geben. Scheiße, wie er zusammenspielt. Hat er ihn geblockt? Ich weiß es gar nicht. Nein, hat er nicht. Einfach dumm gespielt. Ja, einfach nicht gut gemacht. Guck mal. So ein typischer Ronaldo-Pass, sagst du? Ronaldo-Pass. Sowas zum Beispiel. Wow. Also das ist Not gegen Elend. Ja, hat er gesehen? Digga, du bist mit deinem Free-to-Play-Gümmel-Shit-Team 16 Siege. Und jetzt machst du hier... Immer noch... 1x? 1x? Ja, 1x. Hm. Oh, einfach rumgelaufen. Alles gut. Alles gut, sagt er. 0-1 liegt da hinten wieder. Der war noch nicht einmal in deinem Strafraum, der Typ. Jetzt aber. Guck mal, wie der spielt. Der steht vor Vera und drückt trotzdem X. War knapper Pass. Klar, die müssen teilweise auch knapp sein, aber... Warum ist der so schnell? Irgendwie holt der Ginola ein. Hm. Oh. Warte. Einmal schräg durch den ganzen Strafraum passen. Smart. Hm. Ich weiß, die spielen alle... Alle sind super... Zu spät, glaube ich, oder? Kein Abseits. Mann, der hat alles. Da musst du doch einmal noch... Du siehst doch, dass er den blocken wird. Mann. Hä? Halt einen kleinen, schnellen Pass in die Mitte zum Spieler, der sich anbietet. Oh. 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 Blank ist sick, ne? Blank ist eine Maschine. Ich weiß nicht, ist Ginola Linksfuß, Chad? Ich glaube, ja, ne? Du hast den gerade gespielt. Jetzt schon. Ach, so cool. Sauber. Noch nie jemand gesehen, der so cool bleiben kann, weil so ein Pass. Suu. Oh, er hat wirklich Suu. Wieso macht er den? Ja, weil... Lea hat den damals schon gemacht. Lea hat ihn einfach damals schon gemacht, als er gespielt hat. Wieso macht er ihn? Wieso macht er Suu? Ach, der ist 5-5, ist egal? Ja gut, dann scheiß drauf. Das ist so ein Ben Yedder, einfach nochmal ein Ultimativ, oder? Turbo Ben Yedder? Ja, Turbo Ben Yedder. Jetzt knippst du. Wenn du einen machst... Ach, aber nicht so... Schade. Hättest du noch ein Stück laufen würden, glaube ich. Elfmeter? Ja. Nee, absolut. Absolut. Halbzeit. 1-0 ist doch fein. Naja. Ich muss nur mal versuchen, ein zweites Tor zu machen, dann sollten die Leute ja nicht quitten gegen dein Team. Also ich glaube, Expected Tore sind... Stimmt, du musst mal öfter machen. Du musst mal öfter Tore schießen, dann quitten die schneller. Ja, aber guck mal, was auch vorhin sein Torwart gehalten hat. Das stimmt. Der hat wirklich drei unmögliche Dinger gehalten. Dafür wäre der... Ich sehe das ein bisschen anders. Nee, dafür wäre der im echten Leben... Ginola. Der ist schnell! Abstoß. Guck dir jetzt an. Siehst du es dir an? Das ist es halt. Was ist es denn? Der schafft es halt, den wirklich so abzuprallen, dass es halt wirklich Abstoß gibt. Ich packe es nicht. Ja, das macht nicht viel Sinn. Gegen den Spieler, der Mehrwert ist halt sein ganzes Team einfach. Toxic. Und wieder getunert. Ja. Du liegst nur 1-0 vorne, mehr nicht, ne? Das ist gut. Ja, ist das alles gut oder ist das alles gut gespressed? Warum? Schaust du mir deine WhatsApp an, du wirst... Ey, wieso darfst du deine WhatsApp-Nachrichten anschauen? Schau dir, ich guck da, wenn du geschrieben hast. Das sind einfach vier Frauen dann mittlerweile. Du bist richtig krank, ne? Was? Zeig, 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 zeig. Ja. Absatz... Oh mein Gott. Die heisst auch alle anders. Wissen die... Wissen die voneinander oder nicht? Was? Nein. Die wissen nicht voneinander. Oh mein Gott. Der Strohbe, Alter. Du musst dir doch nicht mehr zu helfen. Ja, endlich mach mal einen Winkel. Nicht mal so einen Scheiß auf den Mann gebolzen. Mach auf den Mannsbolzen. Du schaffst es echt, mein Team aussehen zu lassen wie ein Kreisliga-Verein. Den Trick würde ich auch noch lernen. Der umklammert den einfach. Eingesaugt einfach. Der ist jetzt nur noch zu zehnt. Jera hat einen eingesaugt. Den Ball durfte er zwar weiterspielen, aber zu welchem Preis? Ach, Dinger. Er hat keine Ausdauer, da geht er nicht rein. Das ist so witzig. Hast du vorher gesehen, wie du holst einfach in Wegenfall. Du hast es nicht gesehen, Max. Ich weiß, das habe ich leider nicht gesehen. Stopp, stopp, ich erklär's, du konzentrierst dich. Der Ball war auf der anderen Seite und Rulip wollte da halt hinlaufen. Und weil der war nicht mal in der Nähe, der wollte sich einfach nur neu positionieren. Und da stand aber ein Gegnerspieler. Und der hat ihn einfach überrascht. Aber er ist einfach so umgeschuckt. Hat aber Vorteil laufen lassen, das hast du gesehen nur. Ist weitergelaufen. Er wollte sich neu positionieren. Abseits, wie fasst du da hin? Wie fasst du da hin, Dinger? Warum kommt Messi nicht einfach zu gelaufen, der Vollidiot? Weil der im Abseits steht, Mann. Ja, kann auch mal sich zwei Meter bewegen. Kein Bock gehabt, so ist das, mein Spiel. Oh, jetzt baller ihn voll in den Winkel. Baller ihn jetzt so in den Winkel. Halt gestellt. Schieß ins Kurze dann. Ja. Sieht man doch. Wow. Also der Pass war ja richtig rotzfrech. Oh. Und was macht man ab? Okay. Aber Hullet kommt von hinten. Noch ein. Alter. Das war eigentlich gelenkt, Digger. Das war eigentlich gelenkt. Was die Ikonen macht. So, jetzt mach mal. Zeig mal, was Ginola kann. Der ist frisch. Der haben wir neu gekauft, Leute. Für zwei Millionen. Wow. Hast du das gesehen? 2,1 Millionen. Und der Pass? Hast du den Pass? Asozialer. Hast du den Pass gesehen? Ja. Was war das? Ja, ich sag's dir, Digger. Erklär's mir? Zwei Millionen Kölzer von mir ausgeben. Das sind irgendwie über 1.000 Euro in echt. Ich find's geil, dass du sagst, zeig mal, was er kann. Und dann haut der so einen Pass raus. Boah. Ach, warum? Wie schießt du denn? Also warum trickst du da irgendwo hin? Obwohl du trickst nicht gelaufen hast. Das ist ja, dass ich nur Dings mit einem starken Fuß, aber eigentlich hat der auch Dings. Ich kann das sagen, wenn du direkt vorstehst. Also später, wenn du gegen jemanden Besseres spielst, musst mehr rasiert werden. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, ich hab ja gerade Ben Yedda ausgewechselt. Raffinia. Boah, guck mal, der kann ja nicht mehr festhalten, weil der Dings steht, ne? Ach, Ginola. Ginolasen. Zwei eineinhalb Millionen. Ich find's krass, dass der Typ immer noch launend gegen das Team zu spielen. Ich hab schon lange... Oh, fuck, er kipps echt Angst. Alter, unnötig knapp. Traorin, 78er, ballert hier in Rhein. Scheiße. Du spielst mit 95ern. Ja, das war gut. Digga, das ist... Nicht gut, doch. Nicht gut. Das ist toll, aber auch schon Sachen gehalten, wo ich einfach sag, jo, wie lächerlich. Achso, und das ist jetzt neu in FIFA, oder was? Nö. Trotzdem, ich glaube nicht. Boah. Schon wieder. Oh, nochmal. Boah, wie dirty. Entschuldige, ich bin... Na, komm, Messi. Zuuuuu. Oh, das wird alle machen, Herr Leber. Zuuuuu. Wieso macht er denn Arme? Hasse euch so. Der ganze scheiß Chat fährt auch noch drauf ab und macht da bei der Scheiße mit. Guck mal, wie kackt Chat ab. Irgendwie, weißt du, was Moe mal bei der Weekend League abgehen will, Romantra? Was denn? Die ganze Zeit mein scheiß Immobilie die ganze Zeit reingespampt, wenn das Tor passiert. Ist gut. Ey, ich glaube nicht, dass du Zeit hast, deine Weekend League zu spielen, Bro. Was, warum nicht? Oh, du wurdest gerade in the road. Ey, dann spiel ich die heute Nacht noch und gehe irgendwie spielen können. Er sagt dir eine schlechte Nachricht und sagt dann in the road. Also Ginola macht so ein Drecksspiel, muss man ganz ehrlich sagen. Vor mir aus spiel ich die offstream. Ich muss die spielen, Romantra. Ich brauche die Rewards auf dem Account. Ich brauche die echt, kein Witz. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, du spielst wie ein Furz in der Kurve. Okay, was macht dein Torwart? Abseits. Tschuldig. Egal, mach jetzt mal, Surrender sonst einfach. Rollen stolpert einfach in den Gegner rein und boxt. Der gibt aber auch nicht auf, gell? Ja. Der hat auch irgendwie Gigapressing angestellt und knipst dir noch eins. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht. Alex, den Steyra, den stoße ich ab. Den habe ich auch, der ist stark. Ich stoße den ab, weil der so bad ist. Ach, Digga, Ginola macht so ein Drecksspiel. Ich kriege den jetzt aus, der fackt mich richtig ab. Was? Der hast du für zwei Millionen geholt? Ja, der wird dein nächstes Spiel dann krass sein. 20er. Du kannst doch wieder verkaufen. Ja, aber für T-Tags 5%. 5% sind 20 Euro. Chill, ich muss mich jetzt so konzentrieren, dass er nicht ein 3-3 macht. Oh mein Gott. Ja, das ist so lächerlich. 20 Euro bitte. Chill, chill, chill. Du kannst ihn nicht auswechseln. Doch, doch, doch. Du hast ihn geholt gerade, Digga. Ach, dann scheiß drauf, Digga. Wie spielst du aber gerade? Ja, weil mich abfuckt alle, Alter. Schau einmal kurz auf dein Handy, dann geht es dir wieder besser. Vor allem, da war auch noch Snapchat mit dabei. Ja, alles, Digga. Typ macht eine Runde, spielt eine Runde. Guck dir das an, Alter. Der spielt eine Runde FIFA und kriegt neun Scheiden geschickt, Alter, auf Snapchat. So eine Scheiße. Was bringt das? Ruhig bleiben jetzt. Neunzigste. Geiler Ball. So unruhig. Hat er auch gewusst. Eine letzte Chance. Letzter Angriff jetzt. Digga, willst du laufen? Der will nicht laufen. Der will nicht laufen. Deine Spieler haben alle keine Ausdauer. Eine allerletzte jetzt. Sieh, wirklich die letzte. Also das waren drei Chancen verkackt. Passiert. Wie scheiße. Boah, stell dir vor, du kassierst das noch rein. Sein letzter Angriff. Doch. Das ist es. Letzter Angriff. Egal, ich kann es in der Halbzeit auswechseln. Du spielst jede Runde mit Verlängerung. Ja, weil er mich die ganze Zeit voll talkt, deswegen. Du spielst aber auch, er geht mehr. Ja. Du hast Gino da gerade geholt. Push dich mal. Mach kurz irgendwie fünf Rampelmann oder so. Ja. Mach mal fünf Jumping Jacks schnell. Nein, nein, nein. Lass mich jetzt so konzentrieren, ich gewinn das noch. Boah, das ist das zweite Game. Wieso schwitzen die alle hier so? Das ist Samstagabend. Warum schwitzen die Leute Samstagabends? Bei dem Zweigen. Weil die alle morgen Abend übel sicher einen Reinsaufen bei. Aber Montag ist ja gar kein Feiertag. Doch. Echt? Ja, hier ist ein Feiertag. Oh, du bist gefickt. Montag ist ein Feiertag? Bei uns ist hier, glaube ich, Montag ein Feiertag, ja. Im Süden Deutschlands ist es ein Feiertag? Wir sind nicht im scheiß Süden. Nicht schon. Okay, guck dir an, was im... Süden sind wir. Boah, super stark gespielt. Das ist der Typ, zwölf Spieler hinten. Was macht der, Alter? Der hat vollkommen defensive Aufstellung. Ja, wenn es klappt. Ach, jetzt... Einfach keine Ausweiter. Oh, Ginola. Nee, das ist schon mal Ginola. Schieb's nicht auf den zweieinhalb Millionen Spieler. Bro, der hat einfach seine ganze Mannschaft hinten, Junge. Wie kann man so... Trotzdem macht er dir vorne die Dinger rein. Verstehe ich auch nicht, wie. Oh, ah, das gefährlich jetzt. Oh, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Fresse. Das war also gar nicht knapp, hä? Das ist zu eng. Das ist zu knapp, Digga. Der muss einen guten Huf machen, da vorne, wo er steht. Und das war's. Deine Spieler laufen auch gar nicht. Guck dir den Ball an von Messi. Bitte, guck dir. Was macht Messi? Oh, der ist so traurig. Oh, nice. Ginola. Also Ginola ist echt 2 Millionen, weil was macht der hat das Spiel? Siehst du das? Das ist ja immer ein richtiges Scheißspiel. Das war nämlich die erste Fehlentscheidung von Vittrex. Krass. Du musst einfach mehr mit Sprintboost arbeiten. Ich verstehe, warum du das nicht machst. Das ist Cristiano Ronaldo once to watch. Der kriegt einfach einen Schlag in die Fresse. Easy. Hoher Ball hast du immer. Ich habe keinen Bock auf 5-Meter-Schießen gegen den Typ. Das wäre so fehl, das zu verlieren. Guck dir den Ball an. Oh. Schießt nicht. Lucky. Wer drin gewesen mit MAP. Typ ist auch so scheiße nervös. Wieder schießt er nicht und ist wieder kein Foul. Jitig. Der Vittrex schießt. Das könnte wieder aus der Backpfeife werden. Der Vittrex schießt ist echt random. Ja, der Vittrex schießt ist giga random. Hat nichts mit Skill zu tun. Also ein bisschen, aber nicht viel. Hm. Ich habe auch unnötig Tore kassiert. Ach nee. Guck dir das an. What the fuck? Das gab aber. Das darf er aber nicht machen. Oh mein Gott. Ich heult im Stroh. Das ist so krass. Das ist der bei mir. Und dass er da wieder dran bleibt. Soll ich die Wicked-Kick einfach spüren? Mhm. Mhm. Du musst echt mal ruhiger spielen, Mann. Das geht so nicht. Du kennst das doch selber. Jetzt, Bro. Das ist kein Foul, ne? Das ist der Ball von Cristiano Ronaldo auf Gino, oder? Oh. Entschuldig. Hm. Er haut mich halt zweimal von hinten um. Einmal geht es Foul, einmal ist nichts. Oh. Oh. Weißt du? Weißt du? Hm. Du brauchst nochmal eine Idee. Ja, wo denn? Der hat eine Sechser-Kette gefühlt. Oh, das ist eine Idee. Guck mal. Das ist doch eine Idee. Ja. Das war auch nicht. Ja, ich muss doch eine Ballrolle oder so machen. Ich muss auf einen starken Fuß legen und dann rüberlegen. Aber er hat den Ball einfach, wo ich eine Ballrolle mache. Ja. Wieso kann ich meinen Sechser nicht anwählen? Alter. Richtig. Das ist der Wetter. Letzter Angriff. Wow. Ich muss echt einen Sofmeter spielen, das ist nicht kack ab, ne? Voll gegen so eine Wurst, Alter. Ja. Ist das nicht der, der dein Ding spielt hat? Ja. Du spielst gegen dein eigenes Team. Der spielt sogar auf Zeit. Er will Elfmeter schießen. Siehst du das? Ja, er will der Elfmeter schießen. Das ist traurig. Er spielt echt so auf Zeit, dass er Elfmeter schießen. Ich packe es nicht. Na vorn, schnell. Jetzt. Nein, nein, nein. Das ist Elfmeter schießen. Elfmeter schießen, Digga. Nee, jetzt. Ohne Scheiße. Kannst du nichts machen? Siehst du dir denn? Ich kann, vor allem, du hast diese Scheiße da an. Er schießt auch ohne, dass er hinguckt, wo er hinschießt. Ich glaube, er schießt Mitte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Boah, ohne Gucken macht er das in den Winkel. Scheiße! Tschelik. Wir sind uns immer ein Elfmeter-Monster und hältst uns jeden Schuss, Mann. Cristiano Ronaldo. Zu! Verloren. Verloren. Einfach erst in der Anlage. Einfach erst in der Anlage. Tschelik im Elfmeter schießen. Einfach im Elfmeter schießen. Was hat das Tor da gemacht? Pass mal auf. Das ist einfach hochgegangen hinten. Wow, Alter, im Elfmeter schießen. 1-1 in der Biggand-Liga, oder was? Ja, im Elfmeter schießen, man kennt es. Fuck, Pfeife. Wie viele Schüsse aufs Tor habe ich? Wie viele Schüsse aufs Tor habe ich? 16. Ich habe 16 Schüsse aufs Tor. Man macht so wenig Tore einfach. Klassiker. Ich habe 16 Schüsse aufs Tor. Guck mal den erwarteten Tore an, bitte. Was soll ich da machen? Der Torwart hat da ein paar Mal richtig heftige Dinger gehalten. 1-1 in der Weekend-League. Hm, unlucky. Willst du mir jetzt schon einer geben? 3-0 geführt? Hm. Bro, ohne Spaß. Er hätte 2-3 Dinger gehalten, wo ich dachte, yo, musst du nicht, ne? Der hat wirklich viele Dinger gehalten. Aber du hast auch viele ohne Dinger getogen bekommen. Ja, lass mich noch ein paar Spiele spielen. Dürfen wir gleich eine geben. Oh, wieso glänzt denn zwischen alle Karten mit irgendeiner Farbe? Ich bin doch einfach nur Goldspieler. Immer selten. Ah, fuck. Ich habe meine Dinger sich umgestellt. Ich muss Messi gleich. Du kriegst in der Halbzeit die Backpfeife. In der Halbzeit? Ja, finde ich irgendwie geil. Die Idee. Ich muss jetzt nochmal Messi in die Mitte stellen. 1-1. 1-1. Helfmeter schießen, Junge. Foul. Oh, oh. Geh kann voll angeblich. Vielleicht ist es einfach auf der PS4 viel einfacher. Nee, der Gegner war doch gerade richtig scheiße. Er hat eine Milliarde viel Pässe gemacht. Nee, ich glaube, ich werde jetzt auch noch auf der PS4 spielen. Guck dir das an, Alter. Ronaldo rennt einfach auf Geno da drauf. Hohe Flanken war noch nie drin, ne? Doch. Wenn der ihn gescheit bringt. Au. Hm. Boah. Schön. Ja? Oh, den ploppt er doch. Und lass du... Oh, Viera wieder. Oh, oh. Ich bin einfach ganz ausgelaufen. Weil Viera wieder auf der Außen ist. Ja. So geil. Du bist dumm. Guck mal, du bist weg. Hm. Scheiße. Hm. Weiß ich nicht. Ja, weil die Pässe nicht ankommen. Du spielst mit einem Team so viel besser. Wie kommt das? Wiss ich nicht. Also mit deinem Team würde ich jetzt schon 2-0 vorne liegen. Aha. Die geben mir aber auch keine Kopfballwürde. Was? So, Max, ich hab nur was aus der Küche geholt, jetzt warten wir's. Das ist ein wunderbarer Kakaoriegel. Ich hab noch einen, willst du noch einen? Ja, ich geh noch einen. Ne, ich mach mal los. Was habt ihr euch geholt? Wunderbar, Kakaoriegel mit Karamell. Die sind sehr lecker und schmecken gut. Mach doch bitte mal das Tor. Versuch's so. So. Wie zufrieden bist du mit der Leistung? Das ist jetzt nicht so. Aber das Game-Programm hätte ich noch nicht verlieren müssen. 3 bis 10. Irgendwann 4. Ich hab ja richtig scheiße... 4 von 10 zufrieden. Ja, ich hab auch richtig scheiße gespielt. Ich würde sagen noch weniger. Wie steht's? Oh, 1-0 hab ich verpasst. Schade. Ey, das kann nicht sein, Bro. Also bitte. Jeder Schuss wird autoblockt. Ich hab jetzt auch einen. Das Ding ist, jedes Mal wenn man bei Flink bestellt, kriegt man einen gratis. Und wir bestellen so auf der Flink. Was? Ach so, diese Riegel oder was? Warum fällt der hin? Also ich spiele, Alter, so geisteskrank defensiv bei dir. Das ist auf der PS4 nicht so. Kann der bitte zurückpassen? Danke. Guck, das meine ich. Wow, dann bleibt der Ball mit dem Schicken. Sehr lecker, diese Pügel. Krass. Boah, was ein Pass! Ich dachte eigentlich, dass der Dings nach innen zieht. Schön. Du musst weniger dribbeln. Mhm. Mit dem Dribbling. Mit so mit Skills. Toa. Wow, Alter. Es ist so schlecht. Der hat auch einfach Cole als Held noch. Ich weiß aber auch nicht, warum meine Pässe so delayed sind. Und warum der die ganze Zeit frei ist in der Mitte. Warum die sich über den Haufen rennen. Warte noch, zwei Minuten und dann kriegst du den Haufenpfeil. Es ist doch so einfach. Ja, weil die so oft autoblockt werden. Hast du auch gesehen? Ich ziehe den Bein nach innen, ich mache eine Ballrolle. Ich schieße mit Ginola vom 16er, dann kommt irgendwie ein übel hohes Bein da noch rein. Feierabend. Tja, zum Beispiel, warum läuft Peli nicht noch einfach mal? Weil der wusste, dass es meines Rücken war. Wieder autoblockt. Also, wieder in Zweikampf. Ich hätte auch wieder geschossen von der Position, weil es wie starker Fuß ist. Das geht halt nicht, weil die Leute halt das raffen. Was ist das denn? Ist das 2-2? Nein. Oh, doch nicht. Wow. Das ist Rulitz Pässe in den Lauf? Der ist krass als Sechser, ja. Aber der Pass war ja Schwanz. Oh, oh. Die sind aber nicht schlecht, ohne Witz. Ich stehe 1-1, die sind echt gut. Oh, den Ball. Ja, Bro, ohne Spaß. Ich habe Ronaldo, warum ist der so langsam am Antritt? Oh, endlich! Das predige ich seit Jahren. Ich wollte ihn auswechseln, ich wollte ihn verkaufen. Das Pedert viel schneller. Der hat aber auch... Guck! Okay, Bro. Bro, was ist denn jetzt? Ja, wieso... Wieso spielt Pedert den Ball nicht? Warte. Sag uns genau, was ist, Bro. Was ist die Sache? Unterhalbzeit, kurze Backpfeife. Schön in die Kamera rein. Aber mit Schmackes, ne? Also, die sind schon ordentlich. Ja, du übertreibst nicht. Ich übertreibs nicht, aber sie dürfen auch nicht... Okay? Aber nicht, ja. Okay, breit? Ganz schön Haar nicht. Ganz schön Haar nicht. Nein, die geht nur mit rechts. Sonst wünsche ich doch mit meiner Uhr oder sowas. Dann liegst du hier kaum. Okay? Schön in die Kamera gucken. Okay? Es darf nicht zu doll sein. Aber es darf auch nicht zu leicht, okay? Mhm. Okay, hier muss ich treffen. Nicht das... Okay. Das ist ein richtig geiles Format. Alleine dafür hat sich das Team schon gelohnt. Soooo! Fuck, fuck den Namen nicht. Ich muss mir gleich einen Kaffee machen. Oh, ist das geil. Ich raste... Ist das geil. Da, was... Bro... Willst du dich doch beschweren? Das sind aber auch richtige Scheißschüsse. Wie soll ich sie besser machen? Sag's mir. Eine Sekunde Wappen bevor du schließt. Da fand ja gerade niemand, der hätte keine Wappen können. Doch, der eine ist doch schon vorgelaufen. Und die können auch keine Kopfhörer gewinnen. Ach. Wow! Dafür kann ich doch nicht, dass er den Ball einfach ins Aus wurstet. Super. Alle Leute, die schreiben viel zu zart. Die haben keine Ahnung, wie viel ein Arm von Max wiegt. Das ist krass. Vielleicht mit euren Schwächlingsarmen tut das nicht weh. Oh! Traumtor! Traumtor! Super! Richtig gut gespielt! Dankeschön. War auch ein Eigentor, ne? Pfff, Junge, wie gerade geht nicht, wenn's Kopf war durch. Er nimmt den einfach mit der Brust durch. Oh, jawoll! Guck, das ist nicht drin! Ja, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Das war so schön! Ja, komm, komm! Was heißt komm, komm? Er ist schon besauer. Hm. Ist immer besser als Messi. Hm, sagt er dann immer nur. Machst du mal die, die... Oh, mich verzweifelt der schon jetzt der Gegner. Also solche Bälle schießen nur richtig verzweifelt den Gegner. Glaubst du? Ja. Und so, ey, okay. Ich muss sagen, Ronaldo, geil, als Stürmer. Wow. Oh, Bro, Bro, Bro! Aber seine Pässe und sein Antritt sind ja grauenhaft. Ja! Danke! Grauenhaft. Danke! Oh mein Gott, das sag ich immer! Sein Antritt und seine Pässe sind so scheiße! Wie geil, Digga! Ja. Aber sonst, der Geist ist krank. Wie kann man bitte so geil sein wie Strowelf? Das ist genau, was ich immer sage. Der hat den schlechtesten Pass und den schlechtesten Antritt aus meiner Mannschaft. Hm. Krass. Oh, das war schön zugestellt. Ich weiß nicht, ob du da hin wolltest wirklich? Doch, doch, doch. Aber er wollte Dings. Das meine ich. Der tankt sich halt krass durch. Das meine ich. Bro, es wird jeder Schuss Autobloch. Du sagst nach jedem Schuss, das meine ich irgendwie. Was ist da los? Ja, man hat's doch grad gesehen, Romant, er weiß das. Roller-Marz-Kopfball-Tor bitte. Kann er nicht. Nein. Du kannst mit der Mannschaft keinen Kopfball-Tor machen. Geht nicht. Geht nicht. Hab alles gemacht. Ey, das hat mir ne geile Strategie gezeigt. Die hab ich aber noch nicht eine. Auch gut dann. Danke für die Info. Oh mein Gott. Ruhig bleiben. Ja, das war ruhig. Ja, das war ruhig. Noch nie. Also. Das war gut. Es war okay, I guess. Okay. Machen wir jetzt die Power-Platte nach. So. Wollen wir jetzt die Power-Platte gefronted? Wieso? Ja, weil das absolut so sein ist. It's okay, kinda und so. I guess. Das war Power-Platte. Das darf man auch. Das darf man nicht noch mal dran lassen. Achso. Er sagt das immer. Nein. Du hast das mit Halter ganz viel gesagt. Oh, wer hat das geschrieben noch? Zeig mal. Nina, Nayla, Nina und Maya. Maya und Heather. Was wär noch? Wer schreibt dir denn alles, Alter? Hey, da ist How-To-Squirting-Tutorial hat sie geschickt. Nein, 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 warte mal. Chef Strobel hat von Heather ein How-To-Make-Her-Squirt-Tutorial geschickt bekommen über Snapchat. Über Whatsapp. Über Whatsapp. Das ist nicht gewesen. Ich hab nichts geschickt. Ich hab nichts getan. Wer ist das? Ich hab nichts getan. Dein Handy ist so im Arsch, Digga. Warum krieg ich so was? Hör auf. Nein. Warte. Aber er sagt den Namen, er sagt den Namen nicht. Nein, nein. Heather. How-To-Squirting-Tutorial. Ich hab nichts gemacht. Ich hab dir nichts gesagt. Wieso schickt ihr Heather das einfach so? Weiß ich doch nicht. Ich frag sie nachher. Du bist das. Hm. Digga, du machst zwei Games und dir schreiben sechs Frauen. Oh Gott. Er verarscht mich. Hä? Nein, er quittet und gönnt mir keinen Win. Der Sohn, Alter. Er gönnt ihn einfach nicht. Er gönnt ihn nicht. Das machen manche Leute. Wahrscheinlich, weil ich Full-Icon hab. Weil das ein Sex-Bot der das geschrieben hat? Nein, ich kenn die. Heather der Sex-Bot. Und schickt dann so ... Oh, mein Gott. Ohohohohohoho. Was ist das? Hey, wenn der jetzt auch wieder direkt leave-t, ist das so unfair. Komm, quit. Er quittet. Oh mein Gott. Aber vielleicht gibt er dir den Sieg. Doch, er gibt er den Sieg. Mag Pfeife. Was zieht das nicht? Ich hätte uns ja schon zwei Siegel geschenkt bekommen. Wieso macht der das? Und wieso mit so einem Team, hä? Ja, weil das ist ja wahrscheinlich, dass er keine Dings verbraucht. Wie heißt das hier? Spielerverträge? Verbrauchen die die dann nicht? Ah, ja stimmt. Der eine hat mir einfach nur nicht gegonnen, wahrscheinlich weil ich Full Icon hatte. Ja, das kann sein. Ja, hast du ja gesehen, er wollte es so machen. Ich mache einen Zauerschieds jetzt aus und lief, der Sohn. Machst du uns? Oh, 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 oh! Oh, das ist krass. Und er hat keinen Tee. Krass. Das habe ich ja noch nie gesehen für Sproul. Was? Das hier so was schickt? Ja. Ja, ich weiß, das kam jetzt gerade auch aus nichts. Ach komm, er lief auch, oder was? Nee, er nicht bitte. Naja, er wechselt wahrscheinlich. Ah, ich hätte mal... Oh, Jungs, erinnern mich bitte daran, ich muss Vieira und Messi tauschen. Bevor wir da reingehen. Ich kann nicht mehr. Man tut mir Kopf ein bisschen weh. Ich habe zu viel gelacht heute schon und das Stream geht erst in zwei Stunden. Holy shit. Holy shit, wo ist mein Handy eigentlich? Das kannst du dir echt nicht ausdenken, dass wir hier sitzen und da sowas rüber geschickt wird. Ich habe aber wirklich nichts darüber in der Zukunft oder so geschrieben, irgendwie. Ist schon komisch, oder? Du sitzt hier während zwei Gangs von sechs Frauen angeschrieben hast, 15 Tinder-Matches und kriegst Tutorials von Heather zugeschickt. Das ist ein Zeichen, ne? Ja, das Problem ist, dass der Typ gut ist. Also der gegen dieses Spiel. Voll vom Thema abgelenkt. Schon wieder. Ey, das wäre das 1-0 gewesen. Ich packe es nicht. Oh, dieses Autogeblockes geht mir so auf den Sack. Okay. Kriegt ihr denn noch vor Messi? Wichtig. Der hat doch noch Varane. Oh mein Gott, okay. Okay, okay. Wir spielen hier, der hat ein krasses Team, Max. Hakimi, Varane, Cristiano Ronaldo, Mané. Abseits. Okay, dann habe ich keinen Absatz. Gönn dir. Sick. Is nice. Warte mal. Wie krank. Der ist gut. Fuck, der ist echt. Der hat doch Mbappé? Okay, Bro, der hat ein heftiges Team. Der hat ein heftiges Team. Der hat ein heftiges Team. Also, wie hast du den Namen? Den holst du dir jetzt. Heftiges Team, schlechte Spieler. Der ist gut. Ist immer so. Heftiges Team, schlechte Spieler. Frag mich. Junge, der hat ja auch einfach ein übel heftiges Team. Komm schon, Mann. Du hast Ginola extra gekauft. Das schaffst du jetzt. Wie stehst du jetzt in der Weekend League? 3-1. Und hast 1 geschenkt bekommen. Also 2-1 quasi. Hm. Ja, gut. Ob wird es geschenkt oder nicht, sei egal. So. Der spielt Mbapp als Sechser. Das müssen wir noch sagen. Fuck, der geht nicht. Boah, Digga. Also bitte. Ich hab gesehen, dass der drin war. Ja, also bitte. Ich hab den drin gesehen. Also bitte. Alter, Mbapp macht ihn rein und Ronaldo 95 nicht. Pff. Mbapp ist besser. Ist er. Drew, einwächst mich nicht. Ah, Van Dijk und Varane in der Verteidigung und Hakimi. Und es wird nicht leicht. Komm schon. Ich sag mal, dass es nicht leicht wird. Lebt Ronald eigentlich noch? Ja. Natürlich, der ist nicht so alt. Wie alt ist er denn? Keine Ahnung. 72 würde ich jetzt schätzen. Nein, hä? Älter? Jünger. Ich wollt extra jung sagen. Weißt du? Romatra denkt ja so wie Pelé. Aber der hat ja letztens noch gespielt. Junge, der hat 2002 noch die WM gespielt. Okay, der lebt noch. 70. Wie dumm. Was macht denn der Rolle? Der war dann bei der EM so 3. Der war 53. Der war älter. Herrlich. Hä? Wie war der Scheißplatz von ihm? Mensch. Oh, das wolltest du nicht, ne? Mhm. War auch. Fuck, Junge. Fuck. Mach den fertig mit seinem Drecksteam. Du weißt, wen ich anspielen wollte, ne? Mhm. Können wir Torte mit daneben? Oh. Ich sag's gar nix. Hast du das gerade gesehen? Mhm. Ja, wollte ich nicht sehen. Das sind doch Dreckspässe. Ja, weiß ich nicht. Ja, das war ein Trax. Trax. Ja. Ja. Die Frage ist aber auch, wo soll ich hinpassen? Du musst mit R1 und L1 arbeiten. Leute schicken, Leute ranholen. Mach ich doch. Ach, Digga. Ja. Puh. Der Mbappé, Vanille, Kante. Der hat einfach ein Team. Er hat einfach ein Team. Einfach Max der Team in Low. So. Also dein Team ist besser, richtig? Ja, mein Team ist besser, sag ich ja. Wenn ihr, dann hättest du ihn besiegt wieder, oder was? Ne, das nicht. Wieso nicht mit den Nuller? Schön. Wie denn? Boah, Mann. Das ist doch hell. Der ist geblockt. Also eigentlich hätte der Klausel geblockt werden müssen. Weiß ich nicht. Ob alles geblockt werden muss, was vom 16er geschlossen ist. Ich kann aber auch echt keine Kopfballdolle gewinnen, Junge. Das ist nur Ikonen. Das verstehe ich nicht. Danke. Oh mein Gott. Endlich mal. Du hast ja Ahnung von FIFA, ne? Ja. Und? Merchst du schon jetzt langsam? Boah, guck mal. Der ist so scheiße, Digga. Krass. Ich hab ihn ja so noch nie gesehen. Ich verstehe nicht, warum da nicht jemand mal einen Kopfballdolle gewinnt. Und warum Ginola... Ey, Ginola ist echt keine 2 Millionen wert. Ginola! Wie viel hat er nochmal gekostet? 2 Millionen, Junge. 2 Millionen! Scheißverschwendung. Ich muss mir jetzt 1.000 Euro. 1.000, sagt er. Was kostet eine Million Coins? Ja, wahrscheinlich 1.000 Euro. Nein. Soll ich schauen, wie viel ich mir... Ne, ich meine, ich möchte mir jetzt eine Million Coins kaufen. Ich checke das jetzt noch kurz ab. Ne, so nicht. Durch Packs öffnen. Also du kriegst pro Pack wahrscheinlich so im Schnitt 5.000 Coins. Ach Bro, es ist so geisteskann. Wie kostet ein Pack? Ja, aber es ist grad nur Scheiße. Ich hab doch gesehen, was du immer abstößt. Du musst ja auch so berechnen, was du, wenn du was krasses ziehst. Ja, aber... Rann mit reinholen. Du kannst doch nicht... Den großen Schnitt musst du machen. Ey. Oh... Ach Digga, warum schießt denn du so her ab? Was? Hä, Junge? Du hast so herbe geschossen. Du hast herbe geschossen, Alter. Also wie ist Vierade außen die ganze Zeit? Ich verstehe. Er schießt uns aus. Du spielst die ganze Zeit über Flügel Vierade. Das ist so falsch. Ich hab mich doch schon gewechselt. Aber sag mir doch, warum der Ball nicht reingeht. Der spielt so scheiße, der Typ. Oh Gott. Oh Gott, ist das... Also du baust ab während des Spiels. Wenn du gegen den Typen spielst, wirst du grad schlechter. Nein. Er hat einfach nur Glück. Ich hab einfach nur 200% gehabt, die nicht reingehen. Ihr spielt beide wie ein Haufen Scheiße. Warum? Den gewinnt Rolik nicht. Meine Fresse. Ich hab davon schon 1000 Ecken gemacht. Du kannst kein Kopfballtor machen. Hallo? Bro. Alter, ich kann nicht mehr. Hör auf. Sag mir, was ich noch anders machen soll. Dann sag's mir. Komm. Was, Bro? Warum treffe ich keine Tore? Ja. Kannst du jetzt bitte reinmachen? Man kann keine Eckballtore machen mit dem Team. Hallo? Das macht keinen Sinn, Junge. Natürlich. Ich weiß nicht, warum es so ist. Hier ist so eine harte Verarschung. Ich kann mir eine Million FIFA-Coins für 120... Oh, ist der doof. Ist der doof. Jetzt ist auch noch der... Ey. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Was soll ich da machen? Oh mein Gott. Er geht die ganze Zeit gegen Innenpfosten, Innenpfosten. Ich krieg den Ball nicht. Was rein? Und ich schieß die ganze Zeit aufs Tor und mein Ball geht nicht rein. Comeback geht jetzt sofort. Sofort. Hä, Junge. Ich hab die viel besseren Torchancen als er. Er hat zwei Torchancen. Beide gehen rein. Dann sag mir doch, guck mal. Es ist doch wieder nur lächerlich. Ich hab sieben Schüsse aufs Tor. Sieben Schüsse. Ey. Bugs. Eine Million Coins. Oh, du bist so dumm. Wenn ich ziehe. Wenn ich ziehe. Das ist doch ganz random. Kann sein, dass du einen Pack aufmachst und eine Million Coins hast. Im Schnitt nicht. Oh, bist du doof. Wenn ich für 20.000 Euro öffne, dann gibt es jetzt einen Schnitt. Ja, richtig. Ja. Den will ich wissen. Der wird doch nicht über 10.000 sein. Niemals. Pss. Oder? Nein, darum geht es ja auch nicht. Ich will den genauen wissen. Den kann dir aber niemand sagen, hä? Natürlich, natürlich. Nein, den kann dir niemand sagen. Oh, Mo weiß ihn. Ich könnte ihn jetzt anrufen und er weiß eine Zahl und Eldos auch. Sie wissen einfach, es gibt die Zahl und die kennt jeder FIFA-Spieler. Die kann es gar nicht geben, weil die weiß doch nicht mal die genauen Dropchancen von den Karten. Oh Gott. Okay, Chat. Einmal ganz kurz helfen, Romatra ist gerade zu dumm. Ja, aber wenn du nicht weißt, wie hoch die Chancen sind, dass du die Karten ziehst, dann kannst du doch auch nicht mit ausrechnen. Das ist unglaublich. Oh, aber du weißt doch im Spiel... Oh mein Gott. Wenn sich 20 E-Sportler austauschen und alle ziehen vor 100.000 Points, dann wissen sie, wie viele Coins sie haben und dann hast du einen ebelsten, präzisen Schnitt. Ja, aber der ist halt... Der ist in Ordnung, würde ich sagen. Der ist perfekt. Nee, perfekt ist er nicht. Perfekt ist er nicht, Max. Ey, Leute. Eine Million Coins. Wie viel Euro muss man dafür im Schnitt einsetzen? Wie Tricks kann er es kurz herausfinden? Das ist ja ein Albtraum mit Romatra gerade. Als ob er sagt, es gibt ihn nicht. Ekinola ist so schlecht. Oh. Es ist so krass. Ah, guck mal. Guck mal, jetzt. Jawoll. Abseits. Nein. Oh, sauber, jetzt Comeback. Die zweite Backpack wird er übrigens ich geben. Mhm. Das heißt, es geht hier gerade um... Aber ich werde das nicht verlieren. Romatra ist halt echt ne Legende. Ja, Romatra ist halt echt ne Legende. Guck mal, wenn sogar Stompi das sagt, Romatra ist ne Legende. Die Frage ist halt, wo will man anspricht jetzt so? Wo ist Messi? So wichtig! Meines Bestes! Wieso macht der... Der kann den Su-Tor manchmal auch nicht drücken. R1 und Kreis. Huuu! Hä, Chat? R1 und Kreis gehalten ist doch Su. Wieso machen die den dann nicht? Oder muss ich das nur einmal kurz antippen? Wieso machen die manchmal diesen Jubel mit dem... Guck mal. Du musst einfach ein bisschen mehr die Macht von den Spielern auch im Kreis, dass sie auch teilweise einfach durchlaufen können. Oder einfach Autoblocken. Oder einfach war R1 besser als Ronaldo. Du spielst auch in den Autoblock rein. Ja, ja. Niemals geschossen. Niemals. Und was würdest du dann machen in der Situation? Irgendwie noch einen Haken, noch einen Puss. Irgendwas. Irgendwas. Abbremsen, wieder loslaufen. Irgendwas. Du hast ja sogar anrennen sehen mit seinen Spielern. Du wusstest, dass der Schuss nicht reingeht. Rot. Nicht rot. Schauder. So ein Get Down Mr. President-like hat er sich in den Ball geworfen. Und du siehst... Was ist das? Das wollte ich nicht. Machst du? Richtig. Aber Autoblock ist doch auch für dich gut. Ja gut, ich hab ja auch gewusst, dass er dahin stepped. War jetzt ja nicht so, dass das Autoblock von der CPU war, sondern von mir. Ja, aber das war der Schuss von dem gerade auch nicht. Also du hast ganz klar gesehen, wie mit seinem Spieler da wirklich... Ja, ist ja okay. Aber er hat ja auch vorhin schon Autoblock, ohne dass er seinen Spieler gelenkt hat. Weißt du, wie ich mein? Ich weiß nicht, warum du so wenig Sprint boostest. Also laber mich nicht voll. Laber mich nicht voll, Max. Also ich hab ja so viel bessere Torchancen als er. Ja, aber was ist denn? Wie was ist denn? Ich schieß doch. Und was das für ein Pass... Von... Vera. So wie der Typ spielt und was er für ein Team hat, hättest du ihn mit deinem Ben Jeddah und Fekir übel auseinander... Und guck mal, das mach ich auch zum Beispiel. Ginola braucht übel lang, um anzurennen. Du hättest ihn mit deinem Free-to-Play-Team zerstört. Warum redet er die ganze Zeit so... Ey, ich schwör's dir, das kann nicht sein. Also Pelé. Jetzt ist das so langsam witzig. Guck mal, wir sind mit Freitagel jetzt immer witzig und immer witzig. Jetzt hat er es langsam. Ja, Romano ist halt echt eine Legende. Er arbeitet sich hoch. Guck mal, wenn sogar Stompi das... Aber das ist auch frei, das findest du gar nicht viel besser. Jetzt lernst du Ben Jeddah wertschätzen, dass er genauso gut ist wie er 9. Was? Nebber. Das kann ja nicht sein. Ja, ich muss mich 4-2 führen oder so. Hast du vorher nicht den Schuss von links gesehen? Von Trolit? Ja, doch, hab ich. Oder noch die Latte von Messi? Ja, hast du seinen Lattenkreuzballerung gesehen? Was? Der hat nur einmal Pfosten... Der Ball war ja im Endeffekt drin, ich bin ja eh nicht am Ball gekommen. Ja, der hat dann Pfosten geballert, dann Latte geballert, dann hat er ins Kreuz geballert... ...und dann durfte er ihn endlich reinmachen. Ach, Torsto. Das kannst du jetzt gar nicht sehen. Nach vorne können wir wieder herlaufen. Ne, geh nicht. Das ist junger, 95er-Ronaldo. Chillig. Hättest du gedacht, mein Team ist besser? Ne. Nein! Es ist krass, es ist krass, ja. Aber? Ich kaufe manche Sachen halt noch nicht so klar. Was hast du denn? Ronaldos Pässe. Ja, Ronaldos Pässe und Antritt. Ja, danke. Wow, er wird wieder getunnelt. Oh, da ist er aber auch sauer. Oh mein Gott! Das kannst du halt keinem erzählen. Ja, wir ist der Beste. Ich krieg den Ball nicht, Bro. Ich krieg den Ball nicht, ich krieg Cristiano Ronaldo. Und dann... Das kannst du halt keinem erzählen, Alter! Ich hab halt die ganze Zeit die besseren Torchancen. Wirklich. Das kannst du wirklich keine... Das ist halt dein Ergebnis-Schrott. Ja, ich sag ja. Aber ich bin trotzdem die ganze Zeit überlegen. Ich schoss die an. Ich schoss die an einfach. War ran besser. Als alles andere. Ja, ich hab verloren, weil er einfach nach vorne spielt. Was macht der Torwart? Er ist verloren. Ach, Bro. Ey, das ist so lächerlich. Sag mir ehrlich. Hab ich das Spiel verdient verloren? Ich würde sagen, nein. Nein. Ich will dir dafür nicht meine Packpfeife geben. Ey, Bro. Ich hab die besseren Torchancen die ganze Zeit. Beide Bälle gehen aber nicht rein. Ich geb sie dir jetzt. Komm her, Chef Sprung. Warte ganz kurz. Max, du musst kurz zu sein. Guck's dir einfach an. Also wer sagt, dass ich das verdient, vor allem. Das ist einfach lächerlich, Junge. Max, sag doch gar nicht. Du hast ihn einfach kaputt gemacht. Da hab ich die Gugel bleiben am Teppich. Du hast ihn kaputt gemacht. Ist egal. Aber du hast ihn kaputt gemacht. Ey, ne. Der war da hinten an der Hälfte. Ich hab gesagt, ey. Der ist hier vorne lang gegangen. Man sitzt sogar auf der Kamera. Oh mein Gott. Man sitzt auf der Kamera. So, dafür kriegst du jetzt. Dafür kriegt er jetzt eine härtere Markpfeife. Ey, mach's keiner falsch. Der Chat würde dich auslachen, wenn die zu low war. Ich mach nur, ich mach. Ne, übertragen. Ich hab dir auch eine normale gegeben. Ja, nee. Aber das ist das normale. Er ist so pissed, weil das Ding verloren hat. Du kriegst jetzt auch eine Backpfeife. Schön, die Kamera guck mich jetzt. Ich hab mich nicht getraut. 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 Ich wollte ihm keine geben. War das eine Backpfeife? Ja, war leichter als deine. Was? Du hast das ganze Format versaut. Du hast das ganze Format versaut. Ich nehm die YouTube-Einkündigung runter und löscht meine Instagram-Story. Wir ändern den Titel. Ich hab mich nicht getraut. Oh mein Gott. Du kommst so doll in ein hungriger Hugo-Video. Weil das war das peinlichste auf Twitch des Monats. Und es ist der 30. Das war das peinlichste. Das war das peinlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich hab mich nicht getraut. Ich hab mich nicht getraut. Oh mein Gott. Den Clip schauen wir uns noch in drei Jahren an. Ich geb dir jetzt auch eine. Die nächste Luft kriegt Romatra jetzt eine. Nein! Ich muss mal ein paar Spiele mit einem Stück gewinnen, Alter. Und ich hab wieder Messi nicht getauscht, weil ich so mad war. Ach, da hab ich das Gang verloren. Das ist doch Bullshit. Das erste Gang war's von uns auch. Oh Gott, ich sah ja so wack aus. Ich hab mich einfach nicht getraut. Ich hab mich nicht getraut. Oh Mann. Also bitte. Wer war das? Keine Ahnung, wer es war. Okay, wieder zu ihm. Können wir jetzt einen FIFA-Top bekommen? Das wäre nice. Wieso spielen ja nicht alle mit Fünferketten? Ich bin ihm auch nichts. Doch. Ich muss halt wieder umstellen, weil Vieira auf den Kopf ist. Hier, guck's dir an. Nee, jetzt ist Messi doch außen. Weil ich ihn nicht auf Offensiv gestellt hab. Muss ich jetzt mal. Ups. Wentsche aufstelle. Ach, Messi läuft schon zur Saison 26. Das kannst du keinem erzählen, ne? Ja. Das ist... Timo. Ah, Junge, Junge. Okay. Also... Also scheiße. Scheiße, das können auch ganz viele Backball für dich werden. Das Witzige ist, es ist nicht vorbei, wenn du... Wie wollte es 20-0 geben? Ja, ich hab... Ich hab gesagt, ich... Du hast einen geschenkt bekommen, du stehst 2-2. Hm. So gewinne ich auch meine Weekend-Ligs. Das hab ich 0-1 geschenkt bekommen die ganze Zeit. Du hast nicht 4-0 gefickt? Hm. Pssst. Ich hab Ding nicht getauscht, oder? Doch hab ich. Oh, warte. Wenn der... Ich will auch die Runde spielen dann. Wenn der wirklich... Nein, auf gar keinen Fall. Du hast doch eh nichts zu gewinnen von dem. Ich spiel selber dann. Also ohne Witz, ich hol dann die 12 Siege noch safe. Also wir haben 20-0 hier angekündigt. Wir haben 20-0. Wir spielen nur den 2-2. Und dann kriegen sie die beschissenste Bug-Five auf diesem Planeten. Dafür wird die nächste doppelt so doll dann. Wow. Zum mal leichten Strobel. Nein, nirgends. Aber ich weiß nicht, wieso ihr alle so gut dran sind. Als ob ihr euren Kumpel einfach so übel eine reinpfeffern könntet. Nachdem ihr übel das scheiß FIFA-Match gespielt habt. Ist ja schon am Arsch. Foul? Nee. Achso, okay. Baden kann das. Ich weiß. Ich weiß auch nicht, wovon wir die ganze Zeit wieder an den Ball kommt. Die ganze Zeit. Ich glaube auch bei der individuellen Taktik ist irgendwie noch was anders als bei mir. Kein Witz. Hat Autoglock wieder gerade geholfen? Was würdest du sagen? Hm. Mit heute hätte ich den auch gar nicht gehabt. Doch safe. Irgendwann, wenn der Schuss reingegangen wäre, dann hätte ich den Glauben absolut verloren. Moana ist verletzt. Ja gut, aber ist gleich wieder fit. Ja hä? Lauf doch, Pelé. Voll auf den Mann! Das war auch abgefälscht. Hast du das nicht gesehen? Ich auch nicht. Ich hab nur gesehen, dass der voll auf den Mann geht. Abgefälscht mal ein bisschen. Also bitte, Bro. San Juicer, wie der heißt, kann einfach Ronaldo 95 umbumsen. Du spielst gerade 200% schlechter als sonst. Ja, keine Ahnung. Ich hab dir zugeguckt. Du bist so krass, Digga. Du bist mit Benjana einfach besser. Dann sag mir bitte, warum Pelé nicht einfach schießt, wenn die ganze Kreisruppe noch neben dem Ball herläuft. Digga, die Leute denken, du bist bekloppt. Lock dich um, spiel mit deinem Account und dann ballerst du mit Benjana das 7-0 hier gleich zusammen. Das gibt's doch nicht. Hm. Hast du Benjana auf der Bank vielleicht? Und wie sollen wir Benjana kaufen, Digga? Nein. Können die sonst als Auswechslspieler dazu holen? Guck dir an. Siehst du das? Pelé wird einfach weggeschleudert. Aber vielleicht spielt sich auch PS4 und PS5 einfach anders. Also es spielt sich echt anders. Was hast du für einen Download-Romantrag hier? Wir können PS4 runterladen. Also PS4 können wir runterladen. Das dauert ein bisschen. Ich kann auch einfach meine PS4 anschließen. Ja, du kannst auch einfach deine PS4 anschließen, das ist klar. Weil du dabei bist. Ja, hab ich dabei. Ich hab die Exo mitgenommen. Dann würde ich sagen, es ist Zeit die PS4 anzuschließen. Endlich. Ja, ich spiel echt nicht gut. Egal, komm, ich krieg das hin. Ich mach jetzt mindestens 80er am Stück. 80er am Stück. Das muss ich jetzt eigentlich willkommen, Junge. Junge, ich stehe bei mir selber 5-1 an. Ich hab gestern 5-0 gespielt, aber das letzte super unnötig verloren. Ich weiß nicht, wer gestern bei mir zugeschaut hat. Ich hab gestern, das was ich erzählt hab, wo ich 6-2 hinten lag. Und dann noch 6-5, und er hat dann noch hinten rumgespielt. Wo ich gegen Salah in Form und Manet in Form gespielt hab. Ich glaub, da waren gestern ein paar Leute bei mir dabei. Dann lass PAX öffnen und in der Zwischenzeit die PS4-Weseln runterladen. Hä, wir können doch mal die PS4 anschließen. Muss ich mich da anloggen, so ein Scheiß. Boah, das dauert doch nicht lang. Ja, so PS4-Weseln runterladen. Wir wollen eh PAX öffnen. Ja, wir haben eh PAX öffnen. Ich glaubst du ja nicht gewinnen hast. Es geht echt darum, ob du gewinnst oder verlierst. Das ist frustrierend. Ja, du bist... Ja, das kannst du viel öfter machen. Das machst du den ganzen Tag. Du müsstest eigentlich jedes Game 8-0 gewinnen. Das versteh ich nicht. Das ist so krass. Die sind ja auch nicht so schacking, die ich hier grad spiel. Vor allem gegen den Typ gerade eben hab ich ja auch alles gemacht. Junge, sein Torwart hat einfach wieder alles gehalten. Sei doch mal ehrlich. Du hast geschossen einfach. Das waren aber keine Positionen, wo man ein Tor macht. Was? Ich hab 1-1 mit Rudit gegen den Torwart gemacht und der hält den einfach übertrieben clean. Ja, ich mach dir aber auch nicht rein. Also die Schüsse kannst du dir direkt ab... Foul. Okay. Messi hat sich den Ball nicht voll, wenn ich mit dem rechten Stick nach vorne drücken. Kill Bay. Egal, das gewinn ich auf jeden Fall. 2-2 stehst du. Ja, nee, 3-2. Ja, eins als Geschenk. Ja, schau mal auf dieses Win-Ding. Ich werde noch mehr geschenkt bekommen heute. Das ist so. Ich krieg auf der PSV auch Sachen geschenkt. Musst du annehmen, weitermachen. Was ist das so ein Ding? Musst du annehmen, weitermachen. Ja. Da leidet der voll drunter unter dem Geschenk. Ja, genau. Ich muss auch 2 Tore machen, dann gibt der auf. Irgendwie muss ich jetzt hinbekommen. Ich fahre mal mit Gnuda, ja. Der macht auch so ein Scheißspiel. Nee, nee, nee. Ich denke, wenn sich oben einfach geradeaus weitergelaufen wäre. Anstatt nochmal nach oben. Nee, aber jeder Pass ist kacke. Das Dribbling ist scheiße von ihm. Die Schüsse waren scheiße. Weiß ich nicht. Guck mal. Scheiße, immer scheiße. Der hätte schießen sollen. Der hat noch keinen Pass gespielt und kein Tor geschossen. Wenn der Ball hat, ist der Ball danach weg. Guck, jetzt hat er den Ball. Ein Pass, Ball weg. Der Ball war auch echt scheiße von ihm jetzt. Oder Ronaldo hat den Kacke angenommen. Hä? Ich glaube, er läuft vom Ball weg. Schön. Dafür ist er schnell. So eine Katze. Ey, guck mal. Kann ich nicht. Ich kann ja niemanden anspielen. Das sieht so scheiße aus. Das ist ein Fass. True. Gar, wer so lange ich 16 schaffe, ist die höchste Belohnung. Es reicht. Also, Junge. Das meine ich aber. Warum wird Ronaldo von irgendeinem Larry, der es dann Juiced heißt, den keiner kennt, einfach so weggeschleudert? Kennt jeder. Das ist einer der heftigen 78er. Ja, ich weiß. Aber das ist ein 78er. Weißt du, wie ich meine? Ja. Gegen 95er. Von der FIFA-Logik kennt Sinn. Letztes Jahr war eine Million mehr Patreon als dieses Jahr. Da konntest du einfach an den Leuten vorbeilaufen und überall ein Tor schießen. Dieses Jahr geht das nicht mehr. True. Messi ist irgendwie langsam. Okay. Ich hab doch... Also... Und Flanken gegen schon mal gar nicht. Doch! Ey, Junge, du hast doch Ronaldo und so vorne, hä? Wir haben noch nie ein Kopfballtor damit gemacht. Das geht. Da musst du jemand anderes holen. Weiß ich nicht. Doch. Mit Ronaldo geht das. Ronaldo hat bei mir kein Kopfballtor. Ich hab eine Million Ecken und Flanken geschlagen. Boah, der passt. Man kann mit Ronaldo keinen Dreieckspassen machen. Das ist doch dumm, Alter. Für was hast du denn dann? Nur für die schönen Schüsse, Mann. Der hat ein inszenes Stellungsspiel und einen guten Schuss. Wow. Und das ist kein Foul? Bro! Der rennt mir in die Beine rein, mein scheiß ganzer Controller vibriert und es passiert nichts. Guck mal, mein Controller kann sogar vibrieren. Das ist kein Fake. Ist ja ein bisschen traurig, wenn er nicht vibrieren würde. Der knatscht so sehr, aber... Ja, weil der alt ist. Der ist... Du spielst mit Berneda besser. So hätte ich es auch mit Berneda gemacht. Ja, mit Berneda das aber funktioniert vielleicht. Hm. Ich habe mir letztens ein Video angeschaut von den schönsten Toren, den schönsten Paraden. Also im echten Fußball. Mhm. Und das waren einfach... Keine Ahnung. Das siehst du in jedem FIFA-Game sieben Mal. Das ist so krank. Also... Keine Ahnung. Die prallen in der Abwehr aber, als wir da in der Wand stehen. Und Berneda nicht? Weiß nicht. Nee, Berneda auch. Aber ich finde es aber nur insane. Weil der Typ einfach 78er Abwehrspiele hat. Dass ich das einfach ein bisschen weird finde. Also, nee. Gnuller macht so ein Drecksspiel. Ja. Jedes Gamer, der so scheiße. Wie Drecks, bist du noch da? Ich dachte echt, dass auch, dass der besser ist. Der ist besser. Also es ist nicht so, als ob ich vorgesagt habe, ob das mein Spiel. Sag ich auch nicht. Aber er spielt sich ein bisschen komisch. Hm. Da muss ich aber einen Trick machen. Sonst hat er den Ball einfach wieder, wenn ich mit Ronaldo einfach noch geradeaus laufe. Der hat null Ausfall. Der kann jetzt keinen Trick machen. Der kann nicht mehr schießen und nicht mehr passen. Wechsel ich ihn jetzt aus. Nee, passen konnte er vorher auch nicht. Ja. Ja. Da steht 2-1. Einfach jetzt ruhig bleiben. Guck mal. Der ist auch so derbe Scheiße, Alter. Guck, guck, guck. Wenn ich die Typ sehe, habe ich ihn eins in die Fresse. Guck, guck, guck. Ginole jetzt mal. Und wieder verkackt. Hat er aber noch. 35 von 35. Jetzt noch mal eine Chance. Ja, gute Rückfahrt ist eigentlich das Schwerste. Drei Abwehrspieler auf Ronaldo. Haken macht man so. Habe ich doch. Hast du nicht gesehen? Da waren nicht so viele. Mehr Haken. Mehr? Wo soll ich denn mehr Haken machen? Ich renne schon. Oh, der ist durch. Werner, Werner. Werner. Nuhr, Nuhr. Jetzt renn mal. Ich renne schon. Oh, der ist einfach, der ist einfach schon. Ja. Ja. Also dann sag's mir. Sag's mir. Was soll ich denn mehr machen? Sag's mir. Sag's mir. Nein, nein, nein. Sag's mir. Sag's mir. Nein. Das hat nichts damit zu, dass du abbrechen musst. Sag mir. Ich habe den Ball perfekt auf Ronaldo gelegt. Ja. Das sind keine Tore. Ich schieße da auch keine Tore. So funktioniert FIFA. Boah. Ja, das gibt's wenigstens. Na, guck mal. Bereitet euch für einen Zoom vor, Chad. So. Warum schießt eigentlich blank deinen Elfmeter? Hast du eingestellt. Ich habe gar nichts umgestellt. Der ist eiskalt. Damit rechnet kein Gegner, dass er die Elfmeter schießt. Blank. Warum schießt blank deine Elfmeter? Was soll das? 20 Schuss. Damit rechnet kein Gegner. Blank hat die besten Elfmeter. Was? Echt? Nein, natürlich nicht. Weiß ich nicht. Oder? Hat Blank die besten? Aus den Rechten damit keiner. Wenn du Cristiano Ronaldo hast, Maradona, Pelé, Ernoin, Eusebio, Messi. Alle. Und dann schießt blank den Elfmeter. Es ist gewonnen. Ey. Ich sag doch jetzt kommen die Siegelsträhne nach vorne. Ist doch egal was ich jetzt mache. Selbst wenn er jetzt ein Tor machen würde. Mach ihm noch eins. Renn einfach durch jetzt. Geradeaus Sprintboost. Der ist schnell. Der läuft einfach weg. Guck mal. Der ist richtig geil. Ne? Der ist viel geiler als Ernoin. Der ist so viel besser. Sag es doch. Sag es doch. Ernoin wäre eingeholt worden. Ja. 4-1 ist doch gut. Siehst du? 4-1 ist doch gut. Der spielt die Scheiße. Ich hab noch nie so einen schlechten Spiel in der Weekend League gesehen. Dann gucken wir wie viel Torschuss ich wieder aus. Ja hast du wieder 400. Aber die gehen nicht rein. 10 Stück. 10 Stück. Oh da ist ein Autoblock. Okay der muss jetzt hinsprinten und schießen. Na das macht es so. Oder ist der Verteidiger. Okay wenn ich jetzt so schießen kann der Autoblock. Okay wir spielen jetzt mal von Anfang an mal MAP okay. Ja. Machen wir mal. Ne darum geht es doch nicht. Du sollst nicht schießen wenn er im Autoblock ist. Ich spiel es einmal mal. Ich will mal wissen ob jetzt MAP. MAP ist übrigens das MS eingestellt. Ist aber egal. Lang kann 91 bei Elfmeter. Aber gibt es eigentlich noch Leute die krasser sind? Ich aber ich spiel es nicht. Aufbauspiel hier. Schneller Aufbau. Ey nicht da irgendeinen Scheiß jetzt machen oder? Das ist doch meine Dings. Das ist sein eigenes Team. Das verändert bei dir gar nichts was er da macht. Ich würde sagen du ziehst jetzt die PS4. Wir machen kurz ein paar Packs auf. Einmal Reset. Du machst jetzt noch 18-2. Mach jetzt mal 18-2. Ich will jetzt weiter noch eins. Echt? Ich will noch eins sehen. Ja, eins möchte ich noch sehen. Darf ich mir noch so lange spielen bis ich eins verliere? Oh die nächste Bugpfeil, sag ich ja schonmal, wird tödlich. Okay? Was soll das? Warum? Ich kann auch nicht dafür, dass... Ich bin jetzt auch sauer. Jetzt bin ich auch sauer. Wo bist du sauer? Ursprünglich haben wir es gemacht für die Zuschauer, für die Unterhaltung. Ja. Aber jetzt mache ich es, weil ich sauer bin, Digga. Du stehst mit meinem Ultrateam 2-2 und verlierst gegen die größten Loser. Wie hast du meinen Gefallen von Max? Digga, du hast von 9 Frauen Nacktbilder bekommen. Du wirst auf Snapchat zugeballert. Heather schickt dir ein How-to-Skirt-Tutorial. Das ist doch krank, oder nicht? Hä? Warte. Warte. Darf ich schreiben, was du gemacht hast? Ich habe sie geschrieben, warum sie mir das geschickt hat. Für dich? Ja. Ja, ich habe sie gefragt, warum sie mir das geschickt hat. Ohne willst du das machen? Ja, genau. Das ist doch so berechtigt. Sie schickt dir? Du verarschst mich nicht. Was hat er zurückgeschrieben? Ich habe es gerade nicht gesehen, was passiert. Alter, du bist schon trainiert heute, Alter. Was passiert? Wo ist mein Eistee? Was passiert? Hier mein Eistee. Sie schickt ihn. Ja. Heather schickt... Tausend Nacktbilder. Parallel mit sieben anderen Mädchen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und dann fragt Chef Strobel... Warum schickst du das? Ja. Für dich? Oder willst du das machen? Oder willst du das mit mir machen? So einen Scheiß hast du da geschrieben. Leute, ihr müsst einfach... Wieso sollst du sich das für sich selber schicken, Mann? Als Cloud vielleicht. Ja. Damit das gespeichert ist. Schickt sie dir das? Ja. Ja, vielleicht. Kein Mensch weiß. Wie schnell das MPP wird. Das ist krank, ne? Das ist so ein Unterschied, Junge. Ich habe mir davor einen Dings gefahren. Einen Porsche. Jetzt fahre ich einen Lambo. Okay. Also für euch da draußen im Chat. Wenn ihr wollt, dass die Braunder auf euch stehen anscheinend. Dann müsst ihr einfach nur richtig dumme Scheiße schreiben. Die ganze Zeit. Und richtig scheiße FIFA spielen mit dem besten Team der Welt. Nee. Oder nee. Seid mal ehrlich. Wo sollte der Ball hingehen? Scheiße ist gut. MP ist so viel schneller. Ja. Ich komme mit nicht klar Hilfe. Was? Max, schließ bitte mein Handy da unten bei dir an. Das ist ein weißes Kabel. Du musst dein Handy auch noch irgendwo anschließen. Max. Ich rede mit euch. Ich bin Gast. Lass mich in Ruhe. Schließ das scheiß Handy an. Hol mir noch einen Riegel. What the fuck. Halt doch mal die Schnauze. Okay. Okay. Oh man. Oh blöd. Das gibt keinen Riegel mehr für dich. So. Das gibt keinen wunderbaren Schoko-Kakao-Riegel. Okay. Ich lasse das anscheinend. Ja genau. Das weiße Kabel. Wow. Und nur einen Riegel. Doch wir haben keine mehr. Och was ein Scheißpass. Pelé. Originaler Scheißpass. Pelé. Nehm doch mal gerne Nase Schnee. Das ist so ein Scheiß. Wenn der jetzt nicht ankommt. Oh ich wäre so sauer gewesen. Was? Also ab jetzt kriegst du für jeden den Ballen. Oh der Ball war aber so geil gespielt sei ehrlich. Ja aber. Der Abschluss war kacke. Ohne Witz du spielst gerade überhaupt nicht besser mit meinem Team als ich. Jetzt habe ich es gesagt. Okay. Ja ist okay. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr anstrengen. Der Ball war doch schon mal nice. Der Abschluss war nur. Scheiß. Ja. Passt in die rein. Du siehst ihn doch vor dir. Du siehst ihn doch vor dir. Ja ich sehe ihn. Aber du machst erst so einen Trick. Dass du direkt vor ihm stehst. Und dann passt du rein. Ja perfekt. Passt. Dein Schuss ist ihm gut. Oh Gott ist rein. Oha. Die Kamera wackelt sogar. Zu. Hm. Der Scholes Eis zieht doch den Teppich aus. Nein der ist zu. Geil wenn der einfach offen wäre. Oh. 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 Jetzt dreht er auf. Jetzt dreht er auf. Das geht? Jetzt ist Game Over. FIFA Street einfach. Holy Shit. Normalerweise hätte er jetzt einen Game Breaker. Ja stimmt. Und kann dir das Ding mit Zeitlupe aus 80 Metern in den Winkel ballern. Vor allem wenn der Torwart den er in die Fresse bekommen hat lag der mal erst eine halbe Stunde und dann konntest du ihn nicht mehr benutzen. Stimmt. Du konntest den Torwart absichtlich so abschießen dass er nicht mehr mitschwingen kann. Ja. Dann liegt er nur auf der Torlinie rum. Also ich muss sagen. Holy ist schon ein heftiger Sechse. Hä? Der ist so viel schneller. Hol wie schnell der ist. Wieso. Ach scheiß drauf. Ja scheiß drauf. Nein. Ich weiß nicht warum du da so einen Hurensohn Trick machst. Ja war ich nicht geil. Einfach. Einfach. Okay. Einfach einen Schritt nach vorne und schießen. Boah ist das peinlich was du hinterher geschrieben hast. Ohohohohoho. Ist mir das peinlich. Oh Gott ist das peinlich. Oder seid ihr schon so dicke dass ihr mal so wirklich Jokes macht und sowas peinlich schreibt. Ohohohohoho. Alter. Aber du bist auch gerade in Gaming. Ich würde dir gar nicht antworten wenn du am Zocken bist. Bist du im Tunnel? Mhm. Ja. Im Tunnel gell? Schiffstrubbel. Im Tunnel bin ich drin immer. War ein guter Tunnelpass den du gerade gemacht hast. Genauso wie der. Das kann ich sein. Einfach durchgetunnelt. Hab ihn doch. Nee Ey, du weißt doch, wo er hingehen soll Der soll jetzt zu Mbappé gehen Du hast doch Mbappé laufen sehen Ey, Sitzkartoffel, du bist doch auch gerade hier, ne? Du schaust doch auch immer schon drüber im FIFA-Zocken zu Der spielt doch tausendmal schlechter Als in seiner Mannschaft Der ist doch eigentlich viel besser Willst du mich verarschen? Ey Das ist ein Witz, Alter Es ist aber auch verdient, dass du wieder einfach gegen ihn reingepasst hast Ja, aber das Ding ist doch Du hast doch gerade gesehen, dass der Mbappé läuft Natürlich will ich da zu dem spielen Der ist auch nicht schlecht, der Typ Henry, danke für den Prime Leute, Twitch Prime ist kostenlos Checkt ab, wenn ihr eure Primes already habt Das ist geiler Support Fuck, Roberto Carlos ist jetzt vorne Und Mbapp ist einfach tot Eiii Ist das Mbapp tot? Ist er verletzt? Nee, das ist aber keine Angst, aber warum ist Rashford hier alleine vorne? Oh, oh, okay Ah, das war ziemlich gut Ohhhh Kann mich einer von euch beiden töten? Also das ist ein Witz, Alter Du hast doch verdient, Alter Nein, 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 nein Ich glaube, wenn du für jeden Bernardo Silber Die größte Pfeife auf diesem Planeten Das stimmt, die Dings-Karte Ja, die ist aber auch gestört, die Karte Guck dir doch mal an, was die hat Stimmt, der hat 80 Schuss Ja, mit Dings Ja, die hat eigentlich noch einen Chemistry-Style Oh, du hast fast nicht ausgepasst Passiert Passiert Ja, auf der PS5 sind irgendwie alle besser als auf der PS4, muss ich sagen PS4 ist leichter, hab's gesagt Oh, ich kann nicht Ich will ja nicht hinpassen, ich hab ja mal P angepasst Angepasst Fehl Fehl Oh, ich find's Das ist so ne heftige Pfeife Ich will jeden Fehlpass Leht sie weiter auf Ich find's witzig, dass du dich darüber aufregst, obwohl du selber genau weißt, wie es ist Ja, ich sag, alle sagen, ich bin immer lost Nein, du weißt das doch Ich wollte auch MRP anpassen Vorher wollte ich den Steilpass auf MRP Ja, aber nicht einmal, ich bin lost Aber es geht gar nicht Das Game ist kaputt Hä? Du siehst doch manchmal, wie MRP zum Beispiel läuft Ja Ja Vorhin läuft er vorne in die Spitze Ja Und dann spielt er den Schick zu Chulit Ja Tu doch mal dein Handy weg Was hat Heather geschrieben? Jetzt muss ich sagen Für dich hat sie geschrieben Was hat sie geschrieben? Für mich Für dich Für dich hat sie geschrieben Damit du weißt, wie man Wie man Wie man Aber doch nicht mehr heute Du stehst bei Romatra dachte ich Oder fährst du nochmal los Die kommt doch Ah, na, okay Was? Du hast jetzt Du willst jetzt hier noch Du kannst jetzt hier nicht bei Romatra auf der Couch schlafen Nee, wirklich nicht Dann Heather hier einladen Nein, das will ich gar nicht Das Toril auswenden Ich will nicht, dass das Toril Auf meiner Couch Nicht das Tutorial auf der Nicht auf Romatra's Couch Nicht auf meiner Couch Das mach ich doch gar nicht Nicht das How to Squirt Tutorial auf meiner Couch Das ist doch woanders, Alter Hey, was labert ihr denn? Ein Tag bei Romatra, der kann doch mal Heather auch mal nicht kommen Sie kommt doch gar nicht Deswegen hat sie dir das Tutorial geschickt Ja, hä? Kommt nächstes Euro zu mir Was? Oh Du bist ein Wichser Film gespielt Trotzdem kommt Heather hier nicht her Zuuu! Ja, kommt sie auch nicht Zuuu! Sieht so sorry aus Und Pelé Such mal Sehr gut, Rotex Das ist der Richtige Ach, ich sage euch doch Ich mach das hier Minimum eine 8er Wunigstreak Egal wie das läuft Ja, wie denn, Alter Wie denn? Ohne Ben Yedda niemals Das wäre danach Wenn ich das Ich nur mit Ben Yedda auf der PS4 Dann kannst du es schaffen Mann, ich würde einfach den Leuten mal zeigen, wie ich auf der PS4 spiele Ja, mach! Lass doch runterladen und Packs upcracken Ja, ich würde aber auch sehen, dass er verliert ein bisschen Das ist dann witziger Das ist auch einfach nervig Guck mal jetzt Oh, ganz in Ordnung Nee Das ist einfach nicht so geil Du bist viel besser Du hast aber auch keine Anspielstation Ja, er steht gleich 5-2 nach dem Game Das könnte deutlich schlechter sein Ja, und wie gesagt Ich würde bis zu 10 10-2 kommen oder so Ich starte immer 5-1 Jedes Weekend, wenn ich schließe Ich starte nicht mit 5-1 Aber hier steht ja 5-2 Er hat einen Win geschenkt bekommen Du Guck mal, das Das müssen wir sagen, das ist fair? Fair play Der Ball war im Haus übrigens Nein, daran nicht Ganz sicher Der Typ denkt auch erst Cristiano Ronaldo Du lässt Cristiano Ronaldo nicht mehr spielen Nur lass ich ihn noch mal spielen Oh, ja Das ist es doch, oder? Was ist das? Was ist denn das für ein Dremling, Alter? Du siehst doch Junge, okay, ich hör auf Nenn den Kontroll doch mal richtig in die Hand Hä? Junge, ich will Mbappé schicken Und er springt über den Ball und lässt ihn Pelé nehmen Warum denn? Er ist doch viel, viel näher zum Tor Warum? Ich hab nicht R1 gedrückt oder sonst was, dass er den Ball durchlaufen lassen soll Der Typ spielt auch so die Dreckspässe Der Typ spielt so scheiße Oh, jetzt Ginoda ist auch einfach Nee, Ginoda rennt jetzt durch und ballert das Ding jetzt mal richtig rein, Alter Oh Gott, was für ein Scheiß So den Tor war der nicht Zuuuuu Jetzt einlangen wir hin, ne? Ja, siehste, weiter geht's Gewonnen Also 5-2, zweiter Winning-Streak Du willst nicht auf der PS4-Version weiterspielen? Nee, mach jetzt auch Ich mach jetzt, bis ich verliere Und dann können wir doch auf meiner PS4 einfach dann weiterspielen Echt? Ja, das ist doch viel einfacher Du brauchst die PS4-Version Ohne Witz, da schaffst du auch die Weekend League vor Ich weiß, ich hol mir die sowieso Holst du dir heute noch? Nachdem ich das jetzt gesehen habe, hol ich sie mir heute noch Ja klar Der hat ein krankes Team Der hat ja deinen Werner gehabt Und er hat seine Manier in Form Und er hat eine Nikone Der ist nicht schlecht Aber auf PS5 muss ich sagen, haben die Leute auch krassere Teams als auf der PS4 Und du willst auf der PS4 spielen viel, viel mehr Leute Meta-Teams Ja, weil die Leute hier Kohle haben Ja, merk ich Siehst du Siehst du, Romatra, ich hab mir einfach einen Gefallen getan, als ich mir die PS5 gekauft habe Du kannst die PS5 und die PS4-Version spielen, du Oga Ja, da hast du trotzdem viel bessere Performance Scheiß Gnom Okay Gnom Lauf durch Ja Ja Die ist ja auch so ein Kackschuss Insta, Andy, FIFA Andy, FIFA Hat einer nach mir gefragt Ja, sitzt ganz drauf, wir haben nach dir gefragt Chef Strubel spielt auf die Scheiße, fand ich noch sagen So, ich mach mir jetzt einen Kaffee, will einer einen Nö Nee, danke Wer ist das? Wer ist das? Keine Ahnung Kennst du die? Keine Ahnung Sag mal, wie viele Likes hat das? Dann kann ich sagen, ob du euch keine Ahnung hast Aha Er hat Ahnung, er weiß ja das Er ist eine Streamerin Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Egal ob du, Digga Egal ob du Instagram öffnest Twitter TikTok Ich hab kein TikTok Welche Plattform du öffnest Jetzt scheiß YouTube Kommt nur Frauenbilder Ey, was kann ich denn jetzt dafür? Die haben uns hochgeladen Das Bild hatte 100 Likes 158 Und er sagt, er kennt sie nicht Ich kenn den nicht Welcher Frau, die 100 Likes auf dem Bild bekommt, kennt, also Oh mein Gott Er hat reingegangen Das war das erste Kopfballtor Das ist so scheiße, Digga Zuuuu Ne nicht Zu, das ist scheiße Das ist ein richtiges Drecksntor Wir machen jetzt einen Kaffee Zuuuu Zu, 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 Zu Ne Bilanz, Chat Der Strobel spielt hier viel schlechter als auf seinem Account Das war mal gut Oh mein Gott Oh mein Gott Das war mal gut Das war auch ein gutes Dribbling mal 5,2 muss überanscannet werden und ich brauche gleich ein Ladekabel Warum, wofür? Was? Nicht für dein Handy, oder? Doch, es geht bald aus Die Flugmodus Ich hab schon Oh guck, der ist nicht schlecht Ich hab schon Dings gemacht Wie heißt das? Stromspar Welches hast du, was hast du für ein Handy? Das Elfer Das nicht neueste Das ist eins davor Ich hole immer alle zwei Jahre erst wieder ein neues Wenn überhaupt Was gibt's denn gerade das neueste? 12 Oder Pro Max Ach, keine Ahnung Was ist das neueste Wurde ich im September eins mal vorgestellt? Wann ist gerade September? Ja, das Das hab ich nicht Siehst du schon das iPhone 13? Aber ist das 13 schon? Ist das iPhone 13? Da hab ich iPhone 12 Ja, ich hol mir mal Was hast du dann? 11 und? Ich hab iPhone 12 dann Ja, das hab ich ja auch Ja, siehst du Das haben wir uns letztes Jahr zusammen geholt Dann bestellt Ich wollte mir das Max bestellen Dann hast du gesagt, nee das ist zu groß Dann hab ich auch das Pro bestellt Normale Ja, geil Digga Ja, siehst du? Aber das gleiche Handy Handy Bros Ich wollte dich nur, dass du deine Hände vom Controller wegnimmst Das hat auch noch geklappt Aber ja Du schlägst, du faust das ein für Handy Bros Damit krieg ich dich hier interrupted in deinem Game Mhm Du bist so im Arsch, Mann Das ist aber auch geil Der hat diesen krassen Warner, ne? Der hat wohl eine Million kostet Der hat wohl eine Million kostet Das ist aber auch übel schlechtes Dribbling Weil irgendwie 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 Ich hab auch richtig wieder gegen die Latte gezimmert Guck mal, das kriegt der jetzt im Pro Wenn er verliert Warum denn? Das ist doch voll krank Das ist mein Ding für morgen Das ist dein Ding für morgen Soooo Ich bin der Teufel Nimmst du wieder? Jetzt fängt die Winning Streak an, Max Von wem? Von mir Nee Nee, ich bin Ich seh nichts, was ich nicht kann Und wenn du Wenn ich mit dich spiele, seh ich alles Was ich nicht kann Guck mal, das zum Beispiel Warum passt der nicht? Der wird festgehalten Der wird gefoult Es passiert nichts Nee Ist egal Solange ich hier Die 16 Siege für dich holen Wenn wir die beste Heute noch die beste Dings Belohnung bekommen Ist doch alles fein Das ist das Wichtigste Ja, stimmt Es ist einfach Nicht gut Es ist nicht gut Du kannst es mit Ben Yedda besser Ich verstehe das nicht Was kann Ben Yedda Was meine Spieler nicht können? Was ist es? Jetzt sagst du es liegt nicht an dir Aber dann laberst du Dann liegt es an dir oder was? Er hat 5 Sterne Weakfoot Das haben wir Aber dann hat er 9 auf Nuller auch Ich sag bis jetzt auf PS5 Haben die Leute krassere Teams Und spielen auch so All over all Der spielt scheiße Der macht einfach so viel besser nach vorne Der verteidigt scheiße Der spielt nach vorne Scheiße Der ist scheiße Digger Der Bar geht nicht rein Entschuldigung Ähm Ist ja egal, aber die verteidigen besser Als auf der PS4 Sag ich dir wie es ist Der ist drin Okay Oh Messi köpft ihn einfach vor sich Ich kack ab Alter Zieh doch die PS4 Dann machst du noch ein 18-2 wenigstens Er gewinnt doch gerade Er führt 2-0 Verstehe auch nicht Er spielt sonst besser Was Wow Du wolltest dem Gegner einfach den Ball geben Nachdem du einen schönen Angriff hattest Es geht mir gar nicht darum, ob er gewinnt oder verliert Er kann auch gleich gegen den E-Sportler spielen Und dann verkackt er Das ist ja voll in Ordnung Aber es geht darum, dass er Sachen macht, die ich nicht kann normalerweise Die macht er durchgehend, die wahnsinnig effektiv sind Und die macht er jetzt nicht Warum denn? Wieso machst du sie nicht? Mach ich doch, ja Wo ist der Zauber? Der Zauber ist verflogen Was haben wirst du? Du musst doch selber mehr, oder nicht? Ich hab ja sogar 2-mal auf dem starken Fuß mit Pelé Wollte doch gar nicht dann spielen Na, siehst du auch geschrieben Ja, ein Spielschiff holt viel besser Werner 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 Der kann sich auch einfach durchsetzen gegen den 2 Abwehrspieler Aber der kostet auch eine Million Ich spiele 5 Mal Aber nur als Invest Jetzt mach ich mal auf der Bank Das mach ich Das ist ein Pass, den versteh ich nicht Jetzt, Kinola Zeig mal was du kannst Ein schöner Pass in die Mitte im Totor Ja, wo soll ich da bitte in die Mitte passen? Weiß ich nicht, Kinola soll das machen, nicht du? Dann kommt so ein Holit Pass An Holit lieb ich alles bis auf seine Pässe, muss ich sagen Das ist so scheiße Das ist so scheiße Das ist so scheiße anzuschauen Oh, du das ist Eigentlich müsstest du mal gehen, die Leute spielen, dann müsstest du sehen, dass die eigentlich ganz gut verteidigen Die stehen halt gut, die spielen halt nur mit ihren Sechsern, du weißt doch wie krass das ist Ich versuche halt die ganze Ich laufe mit dem Ball auf den Spieler und Vieira lässt sich einfach prallen, dass er weg ist Boah, scheiße Ich bin froh, ich dachte, ich kann mir hier jetzt das Wunder von, keine Ahnung, von Bonn anschauen Das Wunder von Bonn wollte ich mal sehen Ja, siehst du Ist doch egal, solange ich das gewinne, ich habe danach eine 3er Winning Streak, ist doch alles fein Wie gesagt, so lange ich dann 10-1 Bei den Games, die du verloren hast, hättest du total gewinnen müssen, die waren wie scheiße Ja, ich habe auch Das war das Ebenbild von scheiße Ich habe auch bei den anderen besser gespielt als die, die am Ende nochmal Lack gehabt Jetzt hast du das zu machen, ich hätte viel mehr Torschüsse als die Das ist halt FIFA Ja, das ist der Dicke Egal, am Ende fragt keiner, wie du Meister geworden bist Wie gesagt, 16 Sieger sind das Ziel Was fragt am Ende keiner? Was fragt am Ende keiner? Wie du Meister geworden bist Doch, du bist doch nicht Meister geworden Das wollen alle wissen Das ist ein gängiges Sprichwort im Fußball Ist aber so, am Ende juckt es keinen Nein Und wenn du jetzt Meister bist, bist du Meister Ja, du stehst 5-2 Nein Das ist lange kein Meister Das ist das Ding Am Ende fragt keiner, wie du Meister geworden bist Sieger, du verkackst total Kann ja sein, wenn du Meister wirst Das ist gar nicht mehr gefragt Aber du spielst gerade um den Abstieg Oh, der hält den toll Das ist doch auch die Besten der Welt Das ist doch schon die ganze Zeit so Ich reg mich doch gar nicht mehr darauf Ja, siehst du, der schafft es einfach den Ball aus der Luft mit seinem Fuß zu nehmen Nach einer Flanke Ja, ich meine, wäre doch unfair Du bist so ein Dribbling-Monster normalerweise Aber hier spielst du einfach Nein, hä? Ist er Messi oder was? Nein, hä? Ich sage euch zum zehnten Mal, die verteidigen einfach besser als auf der PS4, hä? Ja, okay, dann wollt ihr das nicht hören Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, dass sie besser verteidigen als auf der PS4 Ist einfach so Und sein Team ist auch gut Er hat ein stabiles Team So, das war's Danach haben wir jetzt die PS4 wieder so, ich habe keine Bock mehr Hä? Irgendwann, bis ich einmal verliere Nein, nein, bis ich einmal verliere Nein, wir machen jetzt echt die PS4 wieder Ich will jetzt, dass Scherzschrubel jedes Ding 6-0 wegkloppt und der Gegner surrendert Wie wir das auch angedacht haben 18-2 will ich dich hier sehen Du denkst auch, dass hier alle Leute kein FIFA spielen können einfach Mein ganzer Chat sagt auch, dass wir lost sind, dass Scherzschrubel einfach auf der anderen Version spielt Da ist alles anders Ich mag das nicht Ach, guck mal Wunderschön Und wieder Wie ist der da schon so schön? Er ist frei Der hat Sprintboost Ja, wenn du mit dem Sprintboost facken Ich auch so hab, Junge Du musst mal Muauber zugucken oder Eldos Die machen nur Sprintboost, MAP und immer ein Tor MAP hat in der Situation zu dem Ball Einmal R2 antippen, Tor Hat mir Eldos auch gesagt Ja Ja Seitdem ich das hab, mach ich so viele Tore Das allererste, was er mir gesagt hat Ey, drück mal ganz kurz R2 an für den Sprintboost Guck mal, geht doch Ginole hat das Tor geschossen, ich will das erstes Tor haben Ne, ich hab sein zweites sogar Tatsache Echt? Ja, er hat vorher noch eins gemacht, als ich über die Außenränge Guck mal, da hat es sich doch schon gelohnt Was? Zwei Millionen für zwei Tore Krass Warte Ich finde das manchmal so krass, dass die Spieler vom Gegner einfach so deutlich in den Torwart reinspringen Das wird einfach Warum bleibt der stehen? War doch geil Ja und jetzt Und dann sagt mir bitte Nein, 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 nein Bro, der grätscht da einfach in den Schuss von Ginole rein Und dann sagt mir bitte, dass das noch logisch ist Und das passiert halt jedes Spiel zehnmal bei mir Und ich lass mir doch die Oh, wie der passt, ich sterbe Ich sterbe von den Pässen Dieses Spiel nicht gut Boah Aber wo fliegt dir noch der Ball hin? Der ist auch gleich da nach hinten Da nach hinten schliegt Du musst auch öfters passen im Strafwagen Ja, also Jungs Erst was schießen, dann passen Dann soll ich jetzt Also, jo Guck mal jetzt nochmal in die Mitte schnell Schön Da war das die Mitte Ja, ich hab... Ja gut, das war wirklich die Mitte, aber da stand halt keiner Geiler Pass Soll auf Pellé kommen und nicht auf Mbappé War auch so angedacht Wie gesagt, danach... Also ich gewinn das Game und danach hab ich eine 3-Aroning-Streak Ja? Ich sag ja Der Gegner spielt sooo schlecht Der Gegner ist Insta-Andy-FIFA Ist der schlecht? Der promotet sein Instagram, indem er... Indem er schlecht spielt Mein Gott, spielt er schlecht, den check ich direkt mal ab Uuuuuh Uuuuuh Das war gar kein Tinder-Wetchen mit deiner Farbe Was ist? Nichts Oh fuck, der ist weg Doch nicht? Da ganz außen ist G0 Ja, ganz oben Ja Oh Und direkt direkt Oh, das wär das doch Das wär schön gewesen, ja Ja Siehst du Mata? Das wär geil gewesen Jo, was, er hätte ihn fest? Ja, natürlich hätte er den fest Die Torwörter, die können sich hier in ihrem Strafraum frei gewählen und jeden Ball festhalten Das ist das nicht Das ist der eine Spieler, der ist immer hinten Und der darf da den Ball auch in die Hand nehmen als Einziger Die anderen dürfen das aber nicht Ja, aber er kommt so weit raus, weißt du Digga, wie der passt Also, da brech ich ab Das ist das Beschissenste Also, ohne Witz Wie hat's der geschafft, sich für die Weekend League zu qualifizieren? Wieder oben lang Sag mir bitte, wie der es geschafft hat, sich für die Weekend League zu qualifizieren Mit solchen Fehlpässen Hier ist er nach oben rum, Mata Ich wollte, dass du den wieder hochspießt Achso, ne, aber der wär nicht angekommen Boah, ist das scheiße, Alter Ja, was denn, hä? Was soll ich da noch machen? Soll ich da noch Das ist immer geblockt Ja, also Ja, immer geblockt oder gehalten Und das ist MAP Außenblech 10er Ich hab 1000 Torschüsse Aber dein Torwart hält dich ja auch, du Das ist fucking Ultrajaschen Flanken gehen nicht in FIFA Doch, er hat doch schon Torwart Es war ne Ecken und ein übelster Scheiß-Bug Also, hol das Abwehrmonster oder was? Weiß nicht, was für ne Aufstellung ist das Wieso hast du Hawk auf Mbappé? Kein Wunder Nein Chat, was macht man auf Mbappé? Hawk, volle Geschwindigkeit Nein, Marksman Marksman Das kurze Eck Warum mach ich ganz kurz zu schießen? Man spielt Marksman auf Mbappé, 100% Ey, Chat, enttäuscht mich mal nicht Man spielt Marksman auf Hunderter Geschwindigkeit, volle Chat, spielt man Marksman oder Hawk auf Mbappé? Sagt's mir Man spielt Marksman, aber Man spielt Marksman Man spielt Marksman, weil Man spielt einige Pros, die spielen auch Hawk Und ich spiele auch Hockey Okay, macht eigentlich gar keinen Sinn, aber okay Sogar, guck mal hier, V-Tracks Dein bester, dein bester VIP, sagt er Ja, aber Hawk geht auch, Leute Wenn ich 99 haben möchte, er hat leider nur 97, ich will 99 Ist doch egal, Junge, der hat so einen heftigen Antritt, hä? Ich will voll Hawk macht da fast gar keinen Unterschied mehr Von 97 und 99, doch Romatra Das ist so, als würdest du sagen, du fährst mit deinem Lambo-Spitzengeschnitten 300, willst aber noch 305 fahren Natürlich, würde ich sofort machen, das Upgrade Was kostet das? Ja, oder, nein, oder Oder du liegst zwar besser in der Kurve Oder du liegst endlich zuerst 300 und 305 Ist ja nicht so, Hawk ist ja alles Hawk ist ja alles Nein, nein, nein Guck mal, was Hawk alles bringt Wie viele Hawks hast du? Zeig mal, wie viele Du kannst ja nachher wieder Ja, du kannst ihn einfach wieder zurück machen Lass ihn jetzt Ja, der Kreuz, wie viele Hawks hast du? Du hast bestimmt wieder unendlich viele Sechs Stück Aber guck mal, zeig mal ganz kurz Hawk Guck mal, er macht perfekt Zwei Geschwindigkeit Zwei Schuss Und zwei Physiks Genau was er braucht Du kriegst aber noch Dribbling dazu Ja komm Dann lass ich den Hawk für dich Sei mal ehrlich, es ist okay Es gibt alles zwei Es ist okay Physik, Schuss und Geschwindigkeit Und zwei hoch braucht er auch, weil er hat nur 97 Ist okay Ich lass ihn Wegen, weil es mag sein Account ist Okay, wie verstehe ich jetzt? Sechs Zwei, ne? Was sind diese grünen Wichser? Ähm, boah, gute Frage Mach doch die PS4 Version, Alter Bei der nächsten Niederlage Und dann lass doch einfach mal eine PS4 anschließen Was für eine PS4 ist das? Ne, wir müssen die PS4 Version sowieso für mich runterladen Okay Weil ich will auch absurde auf der PS4 spielen Dein Dribbling ist auch Dings viel besser Du... Mit PS4 Control Du kennst das Spiel jetzt Nein, hä? Wie gesagt, bis ich verliere Ja, was bringt das denn? Du spielst, du gewinnst, aber das sind doch scheiß Spiele Hä? Du bist doch viel besser mit Ben Yadda auf deiner... Aber ich will auch, dass er noch eine Bugpfeife kriegt Ne Ich will, dass er jetzt einfach mal 18 Games am Stück gewinnt Hä? Habe ich die individuelle Taktik nicht umgestellt? Wieso ist Vera immer noch da außen? Hahahaha Ich muss jetzt mal schauen Hä? Ich hab das vor dem Spiel umgestellt Ich guck gleich mal ganz kurz Ja, mach erst mal... Pass mal zu dem hoch jetzt Geil Das passiert auf der PS4 wieso nicht? Natürlich passiert das da oft genug, hä? Das auch nicht Doch Ach, Max Das ist so krass Das macht's mal krass, als du bist Ja, du machst so, als würde ich nie Fehler machen auf der PS4 Ich mach... Oh, geil Oh, das wär's gewesen Das wär wieder ein FIFA-Tor gewesen Ein Pfiff Ne, okay, Messi ist doch außen Space Cowboys Space Cowboys Mhm Mhm Absatz, schade Der Ball wär nicht mehr angekommen Mach dumme Hä? Wie spielen die denn alle? Oh mein Gott Was? Okay Okay Jetzt hab ich alles gesehen, Max Das ist echt nicht die Schuld von Chip Stroblan Das ist echt nicht die Schuld von Chip Stroblan Da kann er nichts vor Da kann er nichts vor MAP kann nicht mit links schießen Lernt das Spiel bitte Einmal Ballrolle und reinchippen das Ding So ne Scheiße Reinchippen vor allem, dass ich mit dem Torhaut rauskomme Mit der Position müsste, keine Ahnung Mit links nicht Mit rechts macht den auch nicht Aber da hättest du auch nochmal Sprintbus machen können, oder? Ja, aber der war schon beim Bayern, deswegen Ach fuck Oh Komm Komm Prolid Tor Schade Tor Max ist so sauer, das macht das viel besser Der Typ ist schon so aggressiv Der schmutz schon immer so einen Schnaufe wie der Gräufe, was ist so eine Mähne in deinem Gesicht Das ist so geil Der hat die quasi von oben angegriffen, Alter Das ist er Aber der Schuss war auch also wirklich War wieder mit links und aus einer scheiß Position Und Ben Yerder wäre er wieder drin gewesen Ben Yerder wäre aber auch nicht so schnell vorbeigekommen, weißt du? Das ist halt der Nachteil Das ist der Nachteil Er steht echt 0-0 wieder Der Typ macht wieder solche Drecks Guck mal, was macht der denn da? Das war for real im Pass Er sieht vor mir, okay, Maldini ist vor mir Oh Scheiße, da bin Maldini reingepasst Also bisher war noch nicht ein Die Leute, die richtig krass dribbling können Und so richtig geil spielen War noch nicht ein Brecher da Noch nicht ein Brecher als Gegner Ich hab wieder passend gedrückt Aber hollig willig Was? Haaland, der kostet 10.000, 0-1 Entschuldig Haaland kostet 10.000 Ja, und ich weiß auch nicht, warum dein Spieler nach links läuft Obwohl ich ihn nach rechts drücke Also ich hab meinen Stick nach rechts gedrückt Warum macht er einen Ausfahrschritt nach links? Was ist die Version? Nein, das machst du nicht die Version Okay 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 Entschuldig Nee, aber ich weiß auch nicht, was du da immer machst Komm, komm, komm Ja, sag mir, was ich da anders mache Ich auch nicht, aber irgendwie muss es besser gehen Und das ist es nicht Ich kann den Ball nicht reinspielen, weil er schräg wieder abgefangen wird von irgendeinem Oh, die Pässe, ich brech ab, Alter Oh, die Pässe Oh, ich hab richtig Sod drin, wie er hier spielt Okay Ja Vielleicht kann das auch von den zwei wunderbar sein Ich hab ja 300% und keine G33, ne? Und er hat eine Torchance Wir sind keine 100% Natürlich sind es 100% In echt ja, aber nicht in FIFA Hallo Doch, ist es nur 100% Wir sind in FIFA 22 Da machst du keine G33 Warum läuft der nicht da hin? Was macht der Vollidiot? Junge ist so schlecht, der Typ Wenn du verlierst, gibt's die PS4-Version, gell? Verliere ich aber auch nicht Dann wird hier PS4 runtergeladen Danach wird auch die PS4-Version runtergeladen Nein, ne? Du zauberst auf der PS4-Version Oh, nerv mich jetzt Nein Mit Ben Yedda Mit Ben Yedda fickst du die Leute Live im Stream Ich hab dir zugeguckt Du hast mich 4-0 weggeklatscht Chancenlos Das ist so krank, wie gut du bist Deine 16 Siege in der Weekend-League Mit Martial und Ben Yedda Und Fekir What the fuck? Fekir ist krass Ja, aber das ist jetzt Das ist 50% Das ist Sparflammstrobe hier gerade Das ist nichts Ich finde auch, dass der PS4-Controller viel besser in der Hand legt Was? Was ist denn in der Version, du Fekir? Fekir neben dem Controller Das hab ich nicht Nein, das hab ich auch nicht gesagt Ich glaube, dass er besser in der Hand legt Und das hier auf PS4 besser verteidigen So, das ist das Einzige Guck's dir an Das hat doch nichts mit verteidigen zu tun Digga, er spielt auch wirklich Ich glaub wirklich, der spielt mit seinem Arsch Ich glaub, der hat sich aus für sich aus dem Controller gesetzt auf die Couch Dann ist die Placer angegangen und erst der Weekend League und sitzt auf seinem Controller und liegt 1-0 gegen vorn gegen Chef Strobel Der weiß doch irgendwann, dass der Playstation an ist, Alter Versuch du das doch auch mal Setz dich einfach auf deinen Controller Oh, das ist doch noch mal Das ist aber so richtig kippt, dass der im Arsch spielt Das wär der drin gewesen Das könnte wirklich sein, vielleicht liegt's daran Mach mal den Bildschirm aus und setz dich auf den Controller Was ist das für ein Pass? Was ist das für ein Pass? Dreieckspass Dreieckspass von Pelé bei G0 an den Lauf Das ist der Ball in den Lauf Ich geh Kopfhörzen, Max Ich glaub, du hast mir noch nie Da hast du mir schon mal FIFA dazu geschaut Doch, hab ich ja Und? Ja, hä? Irgendwas soll ich denn machen? Ich hab drei hundertprozentige und keiner geht rein Das sind keine FIFA hundertprozentige Oh ja, okay, wenn du was sagst Sind das für dich FIFA hundertprozentige? Ja, so welche gehen bei mir rein Andere Frage Wenn sie hundertprozentig sind Warum sind sie dann nicht im Tor? Hast ja gesehen MAP schließt vorbei Also du hast jedes Du hast jedes Game Vierhundertprozentige nicht reingehen Sind das dann vielleicht keine hundertprozentige? Wenn du jedes Game Viermal eine hundertprozentige hast? Ich hab bis jetzt jedes Spiel Also mehr mehr Torwartung bekommen Hundertprozentig bedeutet, dass die drin sind Chef Stove Nein, hundertprozentig heißt, dass sie eigentlich reingehen muss Aber sie nicht reingehen Also ab und zu nicht reingehen Du hast jedes Game vierhundertprozentige, Alter Nach deiner Rechnung müsstest du jetzt irgendwie schon 2700% Tore haben Ich versteh das nicht Wieso stehst du noch nicht 12-0 nach 8 Games Wenn du so viele hundertprozentige hast Die sollten rüber gehen ins nächste Game So hundertprozentig sind die Hundertprozentig scheiße, meine Schiffe Oh Mann Ich krieg immer Bock selber zu spielen, wenn ich zuschau Aber dann spiel ich selber Und dann hab ich gar keinen Bock mehr Nach zwei Games Jetzt erstmal hier noch das Game drehen Ich muss auch gleich mal wechseln Vorur und Fetze Verkackst das einfach Der spielt auch so scheiße einfach Also da hab ich bisher noch nichts gesehen Ich sag's dir ganz ehrlich, du bist Division 6 Ich bin die Wies Ach ne, ich bin die so ein Fünfziger Oder? Mit Glück könnte Romatra gegen ihn gewinnen Ich gewinn gegen den Trust Struhe spielt grad echt auf 20% Und will die Version nicht tauschen Weil da irgendjemand was beweisen muss Finde ich aber gut Lass mal FIFA auf PC spielen Mal wieder getunnelt Komm mal rein Lass mal P auf PC spielen Mit Maus und Lassatur Und dann mal gucken Ob du 20-0 machst Im ersten Game Diese Ich hab auch irgendwie Bei dir fehlt irgendwie das Mittelfeld Ich weiß nicht Hol's doch Hol's doch Kauf's Stell auf die Formation Das sind alle Freiheiten Schön Das ist immer P so vorbei Sprintboost Und wenn Lass Elders zieht Zählst du wie der Sprintboost funktioniert Mit Messi Weißt du was Sprintboost ist? Ja, R2 antippen Hast du mir vorhin gesagt Oh Fass es nicht Oh, es ist Oh Es ist wirklich Ihr macht so Als würde mir das auf der PS4 nie passieren Mir passiert das auch oft genug Auf der PS4 Digga Du würdest mit dem Typ mit deinem Team 4-5-0 vorne liegen Oh Und das sind halt die Pässe Einfach nur Ein Vor allem ihr passt euch den Ball quasi gegenseitig zu Es ist wie als würdet ihr miteinander spielen Der passt jetzt wieder nicht rein Pass auf Der passt jetzt einfach nicht rein Oh Oh Das gibt so nützige Wackpfeife Ey Scharabi Kann der was? Der ist grün Scheiße Ja siehst du Pass kommt nicht an Was soll ich machen? Ich drück X Der passt ins Leere einfach Der passt ins Leere einfach Wenn das erste Wenn das erste Tor drin ist Nach der vierten, fünften Minute Ist das Game eigentlich schon durch Ach so ein Scheiß Der krammert man immer Nein Ja Er autoblockt den Ball nicht Er hat ja vorbeigesprungen Also du hast ja gesehen Nein Das ist immer das beste Team der wohnt Mit einem der besten Spieler Junge Junge Jetzt machen wir Backpfeife pro Torreferenz Aber nicht so viel So wieso holt der Typ Messi ein? Wieso holt der Typ Messi ein? Das ist nicht so schnell Messi ist schwach und klein Und wieso läuft der mit dem Balance aus? Ach scheiße man Ich muss euch sehr aufhören sich Ich muss doch meine komplette Aggression kanalisieren Du schießt keine drei Tore mehr Doch Doch du kannst es schaffen Push dich Jetzt schnell halt ein Anschlusstreffer Ja es ist Junge es läuft doch gar nicht Ich drück halt eins und Pelé läuft einfach nicht Ich brauch jemand zum Anspielen Wie soll ich mit MAP durch vier Leute alleine laufen? Ja Spieler du musst auswechseln Du hast keine Ausdauer mehr Das ist doch nicht da ran Alter Guck dir auch den Pass von Messi an Alter Max setz dich hin Entspann dich bitte Mach nicht noch mehr von meinen Fensylien kaputt Ich bin vorhin hier lang gelaufen So So Als ich hier war Ja Hat sie fertig gezogen Okay Das ist in Ordnung Nein Nein Das war mit Sekunden übergeklebt Ich geb das wieder hin So ist ja nicht Ich bin überrascht Dass das überhaupt unten kaputt gegangen ist Ich dachte das ist oben als erstes kaputt Ey du bist doch nervös Was machst du? Ja ich kann mir das nicht angucken Du hast keine Ahnung glaube ich wie gut Chef Strugel ist Doch ich schau schon drüber Ich denke auch 80% des Chats wissen nicht wie gut Chef Strugel ist Aber schießt man da Max? Schießt man da Max? Natürlich Schießt man da Max? Es ist krass als dann eine Traumparade kommt Und da kam auch die Traumparade Ja Witzig 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 Schießt man da Max? Ja schießt man nicht Schießt man da? Mit MWP natürlich Das sieht aus wie ein guter Schuss In echt wär das auch super Aber nicht mit FIFA Wow wie kann man so ein Hurensohn sein Übst du schon mal? Das ist die richtige Mehr aus dem Mehr aus dem Mehr aus dem Ich schwöre Ich schwöre wenn ich sehe was Also wenn die Gegner Wenn Chef Strugel hier so struggelt Dann habe ich das Gefühl Dass ich es auch in die Wiggen League schaffen kann Ja Ja ist so Chef Strugel spielt mit seinem Free2Play Team Auf der PS4 Version Von 16 Siege Spielst mit dem besten Team der Welt Auf PS5 Aber dann Schießt Scheiße Passt Scheiße Ey 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 Dann lad doch so lange runter Aber dann kannst du dich auch so lange ausstecken Oder dann kannst du dich auch so lange die PS4 anstecken Du steckst doch jetzt nicht alles um Das ist doch nur ein Kabel Nur ein Kabel Wir spielen Die PS4 Version Häh? Auf der PS5 Ja richtig Was? PS4 Version auf der PS5 Entspann dich Komm runter Okay Verstehe ich nicht Dass ich einfach die PS4 anschließen kann Du darfst deine PS4 nicht anschließen Warum denn nicht? Ich muss ja auch meine Wiggen League mal spielen Meine Freundin hat gesagt die will das nicht Dass sie in der PS4 angeschlossen wird In der Haushalt Gut Jami kann mal so ein Hurensohn sein Ohne Spaß Keine PS4 in diesem Haushalt Fuck it Ja hab ich verloren Scheiß drauf Aber gib zu Ich hab halt viel Scheiße gespielt Ja hä? Ich hätte auch am Anfang die besseren Tormöglichkeiten schon wieder Und sie gehen halt nicht rein Drei Stück Und dann spielt er auf Zeit Und auf Zeit hat er wirklich nicht lange gespielt Der steht 3-0 vorne Der hat vielleicht insgesamt 5 Minuten am Ziel Nein Ohne Witz Ich verstehe nicht warum ich mich bei den PS4 anschließen darf Ich meine Das ist einfach nur die Elgato dran Und meine Dings dran Dann ist sie schon um Ja aber das mag ich ja nicht Wow Alter Lass mich doch die PS4 lassen Er hat 5 Schüsse Er hat 5 Schüsse Er hat 5 Schüsse aufs Tor Er hat 5 Schüsse aufs Tor Davon gehen 3 rein Ich hab 6 Schüsse Davon geht keiner rein Kannst du mir erzählen Aber du verschießt wie sie nicht in FIFA reingehen können Das ist lächerlich Nein Das ist lächerlich Ok du entspannst dich jetzt kurz Und dann kriegst du Backfall Dann muss ich mich bei dir auch anmelden Ich hab keinen Bock drauf Das dauert eine Minute Mach ich nicht Wie geht das Wie geht das Wie geht das Wie geht das Was ist das Mach du bitte Lad du PS4 Was ist das Lad du die PS4 Version bitte runter Nicht jetzt meine Mail oder so ein Scheiß liegen Was machst du denn da Ich mach gar nichts Erstmal machen wir das hier aus damit ich nichts leak Hast du irgendwo für mich den Stecker Äh äh Du musst draußen schauen sorry Ich glaub hier drin ist Oder Da ist doch eins Da ist tatsächlich Als ob du dein fucking Studio Büro Kein Ich will also ich sag's wie gesagt Was ist das da für eine Pflanze an der Wand Weiß ich doch nicht Die sieht tübsch aus Und hält das zusammen Ok Home So wie lad ich jetzt Hä wie 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 Das darfst du nicht Das darfst du Nein Aber nicht jetzt Könntest du es schaffen 15 Siegel Auf deiner PS4 zu machen Wenn du sie jetzt anschließt Aber ohne Bildschirm Ja Ach ne die PS4 Version muss ich ja Am Handy irgendwie runterladen Oder so eine Scheiße Was Lars Dann mach dann mach dann mach Komm lad die PS4 Version runter Was ladest du Drückst hier drauf Ja Information Hinweise zu geistigem Eigentum Ja So hier siehst du ab 0 Jahre Kindersicherung Dann gehst du in den Shop ganz normal Wie jeder normale Mensch Du kriegst es grad selber nicht hin Shop Der war links Hier ist der Shop Ja Store heißt er Richtig Dann gehst du auf Foot Hier oben ist Bibliothek Wo ist das Bibliothek Du Du kriegst es grad überhaupt nicht hin Max Bibliothek muss man sagen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Deswegen habe ich dir den Controller gegeben Weil ich nicht weiß wie es geht Ah PS4 alle Spiele Guck mal Das ist es nicht Ey dann lass uns aber schnell die PS4 anschließen Nein Nein Die PS4 wird erst aller PS4 Morgen wird die angeschlossen Das ist Das früheste wenn du eine PS4 bekommst Das ist morgen für Glück Können uns PS runterladen Nein lad die bitte nicht PS runter Vielleicht hast du ja auf PS20 Siege Hier ist nicht schief Ja Schnellschrube Komm sofort hierher Hol dir doch PS Options auf Spieleigen Schreibt da einer oder so eine Scheiße Leute wo kann man das denn runterladen Wieso sind wir auch immer Subchat Hier schreibt gar keiner mehr Das ist ja ein Albtraum Playstation Plus nicht Playstation Now nicht Medien Auch nicht Remote Play Genshin Impact Da ist die Bibliothek Wo ist jetzt FIFA? Da Zack Aber ist das nicht die Ah hier da Options da ist das jetzt Produktanzeige Version auswählen Version auswählen Da PS5, PS5, PS4 Wie unterscheiden sie sich? Da sind jetzt 3 PS4 Versionen Ich will die linke erstmal nehmen Download ja Download FIFA 22 Download läuft Ist PS4 ne? Ist PS4 ja Dann gehen wir jetzt zurück in die PS5 Version Wieso ist das jetzt das Control Center? Alter was ist mit deiner scheiß Playstation Alter Ich weiß es nicht Fuck you Mach wieder an okay Kamera wieder an Zum Spiel Wo ist Chef Strubel? Ach wen schreibst du? Ähm Krummste Krummste So jetzt gehts los Leute Duell für ne Bugpfeifer Sto Strubel kriegt ihr noch eine? Ich weiß auch den kriegst du jetzt direkt Ja komm Von Matra oder? Ne von Max Von Matra das hast du einfach gar keine Dann kriegst du jetzt sozusagen zwei Setz dich bitte Kriegst du den hier in den Po? Auf den Bugpfeifer sind die andere Seite die noch geholt hast Setz dich bitte Welche anderen zwei Sachen Setz dich bitte Ach so ja Fullscreen So ja Wenn ich mach so wie du gespielt hast Halt das Maul Junge Wir übertreiben dich Okay Fullscreen kurz an Wirst du wie doll als die erste Warum? Hä? War das so doll? Die erste war schon gezimmert Warte das ist die falsche Früge Gezimmert? Seine war Lash Aber deiner hat schon gezimmert Bei dir ist auch ein bisschen mehr Gewicht dahinter Dann mach ich mir auch so hin So Was hat das zu tun? Ey wir machen doch eh noch einen Packdool Vielleicht verlieg ich auch mal Dann kannst du mir auch eine zurückzimmern Komm 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 So denk an das 3-0 Warum hast du die ganze Zeit die Scheiße in der Hand? Das ist voll peinlich Nein die kriegt ja jetzt Der kriegt jetzt die Bugpfe So denk an das 3-0 Dass du noch mehr pisst bist Und dann kriegst du deine Bugpfe Und du es noch mehr pisst Okay? So Die wird jetzt ein bisschen herber Als die erste Warum eigentlich? Ich werde übertreiben dich Ich werde übertreiben dich Ich werde übertreiben dich Aber es ist so Ich werde übertreiben dich Du bist total verzweifelt Ist doch nicht so schlimm Oha Hoffentlich blut ich Dann bist du gebannt auf Tour Als ob du blutest So auf der Bugpfe Kann man gar nicht bluten Weiß die Zähne Du musst die Zähne schließen Weiß zusammenbeißen Ja? Hol mal kurz deinen Mundschutz Hey alter komm schon Was ist das? Mach Weiß zusammen Zunge hinten Mund vorne Die Kamera gucken Du hast gerade 3-0 gegen die größte Pfeife verloren Ja Mach Ja Bist du sauer richtig schön wenigstens? Ja ich bin selber sauer Ich sag's ganz ehrlich Bist du nicht weniger sauer Wenn du jetzt hier eine Backpfeife fängst? Mach Bisschen mehr als die erste Okay? Deine war scheiße Ja deswegen darf ich jetzt sagen Das geht gar nicht Dafür kriegst du auch noch einen Setz dich gleich als nächstes hier hin So eine scheiße Okay? Versuch den Schmerz zu ignorieren Wenn er gleich kommt Okay? Ja? Bisschen mehr als die Bisschen mehr müssen wir Das ist so Das ist das Format Das haben wir nie gesagt Ach Digga Fandest du dich zu doll? Mach einfach Es laber nicht so viel Okay bereit? Es ist schwierig Es darf auf gar keinen Fall zu lasch sein Aber ich will jetzt auf gar keinen Fall zu doll machen Aber es muss dir schon ballern Du musst so denken Holy Shit Das auf jeden Fall Okay? Okay bereit? Guck mich der Bein nicht an Guck in die Kamera einfach So eine Scheiße Warte, 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 kurz Okay Komm schon, das schaffst du Weckst du weg? Locker, Alter Das ist doch für dich kein Problem Bereit? Können wir das bitte nochmal sehen In Slow Mo, bitte? Aber die war auch nicht so fest Ich glaub die allererste war fest Die hat mir mehr weh getan Echt? Ja, die hat mir mehr weh getan Weil sie richtig schön getroffen hat Die hat mir so auf der Hand weh getan Sehr gut, Chef Strubbe Das ist gemein Die erste hat einfach mehr geklatscht Weil die hat mehr weh getan Ja, das stimmt Let's go Let's go Pack Duell Mach die Szene-Switchen Schnell Wir sind ja echt mit 20-0-Einstellung reingegangen Ja, pass auf Wir sind ja auf dem E-Sport-Trip Da waren wir kein E-Sportler Wir hatten die scheiß Nächste aufgemacht Richtig? Das ist ja ein bisschen junger hier War übrigens eklig Lass doch offen Lass doch offen Nein, zumachen jetzt Schnell zumachen Ist nicht zu Mach bitte zu Wieso zumachen? Jetzt neues Format Pack Duell Gehen wir jetzt Mach du einfach los geht's Oder mach Tutorial überspringen Mach mal Kreis Und dann Viereck Die Ecke Was? Was macht das Ganze? Du musst auf Home drücken Links Downloads Muss ich hin Da Noch 41 Minuten Was? Jeder 100 Packs? Oder was? Wie viel ist 100? Wie lange dauert das? Ich weiß es nicht Können wir nicht einfach so Packs ziehen? Nein! Ich mag jetzt nicht um Backpfeife spielen Wieso denn nicht? Weil ich nicht um Backpfeife Ich hab grad schon eine bekommen weil Als ob du jetzt nochmal verlierst Natürlich verliere ich nochmal Ich hab nie Glück Jeder 50 Packs Das ist gut Das sind 150 Packs Das geht schnell Immer 10er, ja? Okay Immer 10 Stück einer Okay immer 10 Stück einer Oh es geht um eine Backpfeife Wer den Wertlosesten Spieler zieht Wer den Wertlosesten, beschissensten Spieler zieht Okay let's go Geht er 50 Packs 10, 10, 10 immer Scheiße nichts Gar nichts Wo Matra kneift wie schlecht Ja stimmt's Wieso leht das hier so langsam bei dir? Zack, zack, nächste Boom, zweite Ich krieg auf jeden Fall meinen ersten 10 Walkout Das ist klar Das war immer gar nichts Ich will einfach Ich werde mit dem gewinnen Alberto Moreno Ich werde mit dem gewinnen 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 Weil wir so scheiße ziehen Kaukt meine Kaukscheiße kommt jetzt echt von Cheffroso Performance Mein auf jeden Fall auch Viertes Wieso hickst du denn jetzt? Was soll ich machen? Ich hickse halt Digga, ich hab noch nicht einen Boardspieler gezogen Was ist das für eine Scheiße? Kuka Kuka meint das Jetzt kommt das fünfte Ich zieh gleich nochmal dran Das ist nicht ein Board Das ist nicht ein Board Nicht ein Board Das ist erst fünfte aufgemacht Das sind jetzt acht Euro die du verballert hast Das sind drei Mittagessen Sechs Für nichts Ich esse die Systeme sehr Das macht mich übel sauer Jedes Mal wenn ich den beim Ziehen zuschauen werde ich übel aggressiv Ich schaue dir auch nur beim Spielen zu Ich habe den noch nie beim Ziehen zugeschaut Sieben Also der ist jetzt der siebte Wie ein Boardspieler? Warum lachst du so doof? Ja, du müsstest auch im Spielerfest machen was dann wert ist, ne? Ja, bis jetzt ist verloren Können wir auch alle verlieren und dann geben wir uns so ein Dreieck eine Backpfeife Wenn nicht ein einziger Boardspieler kommt oder ein Boardort Zusatzregel zieht jemand die Ikone und kriegt dann direkt eine Backpfeife Nein Finde ich geil irgendwie Seid ihr dabei? Seid ihr raus? Nein, bin ich nicht dabei, bin ich raus Wieso denn? Wir ziehen für dich eine Ikone und dann kriegen wir noch eine Backpfeife Ja, das ist das Geile Ne, das ist scheiße Jetzt haben wir noch ein Pack, Digga Was war das denn? Nicht ein Board? Letztes Pack ist für mich gleich Mein bester ist Kampel Kampel? Letztes Pack für mich Von den 10 von 50 dann Nicht ein Board Nicht mal selten, nicht mal selten, Max Das ist mein bester Korcher Iglesias Der hat 60 Tempo Ja, ist mein bester Shadow hast du gerade abgestoßen, aber ist egal, ja Let's go Zehn Stück, komm, pushe dich jetzt ein bisschen Pushe dich jetzt mal Es kommen Ikonen Krass Entschuldigung Nicht einmal Board Nothing, Alter Tunchenko Ohhhh Impfpunkt? Boah, der schlechte Karl Leder Egal Zehntausend Deutliche Führung Ist in Ordnung Oder ist der Zehntausend noch? Gucken ganz kurz Der hat 64er Zehnpunkt Wieso, der zahlt für den mehr als Zehntausend? Okay, 10k schonmal Das schmeckt schonmal Wieso werden die überhaupt angeboten auf dem Transfermarkt? Da kann man doch gar nicht Oh, was? Back to back Das ist eine Scheiße Ah, den kenn ich, der ist nicht gut Taremi, mehrfach gezogen Auch nur 10? Ja Ja, safe, guck dir mal an Okay Egal, 10 So Das vierte Pack jetzt, ne? Mods können wir nochmal aus dem Subjet raus Ich hab nicht einen Board gehabt Du kriegst einfach zwei Info-Spieler Ist schon ganz schön krass Ey, du musst dich abstoßen, ne? Ja, war genau aus Versehen Ja, war genau aus Versehen Nee, ist doch genau aus Versehen Aber Fünf Das ist die sechste Das ist die sechste Ich könnte das, wenn Romatra richtig bad zieht Dann fackt das am meisten ab Sooo Das hab ich halt gelesen Scheiße Was gibt's jetzt? Wie alt ist deine Ingame-Mucke? Wie alt? Wie laut? Wie laut? Eigentlich nicht laut Das ist die perfectly balanced Das ist eigentlich balanced halt, ja Das ist die Ingame-Sound schön balanced Warum lachst du? Keine Ahnung, das ist das erste was ich guck Lese das Hund Max Das achte Babel Ja, verdrückt Er hat sich einfach alle ins Team gepackt Ja Ein Haufen 70er Das Geld ist Die krieg ich nicht die Coins für die Leute Das sind jedes Mal 400 Coins oder 1000 Coins Na ja, 2000 x 1000 Coins 200.000 Coins Ja, das passiert schon so oft Das ist das Oh, ich hab ein Pack freigeschaltet Kein Freispiel Wann ist das letzte Pack von dir? Jetzt Jetzt kommt dein letztes? Ja Ja Komm, Walkout bitte gönn Hey, du hast schon zwei Walkouts Ich hab dir deinen 10 Pack Oh Gott Spanien Scheiße Ja Ja Axi Palenta 62er Tempo 4eck 4eck Aufm Transfermarkt anbieten Der steht 4eck Bereit zum Spielen Ja Wie viel ist der Wert? Guck halt Verkaufen und dann sagen die Leute das Wie trägst du es doch da? Verkaufen, nicht wegstoßen 4e3 Ja Ich hab sie verkauft Ach, ich hab ihn weggestoßen 4e3 Mehrwert gewesen Spann dich Es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir leid, okay Vielleicht kann ich es nicht verstehen Das dritte Mal, dreimal Abstoßen an der Box Ich hab meine 7 Millionen Coins Dadurch bekommen Dass ich so welche Spieler verkaufe Wie stützt sie ab? Ich nicht Oder hast du es dadurch bekommen Dass du 20.000 Euro gecashed hast Ja Und dabei diese Spieler verkauft habe Es tut mir leid, ey Und damit kriegst du mal an der Box Ja Wie viel Respekt war das? Viertes? Viertes, ja Was ist das für ein Scheiß? Highclination Wow Anirate Ich freu mich immer Peruanische Aryan Ich denk mal Scheiß, alter Dann weg damit Aber eigentlich musst du auch dein Shell verkaufen Das sind immer 5k Die flüttent Mach ich eigentlich auch immer Mach ich immer 99% meiner Shellos verkaufe ich So Das ist Fake 6 gewesen Ähm, bis jetzt kriegt Max die Backpfeife, das ist ganz geil eigentlich. Ach, da wird noch alles was kommen, wir werden alle infomäßig gleichziehen. Denkst du? Das ist Pack 7. Ich weiß gar nicht. Warum machst du so langsam alles? Weil ich Angst habe, dass ich wieder irgendwie ein Abschluss selber was wert ist. Jetzt kommt Pack 8. Wieso machst du, wieso machst du? Weil das so bad ist. Das ist der Strohwell, ich werde nicht wegdrehen. Ja, irgendwie muss ich ja die ganze Zeit meinen Insta einloggen, nirgendschwanz. Das ist 9, jetzt kommt Pack 9. Oh, war da was? Nicht so schnell, Masken. Ja, ich habe zu schnell geskippt. So bad, Alter. Leute, wir machen ein Pack-Duell, jeder zieht 50 Packungen. Wer den schlechtesten Spieler zieht, kriegt eine Backpfeife. Fertig. Das letzte hat Omatra verloren. Ich würde es fühlen, wenn er noch mal verliert. Wie soll ich ihn dir geben, dass du nicht aus Versehen irgendwie dein, keine Ahnung. So, 10 Pack, da kommen ein Elftes. Jetzt mache ich 11 bis 20. Ich habe bisher noch keinen Bautspieler gehabt. Kein Inform, gar nichts. Warum lachst du? Weil der Chat immer sehr, sehr geil ist. Warum? Ja, der Chat ist so sauer. Nook QB. Ich habe einen steifen. Mit Ausrufezeichen noch. Ja. Aber die Animation war letztes Jahr doch sogar besser, oder? Ja, ja, das war viel geil mit dem Reinfahren. Das war irgendwie spannender. Wieso ist dein Internet hier so langsam? Ich habe scheiß Internet. So was willst du jetzt da nicht? Guck dir das doch an. Das war 4.3 schon, gell? Mhm. Drei Schwarzpacks hast du schon gezogen. 13. Das stimmt. Jetzt kommt das 14. Kein Wort wiederbekommen. Hunter. Hunter. Das ist für 3.000? Ja, muss man machen. Der Shop muss frei bleiben. Aber der geht auch für 4.000 weg. Ja, der geht auch für 4.000 weg. Nicht am Wochenende. Ich habe ein Reinfeld verkauft. Ich würde es lachen, wenn du bei dir gebannt wirst, wenn du das Coin schieben wirst, wenn du das Coin schieben wirst, wenn du es zu bürdig aufmacht, den Leute sie die ganze Zeit kaufen. Aber es tut mir leid, es ist mir leider auch permanent vom Transfermarkt ausgeschlossen. jetzt kommt 15. Was wolltest du sagen? Schwanz wollte ich sagen. 16. Pack kommt jetzt. Aber irgendwer freut sich immer richtig über den Hunter 53. Man macht ja auch ein bisschen Gewinn, ne? Ja. Bisschen. Shadow. Jetzt wird 4.000 reinstellen. Der ist auch direkt weg. Und der ist jetzt weg. Jetzt. Der ist jetzt weg. Du gehst jetzt schauen und der ist weg. 100% weg. Ja, siehst du. Die Coin kamen bald schon. Junge, die sind doch dauerhaft am Snipe. Man bleibt sagen, ja. Shadow kostet 5k. Und wenn du den unter 1k reinstellen, selbst wenn du die 500er weniger reinstellst, ist der weg. 18. Pack. Oh, Bord. Spanien. Scheiße. Gott. Der Ant. Antrelinios. Scheiße, du bist übel hinten gerade. Pack 19 ist das schon, gell? 19. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Da will ich so einen richtigen Schimmel in Form bekommen. Und du sagst, du gehst im Schnitt mehr als 5.000 pro Pack raus. Im Schnitt, ja. 20 Packs. Viel Glück. Danke. Das würde mich so sauer machen. Stell dir mal vor, du butterst da dein Taschengeld rein oder so. Das waren ca. 20 Euro, oder? Mhm. Ich verstehe das. Ich kann es nicht verstehen. Wenn 11 ist. Oh Gott. Ich kann keine Bug-Pfeife kassieren. Ich verliere so ein Format nicht. Oh, bestimmt du kassierst eine Bug-Pfeife. Du darfst sie geben. Ja, wir sind ja nicht nur bei der Hälfte. Das stimmt. Wir sind nicht auch. Oh ja, stimmt. Turbo-Riegel, wenn man eine Icon zieht, darf man den anderen beiden eine Bug-Pfeife ziehen. Wenn man selbst eine zieht oder was? Wenn ich wirklich eine Icon ziehe, dann raste ich raus. Okay, dann können wir machen. Derjenige, der eine Icon zieht, darf den anderen beiden eine Bug-Pfeife geben. Ja, das ist gut. 13. Nix. Ich soll aber vielleicht noch ein paar Verträge machen, wenn ich wieder einen Verein holen. Schnauze. Genau, nicht. Das stört mich, die Sachen mit beiden eigentlich. Das nervt doch mehr. Du siehst es doch nicht. Es lädt langsamer danach. Echt? Es lädt immer langsamer, wenn du es reinpackst, ja. Und den öffnest und so. Es lädt jedes Mal langsamer. Und was bringt das? Was würde das mir jetzt bringen, wenn ich jetzt 1000 verschiedene 74er habe? Die jeder, wenn man ihn abstößt, 50 Coins bringt. Ich bin auch die Verträge. Und irgendwann hast du sie alle. Weißt du, ich meine, irgendwann sind die eh alle rechts dabei. Weißt du, ich meine, irgendwann steht da eh Duplikat, Duplikat, Duplikat. Du kannst alle abstoßen. Ja, und dann ist doch das Gleiche. Siehst du, kann ich sie denn jetzt schon abstoßen? Nein, aber dann kriegst du die Verträge jedes Mal. Dann tust du alles, dann tust du alle Verträge in dein Ziel. Einmal 1000 Verträge kaufen, wie für immer welche. Hunter. Ah, tut mir leid. Das ist zu spät geworden. Was war der beste Spieler? Jordi Alba? Ja, Jordi Alba. Aber deine Informs. Ja, die Informs sind mehr wert. Die waren noch schlechter, aber sind halt mehr wert. Ich glaube, ich habe noch drei Packs jetzt noch. Noch nichts gezogen. Chillig. Chillig. Zwei noch. Das ganze Tag spart sie jetzt für mich auch. Ich ziehe jetzt hier gleich was richtig krasses. Weil du Vereinswert pushtest, ne? Wenn du die Sachen drin hast. Scheiße auf Vereinswert. Oh, Horst. Frankreich. Z.O.M. Scheiße. Fick hier. Ist dir nichts wert? Ja, ich glaube nicht. Stell dir viel ist der wert. Ich meine, ob du transfertest, oder? Ja, das ist ein bisschen mehr wert. Oder nicht? Mach doch. Du hättest dich schon längst auf den Transfermarkt gestellt. Ja, man hat schon längst. Du hättest dich auf dem Transfermarkt, chillt mal langsam. Ja, aber für einen, also der wird der... 2500 kostet der nur. Und der Turbo-Fair geht ja orange, nur so viel. Ja, aber jetzt war halt auch krass, was ist das? Und, wie kannst du das denn noch? Eins habe ich noch? Sicher? Ja, safe. Kannst du mir auch in den Boden so ein Pitchens bringen möchtest? Hm. Okay. Ich will eben jetzt schon, weil es da so ein Walkout rauskommt. Dann kannst du dich freuen für mich. Ja! Ich habe nur übersprungen. Ja. Scheiße auf deinen Walkout. Nix. Jünger, das steht der harte Böhr. Was? Harte Böhr. Ach, der harte Böhr. So, jetzt kommen von mir die zehn Stück. Okay. Nummer eins. Ich habe hier irgendwie einen ewiglichen Schnakenstich. Schnakenstich? Weiß auch nicht. Wieso hast du die? Gut, für einen Fall, wo der herkommt. Das juckt auf jeden Fall. So. Oh, Walkout. Ich habe ihn übersprungen. Wieso denn? Weil ich immer alles überspringen will. Oh, Coman. Coman, da liegst du vorn, oder? Ja, ich glaube. Wie viel ist der Wert? Ja, ja, 93 Tempo. Ja, ich habe Coman. Verkaufen, die Leute sagen es dir. Oh Gott. Ja, ich habe doch schon, aber die sollen ja... Verkaufen, verkaufen. Einfach auf Transfermarkt. Ja, genau. 15k. Ja. Sehr gut. Du liegst vorn. Scheiße. Nice. Du bist eigentlich der, der sie kassieren soll. Ja, ich weiß. Die sollte ich eigentlich kassieren. War das mein zweites Pack? 15k. Holy shit. Was ist das hier eigentlich immer hier? Was ist das? Ein Elite Pack. Was ist das für eine Scheiße? War Pack Nummer 3. Ich habe auch nicht ein Walk-Out. Ja. Nicht ein Inform. Ich hatte bis jetzt ja ein Ding. Ich habe einen hässlichen Scheiß-Board. Leute, lauft alle los und steckt euer Taschengeld in das Game rein. Ich wollte einmal abgezogen. 800 Euro am Stück. 1000 Euro am Stück. 700 Euro am Stück. Fertig. Das war jetzt Nummer 3. Nee, Nummer 4 war das. Das kommt Nummer 5. Du zockst gleich die PS4-Version. Ja. Und dann machst du 16 Siege. Wie viele allein hast du? 3. Verstehst du? 6-3? Nummer 5. Ja, ich glaube. Das ist so scheiße. Bist du dich selber? Findest du scheiße, ne? Ja, sowieso. Aber ich würde auch auf der PS4 besser performen. Wieso würdest du auf der PS4 besser performen? Das schreiben alle. Aber nein, auf die so. Was ist das natürlich zu PS4? PS4-Version. Der Controller ist alles. Ja, also den Controller hättest du mitbringen können. Habe ich denn? Ich habe noch alles dabei. Achso. Sag mal, PS4, da war ich die Garten dabei. Ich habe ja gesagt, das wäre eine Minute ansteckend gewesen. Ja, aber dann streamst du in 0K, das ist auch scheiße. Was laberst du? Die Garten ist hier genauso gleich wie hier. Ich glaube, die was macht die? Einfach komplett alles. Es ist alles gleich. Die hat sich nur anmelden müssen. Das hat eine Minute gedauert. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich höre sogar deinen Account auf. Ich habe ihn gelöscht von der Links. Als ich ihn mal mit zu dir gebracht habe. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgezählt. Digga, das ist dein Job. Du musst nichts anderes machen. Das ist ja eine 2.16. 2 Abzug. Jetzt komm, da hast du nur noch 3 Packs. Da ist das jetzt 8. Was gibst du so schnell? Kommt der weg. Basic, Alter. Das ist basic. Wie machst du so langsam? Oh Gott, da oben ist ja noch eins. Das ist die Münz. Warum? Was? Ich kann das nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Packs geöffnet. Okay? Ich öffne immer ein einziges Pack, was ich aus einer Belohnung bekomme. Da ist dann scheiße drin und dann lasse ich es wieder. Bis zur nächsten Belohnung. Und danach die letzte Packung. Dann bist du wieder dran. Porto. Das war gleich schon mal der Hälfte. Ich habe gar keinen Bock mit Backpike von euch. Von Schifftrobel bekommst du nicht. Aber geil, PS4-Gesung, PS4-Kontor, das spüren, sehr easy. Wolltest du nur kurz anstecken. Ja, guck mal, easy. Ja, easy, dann machen wir das. Machen wir das. Jetzt bin ich wieder dran. So. So. Scheiße, jetzt haben wir alle 20 Packs gezogen. Ich lieg voll hinten. Du bist 10.000. 15.000. Jetzt brauch ich einen Brecher. Schwanz wieder, nichts. 15.000 brauchst du dann mindestens. Vielleicht brauchst du nur 10.000 erstmal. Ja, für einen Ausgleich, ne? Ja. Dann lass ich am Ende Packs ziehen. Ja, litzig. Wieder nichts. Es tut mir leid, dass ich kein Profi Packs ziehen bin. Das ist Pack 3 schon. 23. Scheiße, du bist jetzt... Bord. Argentinien-Torbiters. Oh, Martínez. Ja, ist ja sauer. Oh, das ist der Brauchspieler-Gemälder. Das kostet der. Oh ja. Nix. Nix. Tschüss. Wie sind hier so viele Insekten, Alter? Hier ist kein einziges Insekt. Du bist so ein Wichser. Hier ist nicht ein einziges Insekt. Der Raum ist so sauber. Ja, gut, stimmt. Was ist das da oben? Wie viele? Wie viele? Das ist da links oben. Hä, was meinst du? Ach, das da? VR. Das ist für VR, ja. Guck, da steht das. Die Brille dafür. 13. Was? Hab ich letztens eingerichtet. Bord. Frankreich. Sturm. Grissement. Wie viel ist der Wert? Nicht so gut. Nicht mehr als 10, glaube ich. Nicht mehr als 10. Kack. Jetzt kommt 14. 6K ist der mit. 6K. Ich hab dich mal den Ausgleich geholt bis jetzt. Hart. Wenn du schon den Backpfei bekassierst. So hast du dir das gar nicht vorgestellt heute. Scheiße. Grissement ist schon über die Hälfte. Das war jetzt das 26. Zepäck. 27. Das beste ist Grissement. Das gibt es doch nicht. Bord. Frankreich. Deutschland. Du sens. Aber ein paar Bordspieler sind dabei. Guck mal. Guck besser. 28. Eine Backpfeife. Wo der Spieler pickt. Vielleicht ist da... Ein 80er dabei. Lacroix. Lacroix könnte kommen. Du kannst dich gar... gar wohl late nehmen. Du bist ein bisschen zu spät. Was soll das? 29. Kacke. Oh, oh, oh. Mein 30. Pack. Wir ziehen alle 50. Der Verlierer kriegt eine Backpfeife. Ich lieg voll hinten. Romatra fuckt mich ab. Lacroix bringt dir nur 3,1k statt die Tricks. Wo findest du das? Echt? Das ist ja so gesunken, Scheiße. Ja, das ist so gesunken. Den habe ich glaube ich sogar auch mal am Team. Romatra hat es ja gesunken. So, mach mal schnell 10 auf. 30 hast du schon Scheiße. Egal, du ziehst gleich je wieder wie er oder so eine Scheiße. Walkout ab jetzt los. 22 ist immer ein Walkout. Alter, jetzt stellst du das Scheiße ein. Wie langsam. Man muss nicht alles bis zur Perfektion machen, Max. Man kann auch einfach mal reinstellen. Laut mitziehen, welche es in der Packung ist. 13, äh, 23. 24. Was, das war die 24? Nee, 23 ist 24, 24 ist schnitzig. Wieso schnitzig? Macht's mich. Ach, warum? 24. Alex Teller, das hat ja vorhin ein Ding gedrückt. Als du verloren hast. Alex Texera. Alex Texera? Ich weiß nicht, ob du Alex Texera hast. Es gibt Alex Texera und Alex Tellers. Ja, Tellers ist Verteidiger. Es gibt auch noch Alex Tellex. Ist ein richtiger krasser Stürmer. Hier soll man den Rule Breaker ziehen. Stimmt, Rule Breaker Event ist. Wir wollen Rule Breaker ziehen. Dafür machen wir das. Haben wir vorher doch schon, oder? Na ja, Max hat den zweit schlechtesten gezogen. Ich hab den schlechtesten gezogen. Das ist auch selbst. Zweit schlechtesten Rule Breaker. Das Game ist so scuffed, Alter. Ich fasse es nicht. Das ist das Spiel so beschissen. Ja, korrekt. Push doch mal. Zieht mal mit ein bisschen mehr Elani-Packs. Nicht jeder kann so doof die Packs ziehen wie du. Wie viele hast du noch drei, gell? Hm, ja. Ich hätte auch zwei sagen. So, noch für ich. Ich hab auch keinen Walk-Up bekommen. Noch für ich. Ich hoffe, das bleibt so. Sonst wäre ich echt traurig. So ein Scam. Jetzt mal Walkie, Malkie, Talkie. Ist das bitter, Alter. Ja, Leute, lauft los. Lauft los. Holt euch die Paysales-Card und ballert das in das Game rein. 100% Totalverlust. Wie kannst du denn schnellstens mal Euro Null machen? Komm in die Gruppe. Das ist der letzte Pack, gell? Letztes Pack für dich. Letztes Pack. Dann hast du 30 Abgeordnete. Oh, sieht doch richtig scheiße aus. Sieht schon scheiße aus. Ist scheiße. Du stinkst. Und bist scheiße. Romatra schreibt mit seinem zweiten Account rein, der heißt Fisch06. Ey, Romatra, mein Bester. Coole Brille hast du, Ausrufezeichenherz. Ja, das finde ich... Dein zweiter Account heißt einfach, äh, Fisch06. Was ist das? Was zahlst du dem? Nix. Den Scheiß gibt der. Das sind 32? 32, ja. Nee, 22 ist das. Nein! Ich weiß jetzt, du hast angefangen. Du hast angefangen. Na gut. Pass auf, Alter. 22, so. So, Zwischenstand. 24. Ich, weiß nicht, 3000. Ich habe Strubel 10.000. Romatra 15.000. Ah, dann nichts. 25.000. 25.000. Hey, hey, hast du kurz das Tutorial an, oder was? Ja. Welches Tutorial? Nee, ich habe kurz die Leute vom Gaming-Haus geantwortet. Gaming-Haus ist auch so wild, Alter. Ja, Mann. Nee, ich glaube, ich habe heute noch da. 26. Oh. Oh Gott. Mann. Ah, das gibt nicht. LRV ist doch der Vollarsch da. Die ist doch... Arjen Lino. Das ist ein Vollarsch. Das ist der Angel. Angel. Oh! Was war das gerade? Das war... Ich bin oben auf die Transfer-Dist-Ausse hingekommen, weil ich die Controller nicht bedienen kann. Jetzt kommt 27. Hawk. Verkaufen? Ja, gell? Mann, was? Ja. Nein, nein, einfach nein. Hawk ist doch was wert. Schmeißen, schmeißen. Ich dachte, Hawk ist ein bisschen was wert. Schmeißen, schmeißen, schmeißen. Das war auch nichts wert. So. Okay, 27. Boah, ich habe einen Ungel-Bocker für eine Wursche. Boah, jetzt habe ich aber auch nur Scheiße gezogen. Ich erstrue meine harte Zungerstange. Ich freue mich auf Sonntag. Ja, wie gesagt. Heather. So, Bordspieler. Spanien, Schmutz. Wer ist das? Jauer Felix? Beck. Was soll das überhaupt sein? So, 29. Der Schläger von Rivet. Fokus, ich versuche, setz dich hin. Von wem? Alle sagen Spanien und lachen. Oder Portugal oder was? Ach so, die sehen sich ähnlich. Spanien und Portugal? Ja, okay. Na, wie ist das? Ey, mein Füster in Deutschland ist dich auch ähnlich. Jetzt kriegst du einen riesen Shitstorm. Ich krieg gar keinen Shitstorm. Doch, du kriegst einen riesen Shitstorm. Ich bin nicht relevant genug dafür. Du bist dich dumm gestellt. Kriegst jetzt einen riesen Shitstorm. Irgendwann traut du dir nicht Hund so. Weil du es einfach wechselst. Also, irgendein Shitstorm kann über jeden hereinbrechen. Ich bin auch nicht relevant genug. Ja, aber du verdienst die Shitstorms. Doch, du postest das. Das war's? Ja, das war's. So, jetzt mache ich meine Packs auf von 30 bis 40. Wir sind jetzt schon über der Hälfte durch. Das ist der Unberechtigste. Sicher. Ja, das war der Unberechtigste. Nein, nein, nein. Ganz kurz, objektiv gesagt, Chad. Ich weiß nicht, wer meinen Shitstorm auf Twitter kannte, wo viele Influencer mitgemischt haben. Sag dir, war berechtigt? Ja oder nein? Vor allem wurden Aussagen getroffen, die einfach meine Aussagen umgedreht haben, die ich nie geschrieben habe. Du hast dich wie ein Arsch formuliert. Ja, ja, du bist ein Wichser. Like an Ass. Ja, aber dafür hast du mich entschuldigt. Du kannst noch nicht schreiben. Ja, war schon zu spät. Und weißt du, warum ich deinen Shitstorm bekommen habe? Warum? Weil ein bestimmter, sehr großer YouTuber einen Satz geschrieben hat, der nichts mit meiner Aussage zu tun hat. Und da musst du mir recht geben. Nichts. Er hat dich so verstanden, wie man es verstehen könnte. Nein. Von deinem... Von allen Leuten, mit denen ich geredet habe. Oh, Bord. Bord. Schnauze. Ach. Was ist das für ein Land? Ja, ist der Torwart hier. Ja, aus welchem Land ist denn das jetzt? Sag doch. Ist doch scheißegal. Ne, sag doch. Ich bring mir keine Kohle, keine Ahnung, wie das Land heißt. Ich kann nur Ländern von Spielern hier Geld bringen. Das ist schon fünf Jahre. Vier und vier... Ne, viertes. Sicher? Vierundvierzig. Ghana, ist das okay. Vierundvierzig. Scheiße, jetzt wird's knapp. Vierunddreißig bist du. Dummer Wichser. Ja, oh Gott. Jetzt hätte ich schon Angst gehabt. Stimmt, oh Gott. Vierunddreißig war das jetzt. Vierunddreißig ist das Pack. Also wenn ich noch nicht mal eine Zehntausender ziehe nach 50 Packungen. Ne, was ist denn das? Wir haben uns heute wieder verabredet, um den Rule Breaker zu ziehen. Ne. Ich hab nicht einen Walkout. Wir haben aber einen Rule Breaker. Du hast doch einen Waran. Wie viel einen Rule Breaker? Einen Rule Breaker hast du auch bekommen. Ja, einen richtigen. Zuuuuh. Zuuuuh. Hör auf damit. Z- hypn. Saint hört auf damit. Mein PC wird heiß, wenn ihr alles... ...Zuuuhh schreibt. Und dann stürzt der Stream ab. Wird die alle süß... ...Weiter mit rein. Gewid08. 30. 30 so tot saufen oh ja, darf ich das sagen? ne, natürlich nicht, tot saufen, what the fuck, alter ja, ich hab mir heute nur noch eine schöne Gorge aufgekriegt 39 Lippenbefeuchter ist das Lippenbefeuchter ist das nennt man das so, bei euch in den Kreisen Lippenbefeuchter ja, kurz im Hotel zu den Lippenbefeuchten mit Heather von dem Scor-Tutorial alles gefeucht das ganze Zimmer ist Heather, die morgen mitkommt? ne und? Argentinien? LF Ocampus du bist auch kacke die brauchen wir 40 Packs jetzt? 40 Packs mein bester Spiel kostet 4000 ja richtig ey, Leute 40 Packs stimmt, 40 Packs du darfst gleich nur noch einmal packen und da muss ein Walkout dabei sein der dann mehr als 10 kann ich kann schauen, ob wir noch was haben was wäre denn was geiles warum lachst du selbst froh mit? bei deinem Chat einfach geiles hier kommst du an und schreibst mein Pinsel ist 3mm lang ich finde das witzig auch weil du was essen willst wir könnten noch was bestellen ne dicke Pizza für uns alle noch mal ne Mahlzeit ich würd höchstens bisschen Fleisch bestellen ne ich würd ne Pizza füllen die wir uns teilen ich muss heute auch mal was essen schöne Pizza bestellung dann können wir uns Pizza reinballern während wir Chef Strubel mit meinem verdienen zuschauen und der ab und zu ne Backpfeife bekommt also das eigentlich bessere ab gibt es eigentlich nicht Pizza ist jetzt nicht gut man nicht, was dann? wir können auch noch Burger bestellen ballern die hier richtige Power Burger zu bestellen wir können wir können halt zum Glück bestellen die kommen warm an wir können Hands bestellen Hands kommt ja bestellen Hands what the fuck Hands im Lack liefert ihr hier wir können Hands im Lack aber vielleicht ist es zu spät vielleicht ist es zu spät ja ist es zu spät hätten wir bis 22 Minuten du laberst du dass das geht man ich hab nicht gewusst dass es schon so spät ist Hands hätten wir aber es gibt noch einen anderen leckeren Burgerladen Beef Corner ist tatsächlich auch sehr gut die machen gute Burger Beef Corner macht nicht gute Burger die sind ich hab den schon bestellt du kennst doch Beef Corner gar nicht Gott scheiße weißt du welches Land das ist? Fines was für ein Land was ist das für ein Land? Mexico heißt das Mexico so was bestellen wir ich bestell mir das gleich alleine eine Pizza gell, fickt euch ich würd mir auch noch ein kleines was kleines irgendwas hast du wer ist das? Burger Corner? Beef Corner Beef Corner? da kannst du tatsächlich auch Beef bestellen Beef Ecke? Beef Ecke, ja wie viele Sterne haben die auf Lieferrandom? 4.500 4.000 Bewertungen die sind wirklich gut ich bestell da meine Burger immer wenn Hands zu hat wenn Hands zu hat bestell ich da Beef Corner was haben die denn für Fleisch so? die haben was American Burger vom Lavagrill bau dein Burger bla, Fingerfood, Hals, Maul guck mal original argentinisches Rumpsteak vom Lavagrill Rumpsteak bei Beef Corner mitten in der Nacht das könntest du machen ist das cool? sag du doch die haben wahrscheinlich noch eine Weile offen die liefern all night die Burger und Beef Corner nix ach du bist schon fertig? ja ich glaube es ja mein letztes scheiß drauf meinst du mehr oder weniger ok ihr beide diskutiert jetzt was wir also ich würd mir bei Beef Corner Fingerfood oder so ja Fingerfood haben die auch wunderbar wie geht es Fingerfood Wings? sicher Wings Wings will ich ok können wir Wings machen haben die gute Wings? äh ne ich würd so irgendwas nie so dann check it check it lass so einen richtig großen Wings ein also ne Wings lass so ne Wings Tonne bestellen check it doch einfach du hast dir einfach das Handy jetzt gegeben Fingerfood ist Steakhouse Pommes Country Potatoes Süßfederlande Pommes Mozzarella Sticks Chicken Nuggets Pepper Cream Cheese Pepper Raspard Onion Rings Chicken Wings Chicken Wings und die Chicken Wings hast du sind ja gut hab ich schon noch gegessen? Scheiße ey was willst du von mir? Pack 2 was willst du? willst du die Chicken Wings oder was? ja nur wenn die nice sind aber so Lieferdinger können auch richtige Scheiße machen aber die sind wirklich also die haben gute Bewertungen und der Burger den ich da immer bestell wenn Hands zu hat dann sind die auch lecker wie heißt denn dein Burger ich nehme mal einen Cheeseburger einfach einen geilen der ist lecker einfach ein saftigem Cheeseburger Scheiße Scheiße Speck 4 der Strohmann sieht dich nicht aufstehen wie es auf dem Bude ja ich musste ganz kurz ich habe den Bauch schon oh kann Luzano was? ne gell hä was ist das Yuppiesauce? juppiesauce 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 so schlecht so immer schlecht boah das ist immer Scheiße echt jetzt? aber kann ich Harley nichts? das ist Pack 7 glaube ich ey die haben auch Pizza die haben Döner ey Trust ey ich weiß ich weiß ja aber das ist einer der wenigen einer der wenigen die lecker sind du schwarz Asiatisch einer der wenigen die lecker sind die haben sogar Kitten die bestellen in der Packung Kitten du kannst noch 3 Pack Sachen machen die haben Brötchen Burger Pizza what the fuck die haben Crocs die haben Pasta Kartoffelgratin ey Trust die sind lecker voll 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 vollkommen fein dazu bestellen ich habe da normalerweise Angst vor aber die verstecken es auch nicht und Nachttische die meisten Lieferrandosachen verstecken es inzwischen wenn sie mehr anliegen also die haben und Schnitzel die haben alles die haben alles die haben alles was es gibt italienisch asiatisch deutsch burger amerikanisch alles in einem Laden der ist geil ja habe ich bisher noch nie mein Leben gesehen dass das geht ich auch nicht ich habe bis jetzt nur oh Bordspieler letzter Bordspieler irgendwie was das keine Ahnung was das hä was will der von mir ja du hast eine Tankstelle ausgewählt das war's bist du durch ja ich bin durch hier jetzt komm meine letzten 10 Packs hast du was ausgewählt was zu bestellen soll nein ich habe nichts gefunden weil ich sauer bin du kriegst deine Tankpfeife dann lass welcher Pizzaladen hat mir bestellt hä wie schnauzt du jetzt welche Pizzaladen wäre das ach Gott der Typ soll eine Pizza bestellen welcher Pizzaladen wäre es dann muss ich schauen was noch offen hat so ich habe meine letzten 10 Packs so mir leuchtet noch nicht mal was ich will das nicht verlieren das wäre voll langweilig ja du kriegst eine Backpfeife ah Pizzaboy da bestelle ich immer der hat zu Max also der einzige Pizza bei der ich immer bestell die haben zu es ist zu spät dafür bei Beef Corner gibt es Pizza sag doch jetzt sonst bestell ich gleich allein dann bestell mir einen Burger wo du sagst der ist geil ohne Tomate ohne Salat Fifa ist installiert Chef Hodel schneid den Hut und sag an und bestell dich hin du musst mal Pack 3 gerne oder bitte ja ich weiß ja ich bestell ich muss kurz hier zuschauen das ist interessant wenn die jetzt in den nächsten 7 Packs nichts ziehen das wäre jetzt nicht so klar hey Fett komm mal komm mal komm mal das wäre jetzt fett 1 über 10.000 1 über 10.000 6 Packs noch 6 Packs noch Scheiße 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 jetzt noch 5 Packs 5 Packs noch kriegst gleich ne Backpfeife und Stream kriegt Max ne Backpfeife 4 Packs noch 4 Packs noch 4 Packs noch das kann nicht sein ich hab Digga ich hab 4 Packs noch er bekommt eine 4 Packs noch 3 Packs noch aber das Ding ist was wenn er jetzt ne auch einer zieht dann ist das ist kein Stechen weil ich hab ihn ja vor dir gezogen er muss mehrwert sein stimmt er hat vor dir gezogen ne ne in Form ist leicht dann ist es Schwächen wenn wir beide in In Form haben eine Schwächen Digga aber du hast ja nur auf mir gezogen ja und wie dumm ist das der kann ich ja gar nicht der hat noch 3 Packs er hat noch 3 Packs er muss diese 3 Packs ein In Form ziehen das wird doch nicht passieren verarscht doch hier niemand 2 Packs 2 Packs noch komm ich glaub dran ich glaub dran 2 Packs noch ich hab noch nie so verloren 2 Packs noch 2 Packs noch komm schon In Form mach dich doch mal schon mal wahr 2 Packs 2 Packs 2 Packs 2 Packs ist das scheiße pusch dich pusch dich pusch dich letztes Pack das einzige was ich retten kann ist ne In Form oder letztes Pack alter Scheiße ne Backpfeife scheiße wann hast du das letzte Mal ne Backpfeife bekommen weiß ich nicht weiß ich nicht letztes Pack er muss ja nachher gar nicht verlieren letztes Pack pusch dich pusch dich pusch dich letztes Pack da muss ne In Form drin sein sonst krieg ich ne Backpfeife oder mehr oder was krasseres alter wie low suuuu suuuu ihr seid so scheiße weil ne das ist ein Witz das ist ein Witz das ist ein Witz die Backpfeife kriegst du von Riccardo Horta ja er hat auch nen Hunter gezogen lächerlich ja scheiße ne du ziehst nicht mehr doch ey wir können doch beide noch ziehen es geht auch um den ersten Platz ja egal wer erster wird es geht auch um wer letzter wird die A bei 50 Packs mein teuerster Spiel hat 4.000 wert richtig für 50 Packs hättest du dir 1.000.000 Coins und was war dein teuerster Aromatrat 16k also wir haben jetzt dann 150 Packs und 16k war der teuerste richtig ja ja wir haben 150 Packs geöffnet 16k war der teuerste und jedes Pack kostet 1.50 Euro jedes Pack also jeder 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 Schüler der sich hier auch nen Pack kauft sollte auch ne Backpfeife ok was bestellen wir jetzt pusch dich ich hab da Fingern ausgelöst alle Läden sind ja nicht so fett doch der Beefkörner ist doch der Beefkörner ist echt klein dann körn wir der hat 4,5 Sterne der hat wirklich 4,5 Sterne der hätte ey der Wix hätte keine 4,5 Sterne von 4.000 bewertet ok dann bestell mir einen Power Burger aber ohne Gemüse Cheeseburger höchstens mit roten Zweifeln natürlich kriegt er das hin das zeichnet doch nen guten Laden aus dass du da Tomate abstellen kannst natürlich bin ich wütend wir waren hier alle von EA gefickt du eigentlich nein die Leute werden da jetzt gefickt das ist das Problem wir müssen das nochmal gleich wiederholen erstens kriegst du ne Backpfeife ich kann auf gar keinen Fall zweimal verlieren das geht gar nicht mehr dann machen wir nur 20 Packs oder so dann kann man auch mal 50 Packs ja 50 ist dort ist zu lange und auch gar nichts gezogen ist zu lange und auch gar nichts gezogen der Freund wird 1000 Euro aufgeladen das gibt gar nichts 1000 Euro ausgeladen was hab ich denn bekommen was? ich bin doch vorhin so lange aufgeladen ach stimmt richtig richtig motiviert ja heute Rulebreaker heute bin ich dabei dann gehe ich den zweitschlechtesten du musst nochmal gleich bestellen was du möchtest ich muss hier auch noch irgendwo da Anmerkungen hinzufügen du hast nicht mehr das beste Team der wäre dein anderer Splatt 193 oh ja toll der hat Puskas auf der Bank und die würde ich ja nicht mal als Ersatzspieler reinbringen ich kann drei Leute wechseln ich hab jetzt auf der Bank 95er Maradona ja den Super Eusebio Messi Cristiano Ronaldo und Mbappé weil du noch Guinola geholt hast ja ne ne was willst du auf den Cheeseburger was soll ich jetzt noch Garinka und Puskas auf die Bank packen ich hab ja noch zwei oder drei Packs wo Mbappé ich ziehe einfach kein Workout ich bleib Platz 1 jawoll ein Cheeseburger ohne du willst nur Fleisch nein ich will ganz normal aber ohne Salat ohne Tomate ohne Salat und ohne kommt der mit Salat und Tomate baller ich dir das Ding in die Fresse ich schreibe hier aus Anmerkungen zu ein Cheeseburger ohne Salat und das wird nicht reichen das wird nicht ich weiß aus Erfahrung ich weiß auch aus Erfahrung ich werde das Ding aufmachen und es wird so ein Bett aus Salat sein und sich der Tomatensaft so eine richtig saßlichste Tomate die so am Burger ausläuft das ist der Tomatensaft und unten das Brötchen sich komplett mit Tomatensiff vollsaugt das alles nach Tomate schmeckt die kann man dann auch nicht mehr runternehmen oh Gott was soll ich sonst machen was soll ich sonst machen es ist 23 Uhr niemand liefert anrufen fax fax dahin ich rufe nicht an wir probieren es einfach ich tu da jetzt Jeff Schrober du machst das hier tu nochmal deinen Fingerscheiß rein und dann was ist denn da haben wir irgendwie viele Kackwurst an du bist Anromatra ja warte ein Burger also ohne Salat das ist die wahre Konsole Jungs das ist die klein so tu rein jetzt tu das was du willst nochmal rein alter nur Scheiße gezogen Scheiße ich hab gar keinen Bock mehr die 10 noch zu ziehen das ist übel frustrierend aber es ist geil mein Erster ist und dann noch was mächtigeres zu ziehen das fackt ihr dann automatisch ab der Hund meiner Oma heißt Sargent Fobel was das ist geil tu mir den Finger für rein jetzt müssen wir noch ein paar noch ein paar Mozzarella Sticks Max Mozzarella Sticks die sind auch lecker sind die wirklich gut die sind gut ja hast du auch schon bestellt Anromatra ja ich hab schon ich muss dann halt noch glaube ich bei Dinge sein Paypal ach nee warte mein Passwort ist ja ich lache mir einfach jetzt nicht so komisch wie dieses Dings also wenn da ich krieg den heftigsten Nachkampf wenn der zu Mann drauf ist ich hab einfach keinen ersten Nachkampf das ist so ne komische E-Mail das ist meine E-Mail Wiland Emilian Welte ist doch ganz normal was wirst du jetzt von mir das ist schon sehr unnormal der Name ja ok Wiland Emilian ist das ein Doppelname oder ist das zusammengeschrieben Wiland Emilian Wiland Emilian Wiland Emilian ist ein Name ja Wiland Emilian das ist eigentlich klingt cool ist cool der Name 30 Euro lang wie viel Buchstaben sind das Wiland Emilian ist dein Vorname Wiland Emilian ich hab schon mal du mal weitergewichser ach nee ist das schon fertig ok warte bei welchem Pick war ich ich glaube aber Pick 3 erst der Controller ist viel handlicher als der PS5 Controller guck mal ich glaube der ist auch kleiner oder das ist ein scheiß Controller ich weiß wie ein Elbe aus Mittelerde wie Land Emilian Welte ein Elbe aus Mittelerde so ich hab einfach ich skipp hier einfach durch so ne Scheiße das ist echt üblich wenn wir jetzt noch zocken dann kann ich doch noch meine danach spielen ja sicher du musst aber jetzt oh Wortspieler ne anreichen musst du lassen ah 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 Hilfe Le Maa Le Shit der Bruder von Amar kommt Amar auch wenn Micky da ist Amar weiß ich gar nicht wer eingeladen ist also eingeladen ist er sicher der wird mit ne der wird nicht kommen morgen ist FNCS oh ich seh ihn doch morgen ist FNCS der wird nicht kommen ups sorry hast du gehört ja ach morgen ist FNCS also heute war es schon und morgen ist die zweite Runde FNCS mein ehemaliger Duomate ist dabei im Finale ja der dich mal wieder geditcht hat gefühlt ist jeder dein ehemaliger Duomate ja jeder der schon mal jeder der schon mal Fortnite spielen legale gespielt hat hat dich für die FNCS gesnitcht Keiner hab ich bei im World Cup gespielt das ist ja schon ewig lange das gibt ja auch noch im World Cup mehr hey aber das sobald du äh das Game nur runterlädst und Fortnite zum ersten mal startest und im Tutorial bist du gegen 100 Bots spielen bist du automatisch hier im FNCS ziehen und nützlich oh ja dann jetzt kommt der geil echt und das ist sexy so ich glaube jetzt das Pack jetzt letzte Packung nochmal in Form jetzt oh oh wieder gar nichts Pack greif aus Wursommen also kannst du da anschließen und vielleicht auf Max der PS4-Werse mit dem Controller spielen geht ja dann mach ich doch wenn du dann mal ein bisschen besser spielst genau dann mach du bist doch du musst doch eine wahnsinnig unzufriedende Leistung sein schließe an doch jetzt schließe an du musst dich nur anmelden du musst dich nur anmelden hä ich bin auch gemeldet nein aber bei dem auch wenn ich jetzt hier auf Home gehe und dann hier auf das FIFA muss das Game S schließen schließt das oh was da schließt dich automatisch oh nee tut's nicht weil du so bescheuert bist ja du bist man ich mach gar nichts mehr ich brauche kurz das Kabel also ich brauche ein USB 3 Kabel äh USB C nein nein dieses andere das was davor ist der Vorgänger doch das ist doch auch mit deinem Handy das hat den gleichen Anschluss nein alles ist USB C dieses andere USB Mini ist das und USB Mini existiert nicht mehr doch USB Mini hat ein USB Mini Kabel oh guck mal Chat ich habe Walnüsse ich tue Walnüsse auf Romatras Tastatur 2002 ich tue Walnüsse auf seine Tastatur so äh die Backpfeife steht auch noch aus na stimmt warte mal das geht nicht doch das geht ist das der Backpfeifenstuhl ne er muss sich hier hinstellen das ist der Backpfeifenstuhl ja auf den Backpfeifenstuhl zwiebel ihn so richtig ein Chef Strubel was soll das was soll das ich gebe ihm so richtig warte ich muss noch voll mit machen was soll das mach es aber mach es so dass das Gegenbeil wohl nicht mach es so dass du es nicht bereust ne ja also nicht zu schwach das Schlechteste was dir passiert ist dass du es zu schwach machst und triff nicht mal ein Ohr schön hier sag mal du vorher was machst du denn das ist krank das ist krank was dann hätte er das doch auch gemacht ja aber nicht immer wieder ich weiß nicht wann sag mal wann du schlägst ok 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 push dich jetzt dann er war ok er war alles zu stark der war auch voll schwach oder hast du ihn überhaupt gespürt Max du hast ein bisschen so geschenkt ich glaube er weiß was du meinst du willst dich übertreiben ja man hat Angst er hat gar keine Angst er könnte uns beide quasi k.o. boxen der scheiß geht nicht mit der PS5 du bist verarscht ich spiel doch einfach mit dem der scheiß geht mit der PS5 ja wo denn ich hatte PS wie erst hast du gesagt guck dir den Chat an guck dir den Chat an da hätte auch ein Kuss gereicht schreit einer hättest du dir einfach auf die Wange küssen können ja ey Leute machen wir das nicht wir wären mehr bestrafen gewesen wir wollen uns hier erstmal hinbewegen der PS5 ach man wieso hast du Sachen auf meiner Tastatur verteilt das frage ich nicht du was ist das wie was ist das was ist das Max fragt was das hier ist Leute wie geht das wo war das Nüsse sind das oder was ist das Nüsse sind das aber ich kann das fokussiert nicht was ist das Chat sag mal kurz wo lagen die der Controller ist an der PS5 angeschlossen wieso geht das nicht ja nicht gehen Hallo Chat ich brauch mal ganz kurz Hilfe der Controller ist angeschlossen der PS5 dann drück ich auf die PSN-Taste und es zündet nicht es zündet nicht sagst du es zündet nicht warum warum lag der Ingwer auf deiner Tastatur das ist kein Ingwer das sind Walnüsse und die sind dafür da dass ich aufbaue du Wichser aufbaus ja jeden Tag esse ich 50 Gramm Walnüsse als Snack dazu sind gratis 380 Kilokalorien was macht das mit der Tastatur warum legt man die da drauf wie ist der Effekt da du hast ihn ja draufgelegt ich war das nicht ich hab das wirklich klappen scheiße man muss mit dem Controller spielen aber ach das geht das geht überall man das geht überall man das geht überall man versuch's überall man dann versuch's doch das ist die PS4 Version oder was mhm ja das geht nicht hier schreiben auch Leute dass das nicht geht kein Plan man krass der aus dann dann spiel mit dem jetzt aber spiel mal bitte besser wie alt ist die Cola Flasche hier ist noch eine drinne die ist vorne oh da kommen Stücke mit raus wie alt ist die die ist auch warm weil hier auf dem PC liegt mein Gott wie viel ey die kostet auch zu wenn ich hier komm nicht zu dreimal vor sonst fängst du ein ist er eingeloggt John oder was mhm aber wenn ich meine PS4 anschließen kann ich kack ab als ob es jetzt so schlimm ist dass du mit dem Controller spielst also wenns dann kein Controller liegt dann bist du wirklich nicht so ein guter Spieler ich bin ein Kackspieler ich brauch dein Datenkabel oh mein Gott das ist kein Datenkabel was ist ein Datenkabel was Daten überträgt ey wo war's da ja was ist das hier ist eine Tür die geht direkt ins Bad was ja mach den aber nicht auf weil da oben hängt was dran nein mach die Tür bitte nicht auf ja ein Datenkabel stimmt nicht sagt der ja ne Share und PS-Taste drücken kannst du noch kurz machen Romatra wo ist die Share-Taste? äh das ist in der Mitte also das ist dieses große oben weißt du hä hier das hier ist doch die Share-Taste ja folgt dem Kabel einfach was da raus geht hier und dann drückt die PS und Share-Taste gleichzeitig guck mal ja guck mal ob das geht musst du die gedrückt halten gedrückt halten gedrückt halten nein die kleine ja warum sollte ich aber aber warum soll ich das machen ah hier warte halte gleichzeitig den Create und den Playstation Knop für mehrere Sekunden gedrückt was ist das Touchpad ah das ist die links oben die kleine Taste ich hab war lost alles ist richtig sauer auf mich links oben Romant hast die Share-Taste achso wie sagst du wie sagst du 50 verschiedene Waffen bei dir für heute stimmt auch gar nicht das ist jetzt schon die sechste Waffe die ich hier sehe das ist krank bist du so ein Ritter-Team ey ihr habt das andere Ultimate Team nicht geschlossen ihr Vollidioten ja haben wir nicht und wie krieg ich das jetzt geschlossen das hier oder ja du gehst auf Option und dann also wenn irgendjemand von meinen Kollegen ein übelster Mörder wäre dann wärst du das also bei dem Spiel würde ich sagen ok ja gut hätte ich eigentlich wissen sollen wie schließe ich das Game jetzt hier wie schließe ich jetzt das Game auf der PS5 muss ich jetzt nochmal da reingehen und schließen oder wie geht das nein drück einfach rechts oben die Tasten genau ja ja und dann und dann weiß ich jetzt nicht mehr wow weiter komm ich nicht wie schließe ich das Game ach Digga echt jetzt ich muss sagen dass das ernst ist von dir was wer dass du es nicht weißt hast du es geschlossen jetzt nein ich glaube ihr seid gar nicht aus der Ultimate Team rausgegangen ihr Vollpfosten you are a Vollpfosten du musst ja immer kurz durch raus ich muss ja nicht zu dritt ist hier schon schnell stickig Luft drin wieder auf wieder zu 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 noch nicht mehr stick muss noch stickiger werden was ist nicht ist noch nicht äh ist noch nicht stickig genug sagst du ist noch nicht zu warm falls jeder aufmachen muss so jetzt zieh dein Pullover lieber aus ich bin nackt oder dein Pullover oh alles ist so ey ich will aussitzen wie sitzt du denn Digga wie kann man so sitzen dass du drei Plätze weckn hast welcher Huchsack ist das steht die ganze Zeit ganz vor dem Huchsack meiner oh jetzt geh mal jetzt jetzt geht er in Blinkmodus jetzt ist er in Blinkmodus so eine andere so im Einstellungsmenig navigieren zu Punkt Zubehör drück mal die mittlere Taste einfach hier zu Einstellungen unten Einstellungen unten unten oben ist oben 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 und länger drücken die PSS Taste jetzt oben 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 Einstellungen bom und da allgemein ey jetzt kein Scheiße nicht mehr in der Mail liegen wo ist ja hier gibt's kein allgemein Zubehör oder mach mal Zubehör ja Controller wo steht das Controller Controller ne warte Bluetooth Zubehör gefundenes Zubehör es steht irgendwo gefundenes Zubehör bei allgemein vielleicht da ja drück doch ja da ist er doch mal Schock 4 du Wichse wieso hast du das schon vorher gedrückt Mann weiß ich nicht und jetzt machst du 18 17 wenn du jetzt noch verlierst dann bin ich kacke wenn du jetzt wir haben alles gemacht für dich wir haben sogar 150 Euro von Max verzockt Soll jetzt geht's richtig los wir haben alles für dich gemacht fuck jetzt habe ich keine Ausrede mehr ich werde mal Ausreden gesucht muss man ein bisschen ich kann nichts sehen ich weiß auch nicht wie kann man sich so nah wie kann man hier ist der Bildschirm man sieht ihn sogar in der Kamera hier das ist wie viel ist das sü fuck ich stehe 6 du sind 20 cm ich darf nur noch ein Game probieren wieso ich muss 10 Games geben also wie hast du jetzt 6 3 das ist so bad das ist so bad 9 Games hast du 11 Games machst du jetzt noch und du hast nur noch eins verlieren das heißt wenn du jetzt ein Spiel verlierst musst du 10 hintereinander alles gewinnen dann könnte ich dir eine Führung machen können wir ein paar Streams da wo wir kurz Ruhen schenken was dafür kannst du gebannt werden ich weiß aber krass dass wir wirklich hingekriegt haben den Controller zu verbinden es war so klar dass das geht egal Max wenn wir nachher diesen Spieler für dich ziehen ist wieder alles gut wirst du dich freuen kann ich ihn traden ja wenn du ein TOTW Pack ziehst dann ja ey kann mir mal kurz jemand erklären Leute war das eigentlich ein Bug oder gewollt dass man Red Picks verkaufen konnte wurde das wieder rückgängig man konnte Red Picks verkaufen und kaufen ist der übelste Bug ja deswegen aber manches angeblich sollte es ein Experiment geben weißt du was auch krass ist wie der Bug die Bug Pfeife die du kassierst nein ich bin mir nicht sicher genau nach dem Game im Maul jetzt so um euch nochmal abzuholen Leute ja es läuft scheiße Chef Strobel hat gespielt wie ein Haufen Schweizer ja wie ein Haufen Schweizer ich würde sogar sagen Chef Strobel hat schlechter als ich gespielt würde ich sogar fast sagen kann sein ja er kam gar nicht klar es war PS5 Version PS5 Controller PS5 Setup er kam überhaupt nicht klar er wird jetzt die PS4 Version geladen das lädst du da leuchtet der Rot der ist noch leer der ist leer Digga der ist nicht leer der ist nicht leer das ist doch einfach die Farbe davon oder? so und er hat einfach nur kassiert und es war ein Albtraum es war ein Albtraum wir sind hier bei Romatra ja und jetzt hat er eine PS4 Version und seinen PS4 Controller alles ist wie zuhause und er hat das beste Team der Welt er hat sogar Mbappé auf die Bank getan und Ginola sich gekauft ich hab Mbappé drin Ronaldos auf der Bank R9? ja wegen dem Antritt weißt du doch R9 ist auf der Bank Maradona Eusebio Cristiano Ronaldo und R9 der spielt richtig gut fünf übertrieben Nervt mich schon wieder ne? ja sind auf der Bank und er hat sich extra noch Ginola er hat R9 auf die Bank getan und Ginola reingestellt weil das Team ihm nicht gut genug war das hab ich nicht gesagt also wer tut R9 raus und bringt Ginola und dann war es auch noch die falsche Konsole und dann hat irgendwas nicht gepasst dann war da die Luftfeuchtigkeit zu nein das übertreibt dir wieder maßlos du bist so krass im Dribbling eigentlich jetzt machs spürst du schon die PS4 Version Power? ja echt jetzt? ja? spürst du es? ist es anders? ja es ist anders es hat sich nichts geändert es hat sich nichts geändert wir haben stundenlang Packs geöffnet um alles einzustellen es hat sich nichts geändert wow oh warum übt der dann Ball schon wieder? oh Ecke ist doch ok ah ist ok ok der kann Dribble guck dir mal was von dem ab mach clips von dem ganzen dann guck es dir nochmal an im Nachhinein und üb das ok wie viel steht es? 6-3 Katastrophe 6-3 ja es ist Katastrophe ich stand auch keine Weekend League 6-3 ich auch noch nicht also wirklich nicht liegt er am Team? nein hä ich hab einfach scheiße gespielt boah boah der ist schnell er macht die Tote na los Tor irgendwie wieso war doch schön gespielt oben dann noch zu jetzt passt das auf einmal nicht mehr hä? jetzt frag mich ab dass er die ganze Zeit Ballrollen macht ok der ist dumm teste doch jetzt nochmal einen vielleicht sag jetzt geil weil Eli und Mo Auber sagen er ist der allerbeste aber ich komm ihm gar nicht klar weil er kann er ist langsam und er kann nicht passen MRP ist da besser aber er hat keinen linken Fuß er hat keinen linken Fuß MRP ist geil aber er hat keinen linken Fuß hat schon die Gefühle hat schon die Gefühle oder so aus wie laufen naja erstmal zum Stehen und zum Laufen da ok wir die langspielen bin nämlich zu weit raus mit dem Infernet ausmitteleger stark verteidigt stark verteidigt super so kennen wir ihn doch das war doch tausende besser von dir das sieht doch ganz anders aus direkt wie hättest du mit dem Torwart rausgekommen ja lass ich schick ihn schon wieder aber schlecht vor mir scheiß Dribbling du bist doch bekannt für dein gutes Dribbling oder das war wieder scheiße man muss sich erstmal an deine Spieler gewöhnen Junge wie soll man sich an Pelé gewöhnen der ist doch krank der hat den Werbespinn bist du auf Genoa oder nicht? aber Genoa stand so frei da oben oder? war abseits oder? ne war gar kein abseits war nicht abseits? er stand einfach nur frei ok dann war es Malbert hab es nicht gesehen ich weiß nicht, sollen wir sowas sagen oder? ja kannst du machen wenn dann wirklich abseits oder? ey die Junge wie schlecht Digger oh man du hast doch jetzt alles es war Pelé gegen Torwart 1 gegen 1 ja ich dachte der kommt weiter raus aber dann hat er smart gemacht jetzt aber kein Gegentor Kassian auf gar keinen Fall na ja alles gut Essen ist da Essen ist da kannst du mir sagen was du willst der hält ihn einfach lupfer vom Pelé länger lupfen länger lupfen noch länger? jaaa der Strobel kannst du einfach Sprintboost erst durch Tor das ist immer P ok mach ich das versuch einfach mal oh nein so stehen die immer so close in den Spielern und läuft es besser auf der PSV? ne bisher noch nicht Hä was ist das jetzt? ey Messi steht aber auch immer im Abseits da ne? scheiße Der Strobel spielt mit Messi aus Sechser. Passt doch langsamer. Warum lachst du? Wieso machen die den Su-Tor-Jubel nicht? Leute, ich drücke eher 1 Kreis. Ist das nicht Su? Was ist denn Problem? Ich bin so bescheuert. Wir sind die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen. Die Leute sind sü angeschrieben. Ich habe echt ein Problem, junge Mitarbeiterinnen. Das ist richtig ein Problem. Ja, Junge. Jeden Tag kommt es, geht es zu mir. Oh mein Gott, er hat mich gefickt. Das war krass. Das war gut gespielt. War fake hier. Guck dir an, war fake hier. Fake hier ist krass. Die Karte ist gestört. Ich sage dir doch. Hat die schon ihr Upgrade bekommen, Chad? Ja. Hat die schon ihr Upgrade bekommen? Er war aber auch schwach. Ich habe direkt durchgedrückt. Deine Spieler machen das besser? Meistens. Ich habe direkt durchgedrückt, aber nicht immer. Nee, er hat noch nicht. Okay. So ein typisches Game wäre, dass wenn du eine 2-0 führst, dann verlierst du 3-2 wieder. Gehst du eine Backpfeife, fertig. Das ist doch mal gut. Wieso hast du das nicht öfter gemacht? Das ist nicht die Schussposition, ne? Hm. Ist sie nicht? Was ist das? Okay, er köpft nicht. Er will einfach Volley nehmen. Wer ist das? Wer ist das, wie er das wäre? Holit ist da. Hat er. Schön. Max hat aktuell eine Million Profit mit den 5 Werners. Danke. Abpfeifen. Okay, der ist noch weiterlaufen. Ich bringe jetzt mal Ronaldo. Okay, nochmal? Ich mache einmal P raus und bringe Ronaldo. Und Matra holt seit 25 Minuten Essen. Er hätte auch selber kochen können. Wie viel steht es? 2-1. Ja, zu dem Trainer will ich euch auch ausmachen, weil Max will nicht. Ich lasse es an. Jetzt kommt der große Moment der Überraschung. Hier, da steht Minus Tomaten, Minus Salat. Okay, wenn das jetzt da drauf ist, wäre es krank. Wenn du jetzt rauskommst, wenn du ein riesengroßes Salatblatt drauf hast, würde ich so heulen. Na, sieht gut aus. Ja, guck mal. Der sieht gut aus, der riecht gut. Guten Appetit. Ist aber noch sehr heiß. Kurz abkühlen lassen. Ich leg den Burger so lange auf. Was macht das da zu? Der Chat wusste auch Bescheid. Der ist ja voll getaugt. Was macht der? Wirf doch. Das ist ja zu frech. Hey, hey. Die sind fettig. Ja, du Wichser. Ja, was denn? Das riecht gut. Sehr gut. Freut mich. Hier ist das Fingerfood. So, hier ist das Fingerfood. Hast du halt gesehen, was Ginoda gemacht hat? Er wurde gut auseinandergegangen. Ey, klippt das da bitte. Warte, du hast es gerade nicht gesehen. Ginoda ist vom Ball weggerannt, gerade vom Strafraum. Das wäre ein Tor gewesen. Ey, ich habe doch keine Ahnung. Einfach, ey, ich habe doch keine Ahnung. Ja, korrekt. Was soll ich jetzt sagen, Alter? Keine Ahnung, ich habe kein Geld. Ich habe das Geld nicht. Ganz viele Gurken. Oh, das habe ich in meinem Mund. Oh, das habe ich voll abgepüßt. Ich habe voll abgepüßt. Hast du nicht gesagt, hätten sie gemacht. Ich habe gesagt, keine Salat. Keine Tomate. Und es ist weder Salat noch Tomate drauf. Oh, die riechen auch noch. Die riechen auch noch sehr, sehr streng. Oh Gott, sind die intensiv. Oh, was ist das für ein Ball? Digger, was ist das? Scheiße. 15 Gurken. Ich habe voll reingebissen. Oh, fuck. Die tun Tomate, Salat und Gurke rauf. Wenn das kein Faul ist. Oh, schön gespielt. Aber das ist richtig, was muss er noch weiter gelaufen? Hä, der macht kein Souto-Jubel mehr, wenn ich hier eins kreistrück. Souto? Hä, Chad? Ich bitte, bitte jetzt mal R1-Kreis gedrückt halten, ne? Warum? Aber warum machen die diese komischen, warum rutschen die ganz auf ihren Knien? Wow, geiler Ball. Hi. Und wieder. Hier, Rina, schon wieder so scheiße. Du hast nicht einen E-Sportler bisher bekommen. Das ist lächerlich. Das sollte ich auch nicht mit meiner Bilanz. Das wäre traurig. Das wäre traurig, wenn ich den E-Sportler treffe. Okay. Hä, der ist nicht schlecht. Vielleicht verteidige ich auf einmal nur Strong. Ich weiß auch nicht, warum Gino da die ganze Zeit da hinten pimmelt. Passend ist auf X. Ah, guck mal, so ein Pass raus von Ronaldo. Hast du die Gurken runtergemacht? Ja. Wir haben sehr intensiv gerochen. Witzig, ich habe keine Gurken drauf. Wie soll ich dir sagen? Ich habe mir gedacht, er will keine Tomaten und keinen Salat. Weil ich mache, Herr Gurken. Mit 3 kannst du den Lauf passen. Ja, der kommt mir leider nur nicht an. Schön. Kreis, Schuss, Schießflug. Und mit R1, Kreis, machst du so viel Messschütze. So viel OP. Nö. Jetzt durch. Oh, so lässig. So. Ja, da ist er raus. Ah, das war es. Fuck, ich bin echt unter Druck, Chat. Ich habe echt viel Scheiße gebaut heute in der Weekend-League bei Max. Ich muss die 16 Siege schaffen, sonst wird das alles andere werden. Trauerspiel. Krass, du bringst dich einfach zu spüten. Das ist schon krass. Da muss ich jetzt auch. Immer weiter, immer weiter jetzt. Romatra ist dein Burger mit Messer am Gabel. Ja. Ja, jetzt Son und Salat. Das sind die einzigen zwei krassen Spiele, oder, Chat? Oder ist Alaba Inform auch heftig? Militao. Ich bin auf der PS4-Version viel länger. Ja. Da sieht man wahrscheinlich scheiß PS4 aus. Das ist aber immer so. Ich war sehr verwundert, wie schnell das auf der PS5 geht. Du kannst das Team dir gar nicht richtig angucken, dann bist du schon ingame. Finde ich aber geiler, wenn du es dir angucken kannst, ein bisschen. Ich könnte eigentlich mal wieder echt anfangen, mit Ronaldo zu spielen. Romatra, was habt ihr so zu trinken? Istick, bitch. Ich habe er quittet, ja. Na, wäre geil. Jetzt geht's doch los. Wow. Richtig, richtig. Krass. Wie schnell die aufgeben. Wie kann man so schnell... Ja, aber wenn ich das sehen würde, wenn ich wüsste, er könnte halbwegs viel verschwielen. Ja, gut, okay. Ich würde trotzdem nicht quitten können. Also, allein dann ist so dein scheiß Multiplikator weg, oder? Oh, okay. Er hat, oh mein Gott. Varane, Mondi, Hakimi, Kante, Benjeda, Fekir, Mané, äh, habe ich schon gesagt, Dembélé und, ja. Über Fitness. Ey, bei mir läuft es gut. Ich gehe dreimal die Woche ins Gym. Wie war'n heute? Wie war'n heute? Nice. Wie warst du das jetzt immer? Äh, gestern. Oder vorgestern. Vorgestern wahrscheinlich. Wir haben ja noch einen frischen Eistee, den will ich mir nicht. Ja, hier ist noch ein Eis. Aber Servinen sind draußen, geh die einfach kurz Hände waschen. Da ist es wahr. Manu, wäscht es auch nicht die Hände. Wir haben keinen... Ja, ich esse mir Messer und Gabel, natürlich waschen wir da nicht die Hände. Was? Benjeda hat Zweikampf gegen Dings gewonnen, gegen Hullet. Benjeda hat offiziell besser als Hullet. Pfff. Boah, was droht abgeholt, ey. Oh, der ist nicht schlecht. Siehst du das? Hast du gesehen? Der ist gut. Also, da ist der erste richtig gute Gegner. Der ein bisschen rumpimmelt und der nimmt auch wieder Feek hier die ganze Zeit mit. Und was macht er da? Foul? What? Kann er machen. What? Max, der hier ist gut gegen den Spiel. Ja, ich würde gut gehen damit. Echt? Ausnahmweise, ja. Cool. So? Ich trinke jetzt einfach Eis, hier nur die Eiswürfe. Ich halte's Maul. Was ist hier drin? Kann das geil sein? Ich könnte auch so gehen. Ich hab keine Ahnung, ob das geil sein kann. Sei mal leise, Schiff, holen. Hey! Er lieft einfach. Er ist einfach gelieft. Wow. Bro, ich hätte gerade fast das Tor gemacht. Er ist einfach gelieft. Das gibt's doch nicht. Hä? Aber einen Ring gab das jetzt nicht. Nein, das ist so unnötig. Hä, ich hätte jetzt Ecke gehabt. Ich hab grad fast das Tor gemacht. Von der Klinik geht's hundertprozentig in Lose. Ja. Mir hat's nichts gebracht. Ich sehe mich nicht. Und, und, dich kostet das Verträge. Das ist das Lächerliche an EA. Aber ich kostet keine Verträge. Doch auch, aber trotzdem. Ja, und dann kommt wieder so einer, alter, ganzen Moses, alter. Mit Depay in Form im Sturm. Der mir bestimmt wieder die Hütte voll scheißt. Hm. Hm? Was? Verleidigung an, Digger. Das ist krass. Opa ist, hier spiel ich beide. Kim Bambo, Opa. Scheiß Team. Die sind, hä? Okay. Das sind alles Meta-Spieler. Du verstehst nicht, was Meta bedeutet. Alter, du hast... Ja, ja, ich hab auch einen dicken Bengel. Was? Nee. Moin. Nee. War der zu lange gemaltet für einen Anstoß? Das ist irgendwie witzig. Ach Gott, ja, er will jetzt sein, dass er tricksen kann. Dann lief der wieder wie der andere. Der war ja nicht schlecht. Der war ja nicht schlecht. Aber warum lief der denn? Bisschen nach links. Da saß eben anders. Der Bildschirm ist auch so ein bisschen gemeint. Bisschen noch? Ganz bisschen nach links noch? Ganz bisschen? Ja, jetzt muss ich hier die ganze Zeit zocken und rutschen. Oh nein. Oh nein, das ist ja das Schlimmste. Wir kommen in der Hölle. Ruhe, 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 Ruhe. So ne Scheiß. Ja, der ist krass, siehst du? Zocken und rutschen. Liefer Tor. Ja, machst du nix. Ja, ich sag doch, was der P1 macht. Ich weiß auch nicht, warum er ein Torwart nicht einfach festhält, weil er hat sich nicht krass geschossen. Was Mbappé. Du darfst gar nicht. Du hast ja drei mal von. Der Pass. Ex-Pass. Ja, richtig scheiße. Das ist ja geil, Dembélé. Nee, ist ja normal. Guck wie gut er ist. Siehst du das? Gut abgefangen. Super viel Pass. Schön. Also dafür fress ich. Schöner, schönes Vier-Hotor. Das ist einfach so viel gepasst. Schon wieder. Ich bin ganz normal in R1-X-Pass. Ja, aber der ist auch nicht nach. Ja, dass Dembélé so gut ist, ist so lächerlich, Alter. Ist das so Bullshit. Boah, das ist geil. Was macht der mit dir? Ja, Dembélé ist einfach so gut, Mann. Du hast Pelé, Mbappé, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Eusebio, Ginola, Zidane, Hullet. Wer ist denn seine Verteidigung nochmal? Zähl mal die Verteidigung auf. Guck mal, ich krieg mit Mbappé den Ball nicht vor Kimbembe. Boah, Kimbembe ist stark. Auch stark. Klasse, wie fühlst du das schon? Bumm, so schlecht. Macht die nicht. Und dann sowas. Pelé. Hast du gesehen? Ja, klar. Ich kann das auch mal haben. Na, muss ja eigentlich. Hä? Was? Warum? Tor. Ich kann es nicht verteidigen. Wie soll ich das verteidigen? Nee, aber die Frage ist, warum ich gerade... Scheiß drauf, Digga. Ach, scheiß drauf. Oh, witzig. Nee, aber nach vorne. Oh! Oh, Kimbembe ist schneller als Mbappé, hast du gesehen? Ja. Bei mir ist er immer richtig bad. Bei meinen Gegnern ist er immer richtig heftig. Liegt vielleicht am Spieler. Okay. Boah, leider. Du schießt jetzt die Playstation, das mach ich nass. Guck, easy peasy. Du hast sie. Du hast scheiß Vieira, riesen Vieira und riesen Rulle. Du hast nur riesen in deinem Team. Und du hast die Nola, der ist nicht scheiße, aber auch nicht wirklich cool. Super. Super. Das ist es jetzt endlich. Guck mal. Einfach outmove. Guck mal, jetzt weißt du auch mal... Du bist viel besser auf der PS4. Das war... So hast du nicht einmal gemacht, glaube ich. Jetzt hast du dich einen auf der PS5 gemacht, weil du doof bist. Einmal. Oh Gott, Messi. Messi, Messi, Enkel Messi. Oh, fuck mich, dieser Dembele ab. Ich schwöre es dir. Alter, beruhige dich. Ich werde so richtig sauer. Wie viel kostet Dembele? BAM! 50? Ich habe für dich nur auf 2 Millionen bezahlt. Wie viel kostet Dembele? 50? So, naja. Wow, ich bin doch... Und äh... Ja, ich muss da... äh... Ball zurückziehen. Musst du? Ja. Musstest du das auch machen? Was denn? Hä? Er läuft mit Kememe auf mich drauf. Was soll ich denn da anderes machen? Seid ihr dumm? Beruhigen sie sich. Ich dachte, ich melde mich auch die Trash-Coppy. Ich hab nur chillen. BAM! Der Park über den gleichen Trick, der Lose. Ja. Das sagt auch normal ab. Super Pass. Super Pass. Boah, der Schuss war scheiße. Ich muss dich auf rechts legen. Vorher nicht mit dem BIP mit links schießen. Weißt du? Mach einen Step weiter rennen. Ja. Scheißecke. Wer drin sein kann. Okay. Nach außen spielen. Zeig. Ey, ich schwöre, MAP ist so kacke. Ist doch egal, Alter, Junge. Der macht sogar Dings bei mir rein. Wer? Bernierda. Oder Fekir. Okay, Fekir ist links Fuß. Dummer. Den machst du, komm. Der ist nur ein Wannabe. Der macht die ganze Zeit nur drum. Guck mal, wie dumm der ist. Der trickst immer und gibt dir dann den Ball. Ja. Und das zweite war ein Eigentor. Eine schieß 1-1. Den machst du easy. Boah, geiles Tripping mit dem. Das kannst du halt keiner sagen. Ballern in den kurzen Winkel. Was? Volle Pulle, ballern, kurzer Winkel ist drin. Mit Messi mit rechts? Ist ja nicht drin. Voll, kurzer Winkel, voll ballern, ja. Messi hat doch auch übelst gar keinen Weakfoot. Ballern ist drin. Mit Ballers. Richtig, richtig dollen Kreis drin. Ich hab noch nie gegen einen gespielt, der so oft den gleichen Trick macht. Und mich dann somit so nervt. Der übt den, der perfektioniert den. Lieber auf einen Trick perfektionieren, als ganz viele Tricks richtig scheiße Schiff holen. Bist du jetzt Zenny zu? Ja, richtig. Guck mal, der rennt einfach weg. Natürlich. Messi müsste ja nicht ausperformen. Ja, dann ist ja keine Ausdauer mehr. Vielleicht siehst du das mal. Auch mal aufs Dreieck achten von dem Spieler. Okay. Super. Ah, zu offensichtlich, wusste er. Ja, boah. Hat er gebrochen. Jetzt einfach kein Ding mehr kassieren. Das ist das Wichtigste jetzt. Ich werde hier einen Sechser anwählen, aber ich kann nicht. Weil Hullet nicht kommt. Musst du mit eher rein drücken. Ah, ich weiß, dass du mal jetzt mit rein drücken. Ja. Da wollte ich nicht hinspielen. Und da wollte ich auch nicht hinköpfen. Jetzt aber nicht jetzt hier scheiße machen, gell? Mach einen Turm und ruf Su. 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 Super weit weg. So einfach mal verlagert. Das ist auch gar nichts. Ich weiß nicht, Hullet will da nicht hinpassen, wo ich hinpassen will. Geht's nicht einfach nach vorne. Ich habe hier mal 1-6 gedrückt. Das ist schwer im Aus, Digga. Warum gewinnt er den Kopfball? Ich finde das gut zu sehen, dass die Spieler zwar krass sind, aber das ist halt ein... Am Ende doch, ich finde, das haben sie nice gemacht. Also FIFA insgesamt, das System ist ein Schmutzspiel, aber das nur richtig gute Spieler... Oh, der Typ ist doch, ich schwöre, der ist ungelogen scheiße, dass das nicht mein Account ist. Ich hätte ihm schon lange in der DM geshootet, dass es ein Hurensohn ist, dass er mich abfuckt. Ja, Junge... Können wir gebannt werden? Auf PSN, ja, wenn er sich hier reportet, deswegen... Wer ist DePay? Memphis DePay ist der Info, wie ich vorhin gesagt habe. Aber auch unnötig, dass es 2-1 steht, da war ich den einen Jahr... Wie ist deine Bilanz, gerade 6-3? Nein, 7-3 oder 8-3. Das Ding wurde nicht geupdatet. Dann haben wir gequittet und einen haben ja gewonnen, oder? Ja, dann haben wir auch wieder gequittet. Ey, wie kann man denn so nerven, was ist das für ein fucking Loser? Den will ich abfucken. Fuck mich ultimativer. Ja, wir machen gleich einen neuen Reihen. Der macht was und hofft, dass es funktioniert. Kann man Pelé auch auf der Außen spielen? Weil alle sagen, Ginoda soll im Sturm so viel besser sein. Das ist so krank, da ist das heftigspiel. Foul. Hm. Was ist das höchste, was es dann immer gibt in jedem FIFA? 99 am Ende. Es gibt 99 am Ende. Ey, wenn das kein Foul ist... Ey, das ist doch ein Foul, das sieht doch jeder Dumme! Ich verstehe das nicht, warum lässt sich MAP... Der haut MAP eine rein. Das ist so dumm. Und dann gehört der Ball ins Aus. Ja, Aus. Abschluss. Das ist auch so dumm. MAP, gesamtes Gesicht blutet. Bei mir wäre das Spiel auch schon wieder einen halben Meter geflogen, da wäre es jetzt ein Zentimeter gegeben. Ich hab... Sauber ist deiner. Das war geil. Jetzt hast du ihn langsam. Oh, Ginoda, super. Ginoda, geil. Dann mach doch mal was. Bumm. 2-2. Er liegt 200 vor und du machst ein 2-2 und der kriegt langsam... Sooo. 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 Aber eigentlich musst du dir nur schreiben, willst du noch öfter den gleichen Trick machen? Fake Shoot into Scoop Turn. Mach der einfach die ganze Zeit. Willst du es wieder machen? Ja. Hör mal, mach den immer. Das ist krank. Aber weil Dembélé einfach so flink ist, ist das richtig krass, um am Spieler vorbeizukommen. Oh, 100 Hälften ist sogar. Ich sag gerade... Try hard it. Try it richtig hard. Aber er schafft es nicht, weil er so scheiße ist. Und weil... Der ist nicht schlecht. Weil er eigentlich auch viel besser ist. Ohohoho. Sauber Messi. Ja, Messi hat ihn einfach keine Ahnung. Messi hat ihn einfach... Jetzt ist die Rache einfach. Mal auch mal zurück in die Fresse hauen. Das kann nicht sein, Alter. Meine Güte, wenn der bald ankommt. Dann hätt's aber, glaub ich, auch lupfen können. Weil der... Na, lupfen nicht. Es gibt keinen Einbruch bei Abseits. Ich weiß... Das musst du mir nicht sagen. Boah. Super. Wo wird's denn? Halt doch bitte mal. Das hat er doch... Nein, so gut sind die nicht. Das Kimbembe und Dings? Super. Sie haben ein gutes Stellungsspiel schon. Super. Das ist jetzt ein besserer Pass gewesen. Als einfach mal probieren einfach... Ja, okay. Ich versuch's jetzt mal einfach. Wenn da drei Leute von dir und drei Leute von dir... Jetzt auf gar keinen Fall ins Kassieren. Wir brauchen den krassesten Reward überhaupt. Du musst jetzt neun Spiele, acht gewinnen. Du musst jetzt erstmal vier Kronen einwechseln. Ja, genau. Du hast jetzt neun Spiele und musst acht gewinnen für die beste Belohnung, ja? Mhm. Boah, das ist es. Also den muss man machen. Willst du besser? Pelé ist der beste Flügelspiel, der es gibt. Er ist da so clean durchgerannt. Ja, Pelé ist einfach... Schön, ja. Pelé ist geil. Pelé finde ich... Ach, war besser als Ronaldo, ja. Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, uh. Er hat recht. Ähm. Wir schreiben, wir schreiben, wenn du dir zuschaut. Mach nicht go, mach nicht go, mach nicht go. Mach nicht go. Machst du halt einfach... Ja, komm ihn ab. Ja, okay. Wir chillen. Wir feiern Pelé. Wir machen uns ruhig. Wir feiern Pelé. Und der ist jetzt... Aber auch sein Antritt ist richtig krank. Ja, der ist geil. Der ist tausendmal besser als Ernoi. Und dann schreiben wir immer irgendwelche Elfjährige. Ernoi ist viel besser als Pelé. Ja, aber überhaupt nicht in dem FIFA. Pelé kann alles besser als Ernoi. Er macht viel mehr Tore. Ja, er macht Bock. Und du chillst ihn einfach. Guck, du fuckst ihn jetzt zurück ab. Und das nervt ihn. Ja, ja, ja. Er hat mich gerade ein Tor kassiert und muss jetzt einen schießen. Das ist die siebzigste Minute. Der Wichser liegt 2-0 vorne und macht tausend Minuten Pause. Ja, ja. Jetzt liegen wir 3-2 vorne. Mach mal auch eine Pause. Ich würde sogar noch eine Pause machen. Ja, melde noch eine an. Mach eine. Melde an schon mal. Vielleicht brauchen wir nachher noch einen zum Wechseln, der weiß. Wie viele Pausen hatten wir denn? Drei. Ja, guck mal, dann mach doch schnell noch eine. Ja, gleich. Mach noch ein Tor. Jetzt würde ich mehr abfacken. Okay, mach ein Tor und dann Pause schnell. Wieso hast du den Ball nicht? Ah, FIFA. Komm, gönn. Gönn, FIFA. Jetzt ja 1-3 müssen ja. Cool, dass die Ball wird. So, du gehst nach vorne, ziehst du ein Tor. Gibt Pause. Vorbei, der quittet. 100 Prozent. Nein, dann wird er gerade nicht quitten. Ah, das wird er nicht quitten. Dream Pass. Oh mein Gott, das war ein Scheißpass. Ohne Witz, der hätte den einfach nur seitlich spielen müssen. Der wird jetzt doch einfach durchlaufen, glaube ich. Die ganze Zeit ist vieler hochgezogen. Du darfst den Sprintboost nicht unterschätzen. What the fuck, Dude? Warte. Ja, ja. Wie lang ist der Allerbeste? Schreib wieder Nachricht. Der macht jetzt viel Press. Keine Fehlpress ab jetzt. Ja. Er deckt die Spieler, dann hast du die Räume. Wow, was soll das für eine Ball dann aber von... Überhält ihn. Aber abseits wieder von Messi. Faul? Okay. Geil. Geil, gut. Jetzt kein Fehlpass. Ich hab... Ach, Digga. Ich hab nach rechts gedrückt. Keine Fehlpässe ab jetzt. 72... Hör doch mal auf bei den Fehlpässen jetzt. Ruhig dich jetzt mal. Guck mal, Dembélé schneller als Messi. Das macht gar keinen Sinn. Messi hat aber nicht so viel Tempo. Messi hat keine Ausdauer. Und kein Tempo. Messi ist nicht so schnell. Hm. 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 Scheißbar. Mach jetzt mal keine Fehlpässe mehr. Ruhig dich jetzt mal. Beruhigt euch jetzt mal. Ohne, jetzt haben wir die Fresse. Sonst rast ich auf. Halt mal die Fresse, beide. Ich rede jetzt. Du machst jetzt keine Fehlpässe mehr. Mach du... Es wird ja vorkommen. Doch, natürlich. Ruhiger. Ich würde viel ruhiger spielen, wenn du so vorne liegst. Boah, stark. So voll schießen wir mit der 9, der kann das. Na, true. Eigentlich hätte ich schießen sollen. Das ist fucking R9. Der hat 99 Schuss, ne? Ja. Ärgert sich das jetzt? Ja. Was war das? Prost. Ich habe jetzt keinen Tee mehr, weil ich den Max gegeben habe. Der wollte kein Tee, hat gesagt... Tee nennt er das. Er nennt braunes Zuckerwasser, aka Eistee, nennt er Tee. Wow. Wollen wir das auch so sein Gesundheitsshake nennen? Oh. Mensch, mach mal Pause an. Das kann nicht sein. Passen müssen. Nein. Er hätte ihn einfach nur lupfen können, warum lupft er nicht? Super. Ruhig jetzt. Diese Fehlpässe im Aufbau brechen. Ruhig auch. Der Spiel hat vollkommen Pressing. Was soll ich machen? Er prediktet halt immer, wo ich hinspiele. Ab und zu klappt es ab und zu nicht. Ruhig getunnelt. Aber Rundet ist auch groß im Haar, natürlich. Das Ding, wenn unter Riefen durchläuft. Ich wette dann auch Spieler, die könnten einfach... Ja. Messi könnte durch Rundets Beine laufen. Ja, genau. Ich meine, war sehr defensiv. Super. Guck mal, das hat er vom Pressing. Der passt. Der wäre doppelt abgefahren worden. Der muss ja hinwerfen. Super. Oh Mann. Ja, ich wohle einfach. Das ist doch noch laufen können. Das ist doch so schnell. Ja. Hm. Da kann ich noch ein Stück nach vorne. Beugen sie sich. Oh, sehr schön. Das nervt ihn richtig. Das ist geil, der 90. Pass noch ein bisschen. Find den Weg zurück zu R9. Find den Weg zurück in deine eigene Hälfte und fuck ihn richtig ab. Nee, nee. Zu R9. Einfach zu R9 spielen. Macht das tolle. Aber jetzt nicht so viel aufs Zeitspiel. Du musst jetzt schnell ein Tor schießen. Hä? Nö. Muss ich nicht. Nächstes 2 Minuten noch um. Ja, fuck ihn ab. Ich fuck ihn ab, Junge. Mich hab ich vergehen ab. Ja, fuck ihn ab. Es war nicht ein Zeitspiel. Warum denn? Hä? Jürgen, er macht erstmal Pause, lässt das die ganze Zeit durchlaufen. Plus er macht die ganze Zeit seinen Scheiß. Torschießke wird doch eh vorbei gewesen. Scheiß auf den, Alter. Scheiß. Gewonnen ist gewonnen. Der lag 2-0 vorne und hat so 3 Tore geknipst. Dann hast du einmal Pause. Es ist Weekend League und da mach ich halt einfach. Ich denk auch. Da kann man mal kurz die letzten 2 Minuten runterlaufen lassen. Er hätte ja auch schießen können. Dann hätte er abgestoßen, wenn er nicht reingegangen wäre. Und dann wäre er auch zu Ende. Aber das bricht ihn mehr. Das bricht ihn mehr. Das bricht ihn mehr. So fuckt ihn richtig ab. Oh Gott. Pfff. Konoha. Und er spielt. Guck mal auf seine Verteidigung. Monka, Varan, Kunde, Mondi. Ist gut. Egal, du hast, ne? Ja, ich sag aber nur, dass es gut ist, weißt du? Mhm. Dass es nicht an dich ran reicht, ist klar. Konoha einfach. Von wo ist das, Max? Scheiß Anime wahrscheinlich. Boah. Scheiß Anime. Jetzt kommt bald Naruto X Fortnite Colab. Ja, das ist schon geleakt. Ja. Ich glaube auch Liquid hat auch eine Akazuki Dings rausgebracht, ne? Echt jetzt? Ja, Collection. Hast du eine richtige Aufstellung schon? Ja. Boah. 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 Sag ich ja, Varan. Varan ist krank. Immer Sprintboost. Dann kannst du es schaffen. Ich habe doch Sprintboost gemacht. Das war nur Sprint. Nein, ich habe doch den Ball mitgenommen. Das ist doch Sprintboost. Das war wirklich Sprintboost. Das war ein Sprintboost. Das war aber nicht der Sprintboost, in dem wir reden. Doch. Ey, du laberst so viel Kacke. Varan ist einer der schnellsten Innenverteidiger, die du haben kannst. Jetzt denkst du, warum der 240.000 kostet. Oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Alright. There we go. Da haben wir hier den Sweat. Willkommen, zwei Sweats mit einem Turbo Team. Das kann halt nicht sein. Du hast doch auf dem Torwart geblattet. Bro, bro. Ey, du ziehst doch da nicht mehr. Du schießt einfach nur auf das Tor. Der muss doch drin sein. Nicht, wenn du direkt auf das Tor schießt. Okay, okay, okay. Er bringt den einfach um in der Luft. Oh Gott, er spielt. Hast du gesehen, wie er spielt? Hast du gesehen, was er macht? Er macht das, was Mo Auber macht. Mo ist dein Verteidiger? Ja. Ist das eine richtige Taktik? Nein, du hast... Fuck, ich weiß, was hier falsch ist. Ich muss das noch einstellen, dass weniger Leute im Sechzehner sind. Ist zu offensichtlich, dass der hin passt. Super. Das kann nicht sein. Der muss reingehen. Ich schieße ins lange Eck, was willst du von mir? Ach, laber doch mal nicht so viel Scheiße. Man sieht das doch, wenn du schießt. Ist doch scheißegal, das ist Mbappé, Junge. Für so einen laschen Ball ins Tor chippen, das geht nicht. Junge, von der Entfernung schieße ich mit zwei Balken und Dings ist er drin mit Ben Yedda. Ja, Ben Yedda ist auch besser. Ach, laber mal nicht so viel Scheiße. Das ist Mbappé. Oh Mann. Ich triggere das viel mehr, dass du so viel Scheiße laberst, als dass der Ball nicht reingeht. Ich hab's die ganze Zeit gesehen. Es ist immer noch fucking Mbappé. Ich will doch den Ball nicht übers Tor schießen. Nee, also der hätte schon reingehen müssen eigentlich, Max. Also das ist der nicht reingegang, jetzt ist das schon frech. Der war nicht gezielt. Der war zu hektisch. Einfach mit Linksvolley, mit einem geblockten einfach so. Ja, kein Wort mehr der Hohenson. Fragt mich schon wieder ab, dass der das Tor nicht macht. Oh, der spielt das gut. Oh mein Gott. Bro, dass der Vieira noch nicht zum Ball geht, ne. Und selbst, weil ja so Leute gesagt haben, klar steht er den Tor, aber selbst wenn er ihn da stellt, sollte er halt nicht ihn halten können, hat er gegen Mbappé. Er stellt ihn. Er stellt ihn. Er stellt die ganze Zeit. Er stellt ihn. Fragt mich richtig der Wirt. Wie geht das? Ach Bro, was ist das mit deinen Ikonen? Das kann doch nicht sein. Doch, das wird doch so weitergehen. Das ist doch nicht normal. Was macht ihr? Geil. Der hat sich gedacht, nee, lass mal in die Arme nehmen. Die Kronen sind aber trotzdem von irgendwelchen 79ern. Das war spannend, Bruce, by the way. Der spielt gut, das ist der Brecher. Nein, Alter, ich hätte schon zwei Tore machen müssen. Müssen? Vielleicht. Sind sie gefallen? Super verteidigt. Keine Verteidiger. Du bist überzeugt. Wieso? Ja, Bro. Er weiß immer, wo ich hinschieße. Das kannst du mir nicht erklären. Er weiß, dass ich ins Lange... Nein, ich habe diesmal ins Kurzeck geschossen. Nicht ins Lange. Er weiß aber auch immer, wo ich hinschieße, ne? Wer ist das? Das ist Romaro. Er hat dreimal den Ball... Nochmal, komm. Das kannst du mir nicht erklären. Also, Hullet ist ein geiler Spieler, wirklich. Aber seine Kopfballduelle sind ja so weird, ne? Oh, da bist du raus mit dem... Das war ja gar nicht, wo es wohin geht. Also, der ist nicht gut in der Verteidigung. Der spielt ohne Verteidiger. Ja, ja. Der spielt nur mit seinem Torwart, quasi. Der stellt ihn immer. Der braucht keine Verteidigung. Ja, er macht das aber auch echt krass. Das fackt mich richtig ab, Alter. Er weiß aber auch, wann ich ins Kurze schieße. Er weiß auch, wann ich ins Lange schieße. Er weiß einfach alles, Alter. Ja, aber... Als ob du das geahnt hättest, dass ich ins kurze Eck schieße, Romaro, oder? Dreimal ist lange versucht, nicht gepackt. Ich schieße mal ins kurze, ja doch. Also, es ist krass, es ist geisteskrank von ihm gespielt, klar. Aber... Es ist nicht unmöglich, oder? Was macht eigentlich die Rolle da die ganze Zeit da vorne? Oh Gott, was ist ein Pass. Oh, guck mal. Zweite Chance. Das kann er nicht sein. Ach Bro, scheiß doch auf links, Mann. Das ist Mbappé, Alter. Also, bitte. Ja, Bernhard hätte den 100% reingemacht. Boah, scheiße. Verarsch mich doch nicht, Alter. Kann natürlich sein, dass Mbapp den aus der Position nicht reinmacht. In FIFA nicht. Du kannst jetzt noch 10 Mal von Mbapp mit da schießen, er geht nicht rein. Sonnen Bullshit. Ist denn FIFA so? Der Typ kostet 1,5 Millionen oder so auf dem Transfermarkt. Richtig. Hat halt keinen linken Fuß. Richtig. Ich fag mich auch ständig ab, das ist echt anders als im Spiel. Aber es ist einfach so. Super drinlegen. Und links geschossen. Pelé hat 4 Sterne links, das geht klar. Muss aber Dings auch haben. Jetzt holen wir die Typen. Wo war das Dings? Huhh. Hhh. Hhh. Also, wie viele Torschossen ich schon wieder hab. Bis jetzt. Geist ist, ne? Geist ist was? Geist ist was? Krank. Geil. Geist ist krank. Ja, ich habe Kreis gedrückt, also ich weißt du, dass ich auf dem, oh Gott, hast du gesehen, dass er Abwärtsspieler macht? Jetzt nicht noch eins, oh sehr schön, Beide zu abzurückziehen, ja, und Tor, oi, ja, die gibt's noch, die gibt's noch, die gibt's noch, ja, die ist es oder so noch gegeben, super, ne, doch nicht, Achtung, jetzt Kopfwörter von Cristiano, ich sehe es schon kommen, ich wechsle R9 gleich wieder ein in der 70. oder so, nein, Leute, wirklich, MAP ist so meinerweit besser als Bennet, aber der hätte den Ball da vorne reinmachen müssen, what the fuck. Ist das Noah? Wie ist das Noah? Profispieler von Salzburg. Der! Was labert ihr? Ist es nicht? Bro, der wäre niemals so schlecht. Ne, glaube ich auch nicht. Der wäre so viel besser. Der wäre doch ein echt Fußballprofi. Weißt du? Ach so. Du hast keine Ahnung. Ist das nicht? Ist er das? Ich glaube nicht, Alter. Noah Okafor, das habe ich nie gehört. Ich auch nicht. Der hat Dings schon gespielt, Champions League, spielt für Salzburg. Der ist irgendwie jetzt 20 oder 21. Schreib mir mal auf Instagram, du hast blauen Haken, das er uns gewinnen lassen soll, sonst machen wir Shitstorm auf sein Instagram. Ja. Wir suchen irgendeinen Tweet raus von vor sieben Jahren. Ja, genau. Und dann muss er weiter... Schreib, was man leicht falsch interpretieren könnte und dann geht's los. Junge, wie ich brauche kein Pelé eigentlich. Der ist auch so schnell, ich fasse es nicht. Sein linker Fuß ist schwach wie... Ne, der hat doch reingemacht mit Dings gerade. Was? Das war Pelé, Bro. Habe ich doch gerade gesagt, wie schnell ist Pelé da? Ach so, ich habe MWP verstanden. Oh ja, aber Matron, aber doch nur Scheiße. Geiler Pass. Glaubst du... Oh, oh. Das ist doch auch wieder ein Witz, ne? Der prallt, ich sag dir doch, der prallt am Kunde ab, der 2.000 kostet. Wie viel kostet Pelé? Wie viel kostet Pelé? Keine Ahnung, 8 Millionen? Witzig. Man zahlt nur für den Namen. Nein. Also wahrscheinlich schon viel, ja, aber... Naja, bald kommt irgendwie... Higa Pelé raus. Aber dann ist Pelé auch nicht mehr so viel wert, oder? Ja, er wird definitiv nicht so viel fallen, Bro. Ne, irgendwann kommt so ein, weiß ich nicht, so ein... Player of the Year, Hyper... Nicht mit links. Super. Oh. Okay. Sag's mir. So ein Hyper, äh, Dybala oder so ein Scheiß. Ja. Oder Dembélé. Und der hat alles jetzt besser als Pelé. Und kostet trotzdem nur... Aber wieder am Ball. Ist doch wieder geil, Alter. Hast du gehört schon mal Farnay? Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Und er bleibt wieder am Ball. Obwohl ich... Ich hab zweimal schon alles prediktet. Der Zerber am Ball. So ein Teil. Holy shit. Jetzt nicht krank werden, gell? Mach ich nicht. Du vielleicht, so wie du aussiehst. Geil. Was war das denn? Ich hol euch ein paar P langschicken. Oh, was ist das denn? Hilfe. Oh, guck mal. Hast du aber auch... Du bist lasch. Ist ein sehr lascher Schuss. Ich glaube auch, da kannst du direkt abschließen oder nicht? War keine Fehl, nein. Nein, das ist messy Linksfuß. Man fuhr zu ihr die ganze Zeit. Das Ding ist, das sind sehr, sehr, sehr schwache Schüsse. Du musst die im Winkel packern, wie du es sonst auch immer gemacht hast. Ja, manchmal schießt du die schönen Bilder. Haben du den Schuss gut? Sei ehrlich. War ein guter Schuss? Okay. Wie ist die Bilanz gerade? Dave, gucken wir gleich. Scheiße ist die Bilanz. Ja, das stimmt. Das kann nicht sein, Alter. Boah. Ist noch heiß? Immer noch? Das kann... Bro, jetzt hör auf. Hör auf. Hör auf und sag mir, dass das an mir liegt. Hör auf, Alter. Das liegt doch, wo der Pfeil entscheidet. Und da zeigst du doch auch mal. Romatra, du hast doch gerade gesehen, dass noch ein Spieler neben mir ist. Ich konnte nicht in die andere Ecke schießen, weil er sonst wieder autoblockt wäre. Und der schießt aus in 5 Meter Raum. Und der Torwart hält ihn vor allem. Ja, aber wenn du auf den Torwart draufliebst, dann... Kriegt man irgendwie EA-Bonus, wenn man Fußballprofi ist oder so? Wenn man einen Account angibt? Kann das sein? Ich glaube, der EA-Bonus ist einfach, dass wenn dein Gegner auf den Torwart schießt, dann hat er den. Okay. Ich glaube, das könnte sein. Der EA-Bonus wäre auch jeder. Geil aber. Ich wechsle. Ich weiß, dass ich nach 90. ein Tor bekommen und verlieren werde. Das ist so ein Spiel. Ich habe bis jetzt einen einzigen Torschuss gehabt und der war drin. Also eine Torchance, die gefährlich war. Ich habe bis jetzt 15 gehabt und eine ist reingegangen. Das kannst du jetzt keinem erzählen. In echt hättest du recht. Okay. Ja, tunnel den. Ja, aber der Torwart ist da. Ja, trotzdem. Tunnel den einfach. Das hat auch nichts mit Skill zu tun, sondern Lack. Okay, du hast recht. Das war der Springboost. Das war geil. Das ist es. Wieder autoblockt. Ja, aber das ist das zu. Das ist auch eine gute Position. Das war alles geil. Jetzt trotzdem Ronaldo einwechseln. Für Mbappe? Ja. Mbappe? Kannst du Time-Finish? Hm, nur bei Freistößen oder Elfmeter. Im Spiel nie angewendet. Weiß ich nicht. Ja, aber ey, das der Fortschieß riecht da alles gut. Aber sagen wir doch ehrlich, der Schuss, wo ich zurückspiele und dann aufs Tor schieße, hat der nicht gestellt. Du kannst nicht sagen, dass er den in der Sekunde, in der ich da schieße, den da gestellt hat. Das kannst du nicht erzählen, Bro. Also wirklich nicht. Das war einfach nur Lack. Der Kopfballtor jetzt. So. Geht nicht. Kannst du trinken. Doch. Aber Kopfwelle muss man tatsächlich aufziehen. Die Kopfwelle muss man tatsächlich aufziehen. Das ist ja nicht der Schiffstrubbel. Komm schon mal. Wo ist Messi? Da geht er gerade rum. Kann ich nicht durchlaufen. Sprintboots gemacht. Oh, Junge. Was macht der? Er hat ihn angegriffen. Warum geht der nicht auf den Ball? Der macht eigentlich nicht. Der geht nur auf den Spieler. Der ist aggressiv. Der hat noch eine Rechnung offen. Im letzten Jahr. Der macht nur... Das ist zu hektisch. Ich dachte, der hat einfach nur den Spieler enthängt. War das so ein Neld oder Viehra? Das ist ja Viehra eigentlich. Weil du hat nicht so einen Körper. Das ist ein Witz. Zu spitz. Ja, ja. Zu spitz. Zu schwach. Zu links. Zu rechts. Den hättest du wieder stark ins Kurze reinballern lassen. Ja. Du verstehst einfach nicht, wie das Game funktioniert. Ja, das finde ich auch krass. Du bist so ein guter FIFA-Spieler. Du kannst zwar gut spielen, aber... Du holst eine Million Chancen raus. Du dominierst ihn auch in der Defense und überall. Oh, das werde ich im Eigentor gewöhnen. Ja. Aber es gibt ja... Ist ja egal, was in echt ist. Im FIFA gibt es Taktiken, mit denen kriegst du Tore, und dann gibt es welche, mit denen kriegst du keine Tore. Genau. Und Spitz ist keine Taktik, mit der man effizient Tore schießt. Das kann halt nicht sein, ne? Oh. Das kann halt echt nicht sein. Ich muss das auf den Starten legen. Aber auf ernst kapiert. Guck mal, er schießt da nicht, weil er weiß. Wenn er da schießt, ist er eh nichts drin. Genau, ist er eh nicht drin. Deswegen hat er noch was probiert. Ja, das war aber auch zu abzuwarten. Das ist doch ein Witz, Mann. Witz, Mann. Grieß, Mann. Der Typ lagt sich einen so hart zurecht. Das ist unglaublich. Und Ronaldo spielt sich wie ein Stein, Alter. Ja, danke. Wie ein Stein, Mann. Aber ein Stein mit 99 Schuss. Ich schwöre, ich wechsle den nicht mehr für MRP aus. Der kann nicht dribbeln. Der kriegt den Ball und macht ihn rein. Das kann er. Du spielst ihm den Ball an und er schießt ihn rein. Alles andere kann er nicht. Der ist quasi so ein Sniper-Turret. Ja, genau. Oh, ey. Das ist die Chance. Also wirklich, ich pack's nicht mehr. Was ist das für ein Pass? Ich pack's nicht mehr. Du weißt, du siehst es auch, oder? Teilweise. Ey, Junge. Laber mich nicht voll. Wenn du mir sagen willst, dass ich nicht hier grad einfach so Unschieden spiel, dann keine Ahnung, Alter. Du hast doch jetzt in den letzten zehn Games gemerkt, dass die Schüsse, die du machst, nicht rein gehen. Okay. Aber du machst sie immer wieder. Ja, komischerweise klatzt mit meinem Team. Witzig. Sonst würde ich ja nicht in der Weekend die 15 Wins holen. 13 Schüsse. Ich hab 13 Schüsse und erwartete Tore 6,3 und da wollt ihr mir sagen, ach, na scheiß auf euch, Alter, wirklich. Die Schüsse sind einfach... Ja, Junge, laber mich nicht, Alter. Aber du bist schon überall. Ja, Junge. Dann haltest du auch keine erwarteten Tore 6,3, Alter. Du laberst. Das wäre jetzt das Spiel das. Nein, eben nicht. Jedes Spiel erwartete Tore 6,3 und verlierst dann 1,0. Mhm. Das bringt doch nichts. Ja. Okay. Was ist denn da krass, wie die Ball abfallen können? Okay. Und warum machen wir Pelle und Ronaldo zur Zeit da unten? Traumpass. Das kann er. Dafür ist Ronaldo da. Anspielen, drehen, Tor. Der kann aber aus der Drehung und alles. Mit links, mit rechts, mit allem. Anspielen, Tor. Anspielen, Tor. Anspielen, Tor. Das ist er. Der kann nicht dribbeln, der kann nicht passen, der kann nicht köpfen. Weiß nicht, was sich EA da gedacht hat. Der kann nur das und das kann am besten. Also der kann das aus jeder Position? Der kann das immer. Da wären auch 100 von 100 Schüsse gerade drin gewesen. Also auch gar nicht passend. Nicht Dreieck, nicht Flanken. Also wenn du einen Ball hast mit Ronaldo, hast du quasi verloren, wenn er nicht drin ist. Ronaldo kann den Ball nicht zu Mitspielern machen oder an Gegnern vorbei. Er kann ihn nur ins Tor machen. Okay. Super. Schöner Ball. Ich weiß auch nicht, warum Varane vor Ronaldo steht. Ich weiß nicht, was der… Ja, Ronaldo, guck. Was denkt der denn? Ja, er ist, ne? War nicht so gedacht. Wirklich war nicht so gedacht. Oh. Jetzt sitzt doch nochmal hier oben. Der ist ja schön zugestellt. Aber er wählt den Ball. Er wählt den Ball. Hätte ich ja so gefühlt. Der ist zu offen. Also weiß ich nicht. Kann ich ja auch direkt den Ball jetzt zu ihm spielen. Ja, der zorn halt und der macht den rein. Irgendwie. Da ist er. Der SPD. Aber auch er macht den. Er stellt den Torwart jetzt gleich. Ja, wusste ich. Deswegen hab ich ihn ins kurze. Den hast du, Alter. Ach, ist das der Typ, der die Torwart ist? Ja, ja. Ja, ja. Holy shit, das ging in eine halbe Stunde. Ja, richtig. Das ist auch eine Verlängerung. Der spielt ja… also wirklich. Er ist im Sturm ganz okay. In der Verteidigung Trash. Und wenn Torwart ist er der… Ohnwitz! Das ist mit Abstand der Beste, den ich je gespielt hab mit seinem Torhüter. Mit Abstand. Das ist krass. Das ist normal in meinem Team. Ich hab besseres Matchmaking. Auf PS4 und PS5? Einfach überall besser als Matchmaking. Ronaldo ist btw. Also R9 ist erst 45 Jahre alt. Er ist sogar als mein Dad, Alter. Er ist gar nicht 70. Was hab ich gesagt? Er ist 72. Er ist 72, der ist 50. Er ist jünger als mein Dad. Du hast ihn 30 Jahre falsch eingeschätzt, Max. 30 Jahre. Ja. Das sind fast zwei Generationen. Bei dir quasi. Da hat sich das erste Mal gesehen und dachte, du wärst ein zwölfjähriges Mädchen. Völlig verschätzt. Ja. Und dann hast du mich bei dir pennen lassen. Auf der Gamescom. Das ist ganz schön creepy, Max. Jungen, du hast dich eingenistet bei uns auf einmal. Ich hab dich ausgeschmissen. Also wie du gepennt hast auf der Gamescom, das war bodenlos. Ja, ich war aber auch bodenlos am Arsch. Zur Gamescom-Zeit. Aber genau so soll morgen eigentlich auch werden. Okay. Ich hab schon gesehen, dass mein Tor halt irgendwie hinfällt oder so. Ja. Du warst seine Schuhe nicht gebunden. Er spielt Full Pressing. Stimmt. Ich hab gedacht, er ist tot. Das ist Ronaldos, Alter, der tot ist. Ich hab gedacht. Er hat das in seiner Karriere in den 60er Jahren. Ey. Er hat 2002 noch die EM gespielt. Er hat eine WM und hat uns glaube ich sogar zwei Dinger reingehauen, wo Khan einen Fehler gemacht hat. Oh. Das war krass gespielt. Das war geil. Ruhig, jetzt ruhig. Jetzt alle Schnauze. Das war gut gespielt von ihm. Keiner redet jetzt mehr. Der spielt aber auch Full Pressing. Der spielt jetzt Full Pressing. Muss ruhig bleiben. Nutzt die Räume. Verlagert die Seiten. Seitenwechsel schon mit Flanken. Guck mal, du kriegst den Ball für den Spieler. Ein Spieler ist immer frei. Ein Spieler ist immer frei. Arbeite unten mit dem Radar. Oh. Geil, Pille. Super, du hast den Ball immer noch. Ich find das krass, wie dann wirklich direkt vier Leute auf den Zug hängen. Ja, weil der Full Pressing spielt. Boah. Boah. Ich kann, ich schwör, ich weiß nicht, wen ich anspielen soll, obwohl ich Full Defensiv eingestellt hab. Das war's. Das war's. Scheiße. Das ist so ein Witz. Huren soll, Alter. Der hat aber gerade nochmal richtig aufgedreht. Ja, aber Bro, es kann doch nicht sein, dass ich sehr defensiv spiele, meine ganze Abwehr weg ist. Die war nicht weg, der hat sich wirklich ausgetanzt. Der hat links gepasst, rechts gepasst, hoch links gepasst, nochmal links gepasst und hat den so lange Ecke gezogen. Ja, und dann vielleicht wieder einen Elfmeter schießen. Der Typ war so viel schlechter als ich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. War er so viel schlechter? Ich hab sieben erwartete Tore einfach gegen ihn. Scheiße, jetzt mach, bleib ruhig jetzt. Das ist Ronaldo, guck mal. So. Ja, das ist verloren. Warum denn? Oh, wie sauer. Ja, das ist verloren. Ist verloren, ich weiß es doch. Ich weiß, dass es verloren ist. Ja, weil er gut mit seinem Torwart ist, deswegen ist es verloren. Ist doch scheißegal, aber gut ist mit seinem Torwart, Mann. Ich glaub, der spielt Torwart, der nicht will leben. Ist so lächerlich, gegen so einen fucking Loser zu verlieren. Oh, ja, nice. Fuck mich so ab. Kommst du richtig? Kommst du richtig? Oh. Oh, cool. Sauber. Krass, krass. Zoom. So? Komm schon, Alter. Den hast du, den hast du, den hast du, den hast du, den hast du. Oh, läuft der andere an. Oh, war, will er noch? Oh, Killer! Ich fass es nicht, Chef Strom. Komm schon, jetzt R9, easy. Jetzt kommt ja alles Entscheidende. Wenn du den hältst, dann ist es das. Alles Entscheidende. Okay. Du musst nur ein Tor machen. Nur ein Tor machen. Nur ein Tor, jetzt alles Entscheidende. Messi. Oh, let's go, Alter! Das war so fucking verdient. Sauber, Alter! Das war fucking verdient. Schreib ihm eine Nachricht, schreib ihm eine Nachricht, wenn man nicht kicken soll. Das war so verdient, Alter. Sauber, Alter, schreib ihm eine Nachricht. Sooo gut an. Wir gucken, wir gucken, wie viele Torschüsse ich hab und wie viel er hat. Wir gucken einfach mal. Guck dir einfach an, wie viele Torschüsse ich hab und wie viel er hat. Ich hab 15 Torschüsse. Und er hat? Acht. Ich mein, der hat einfach die Hälfte. Ich hab erwartete Tore 7,6. Junge, erklärs mir doch. Sauber. Erwartete Tore 7,6. Der hat das Konoha Gakuri gefickt. Das hat nicht mal Pay geschafft. Wow. Spoilert. Nee. Du kannst kein selbe Spieler sein, wenn er draußen ist. Oh, Junge. Was denn? Das ist der gleiche. Nee, der hat auch ein krasses Team. Nö, wer ist denn da in der Defense? Wer ist denn der 79er? Das ist Lacroix. Boah, wie kostet der 3.000? Aber der fickt alle. Kannst du Payne und so fragen. Der ist auch ein Metaspieler. Der kostet 3.000. Und fickt alle, ja. Den hab ich auch, glaub ich. So quasi wie du. Lachst du? Dumm. Wir haben jetzt gar nicht gecheckt, wie viel ich stehe, ne? Der Gegner wäre das halt besser. Ich hätte mir am Anfang nicht so viel Niederlage reinholen sollen. Ich muss dem Typ eine Sprachnachricht schicken mit Suu von ihm gerade. Suu. Das ist ja der langsamste Pass gewesen. Und der war auch effektiv. Boah. Guck, das war Lacroix. Hast du gesehen? Lacroix. Hat MAP weggeschissen. Der hat ihn einfach weggeschissen. Krass. Ist dem Kaku noch gut eigentlich? Ist okay. Hallo Chef Strobel, du sagst und bist GSI FIFA zu Null. Wo spielt, in welcher Liga spielt Bernierda? Äh, französischer. Französischer. Ist, 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 ist. Pl samen叫 ja du willst immer vergleichen junge du musst ja auch gucken dass sie Leute nicht das Geld haben oder die Münzen oder weißt du was? Wie lange um geht's denn nicht? Max hätte gerne, dass seine Spieler einfach die anderen umrennen. Ja. Ist aber nicht so, dieses Spiel. Ja, das ist es einfach nicht so. Das war auch davor irgendwie so. Letztierfer stärker. Junge, der hat von allen im Fokus, der kippt's jetzt hier rein. Zu spät. Abseits, oder? Nicht. Super, das ist der Sprint-Boost. Da war er wieder. Super! Mach ihn doch. Merkst du's jetzt mal? Ja, ja, okay. Wieso machen die den Suu-Tor-Jubel nicht? Mit seiner Mähne wär's viel geiler gewesen. Die schlendern dann durchs Ding. Ja, stimmt. Krullet ist so ein Biest. Ja, also wirklich, ich liebe den, was so Zweikämpfe angeht, aber so Kopfbälle und so. Ja, der ist wahrscheinlich auch immer noch besser in Kopfbällen. Das Problem ist, dass jeder scheiße in Kopfbällen ist, weißt du was ich mein? Mhm. Krullet ist nur ein bisschen weniger scheiße. Oder gibt's eigentlich wieder... Residenz lieber Kontent? Nur bei Romatra geht die Post ab. Hey mach mal den Scheiß. Ja ich wollte grad die Chen die ganze Zeit Pits bei dir rein in deinem Channel. Der hat gerade irgendein Scheiß hier. Mach das mal aus. Ja muss ich nachgehen, ich kann da jetzt nicht reingreifen oder? Klar, so nur im PC. Ja ich weiß nicht, jetzt haben sie rausgefunden, dass bei mir noch einer DIRTS an sind. Das ist witzig gell. Schneller, schneller, besser. Lenk ihn nicht ab. Wow. Chef Strobl ist zur Bart. Nein du bist dumm. Hi Trimax. Ich hasse dich, wieso ist da Hi Trimax jetzt? Ich hab's dir gesagt. Du hast es mir echt gesagt. Ja weil er bei Twitch angemeldet ist, dass der Browser auch so mal übernimmt. So eine Scheiße, dann weiß ich nicht wie er das ausmachen soll. Hey du kannst doch deine Leute einfach hier bei der Box ausmachen. Oder hast du dich angemeldet mit Stream Elements? Ich bin mit Stream Elements angemeldet. Boah. Was jetzt? Go ahead time for me. Chef Strobl hat einen kleinen Pipi. Gib mir mein Handy aber bis jetzt früher. Nein, nein, nein. Ginole. Pile völlig frei. Baby Rage ich bin Chef Strobl und sage gerne Dicks. Die machen den Zoo Tor Jubel nicht. Eins Kreis, was ist denn los? Wieso rutschen die immer auf ihren Kackknien? Zuuu. 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 Wie stehst du jetzt eigentlich? Wie ist die Balance? Lass es dir nachgucken. Können wir ausrechnen. Oh, das ist bisher nichts verloren. Nummer 3. Ey dein Handy mach das doch mal aus Digga. Wieso verbriert das die ganze Zeit so wirklich? Weil ich leider was noch. Digger den Bums duuu. Alles normal? Zuuu. 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 Lass rein. Jetzt die 0. Minute, du liegst 3-0 vorn. Kann er bitte einfach abbrechen. Der hat nämlich auch so ein Comeback Potential. Ich muss noch ein 4. Mal, dass der Comeback durchbricht, weißt du? Ja, ja. Weil der ist gut. Der hat auch schon einen getimed Finish. Weißt du? Du hast auch eine Toro Bilanz. Du liegst mit 5 Wins vorn. Das heißt, du spielst nur Leute mit 5 Wins. Und jeder der kann hier Comeback. Bam. Tomatati. Da siehst du. Er wird's good time Finishing mit Dings. Mach noch ein Tor, dann gibst du Comatra an die Kontrolle. Was? Und wenn er eins kassiert, ist wieder Ende. Das Problem ist, der Tor hat wirklich krasses Comeback. Ich weiß nicht, aber mach 4-0. Mach 4-0 und dann spielt Comatra, bis er einen Gegentor kassiert. Ist doch geil. Chat, ist das gut? So, ich hab jetzt Alerts ausgemacht. Ist das gut, Chat? Das ist geil. Melch schon mal Pause an. Melch schon mal Pause an. Ach nee, erst nach dem Tor, gell? Ja. Chat Romant noch ein Ding. Und dann darf ich ein bisschen spielen. Da hab ich übel Bock drauf. Und dann schauen wir, wie schnell ich ihn schon mal ist. Schöner Ball. Was? Da kommt er ran? Muki? Ich nenne immer Muki Lele, obwohl er Muki da heißt. Oh mein Gott, was war das denn? Er wollte mit dem Muki Lele einfach den Ball vorlegen. Mit dem Muki Lele? Hätte ich früher spielen lassen. Ich hoffe es. Wie gesagt, der ist gut. Abseits. Oder? Guck's dir an. Hast du gesehen? Das ist Kim Bembe. Ich find das so geil, wie die Spieler oben spielen. Wow. Wow. Was ein geiler Pass von Viura. Kein Ding kassieren. Wenn du alles kassierst, wird Romantra nie wieder spielen. Mein Bestes. Gut. Mach jetzt noch eins schnell. Ja. Hast du gesehen? Der will mich nicht spielen lassen. Hä? Ich hab Sprintboots angemacht und Muki Lele holt ihn ein. Was soll ich sagen? Muki Lele ist doch schon gesprintet. Du bist erst losgesprintet. Was ist mit deinem Sprintboot? Sprintboot? Ich bin in so einer Situation. Jawoll. Das ist gut. Vielleicht noch mal. Das kannst du keinem erklären. Das war starker Fuß. Das war starker Fuß mit MRP. Jetzt laber mich nicht voll. R1 Kreis. Junge. Mit Dings. Wie heißt der denn? Du hast den Pfeil richtig weit neben das Tor gelenkt. Dafür hab ich den Pfeil an. Wirklich? Ja, ich spiel aber nicht mit Pfeilen. Der irritiert mich. Ja, aber der irritiert mich. Der irritiert dich. Der irritiert dich, der Pfeil. Traumpass. Traumpass. Bamm. Elfmeter. Ja. Das Ding ist einfach. Ich hab hier einen R1 Kreis mit MRP. Der muss drin sein. Kannst du mir sagen, was du willst. Du könntest einfach ohne Kreis schießen. Einfach mit voller Pulle ins lange Eck. Was ist? Findest du gut? Warum gibt's denn Leute? Ja. Jetzt geh dich. Der hat das Potenzial, das Game noch rumzureißen. Der hat einen Schalke-Wappen. Was für ein Front? Wieso? Weiß nicht. Wie läuft's bei Schalke in letzter Zeit? Ich glaub nicht gut. Die mussten LCS-Bot verkaufen, weil sie keinen Cash mehr haben. Und die 10 Millionen brauchen. Schön. Schön? Och. Ja komm, sag's mir doch. Wie waren die letzten drei Spiele von Schalke? Wie sind die ausgegangen? Weiß ich nicht. 05 verloren, 03 verloren und ich glaub 2, 4 verloren. Boah, weißt du das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach nicht. Als ob ich in 3 Games 14 Gegentore kassiere. Ey, er ist lag. Wieso kann... Ja, aber wieso kann Pulle die nicht einfach kurz umbringen? Versteh ich auch nicht. ADC-Spot? Scheiß-Ecke. Okay, ist fast reingegangen. Ja, der ADC-Spot gibt dir aber 10 Millionen. Und den mussten sie verkaufen, weil sie kein Geld mehr haben. Weil sie abgestiegen sind und schlecht erwirtschaftet haben. Und sich zu teure Fußballspieler kaufen, die zu viel Gehalt haben. Mit zu schlechte Leistung. Au. Wer zum Beispiel? Keine Ahnung, Chat. Sag mir mal ein paar Spieler, die bei euch überbezahlt sind bei Schalke. Sag mir mal, weshalb Schalke abgestiegen ist. Welcher Spieler war schuld? Alle, die ganze Mannschaft. Ne, aber einer besonders. Wer war die heftigste Enttäuschung bei Schalke in der letzten Season? Haben wir hier einen Schalke-Spieler? Auf wen sind die Schalker am sauersten? Was wir auch machen können, nach 16 Siegen ist Max, richtig? Da gibt es nicht mehr Bedrohung. Ja. Ja. Ich hab keinen Bock gegen den Bolten fünf Dings zu spielen. Der ist nicht schlecht. Ich bin hier vorne und kann nichts machen. Wie geht's lang? Ja, ich wollte eigentlich gerade spielen, aber MVP. Denkt auch sich nur, ich renne einfach mal ins Upside. Was vorher spielen können, weil in der eigenen Hälfte ist kein Upside. Nein, war er nicht. Ja, Junge. Oh, ist der Shit, Alter. Lass mich doch jetzt schon spielen. Nein, Junge, ich will nicht, dass der Comebackt. Du hast ja vorhin gesehen, was passiert. Mann. Ich überwach mal mit ihm hier. Du kannst ja auch gleich noch mit dem Team spielen von mir aus. Ja, wenn es 4-0 steht in der achtzigsten Dinger, dann muss ich nicht so weiterspielen. Ja, okay. Kann ich dann. Wow. Also bitte, was sind das für Dreieckspässe? Der kackt den einfach vor sich und denkt sich so, jo, nimm ihn dir einfach. Zu. Zu? Oh. Na. Knapp. So, jetzt kriegt er mit Rudit außenlaufen. Innen ist er gedeckt. Rudit ist eh ein Monster. Für mich ist das so lächerlich. Oh. Ja. Das ist scheiße. Aber hast du auch gesehen, wo der Pfeiter die Liga erwündet wird? Aufs Tor, hä? Das Spiel hat dich einfach gehalten. Du kannst auch vor dem Tor nochmal Dreieck rüberlegen, ne? MOP war völlig frei und nicht im Abseits. Du weißt gerade schon, dass ich mit MOP geschossen hab. Du voll. Daneben dann der Pelleo. Pelleo wie du ihn nennst. 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 Wie schnell kassier ich jetzt eins? Du musst einfach hinten gut stehen. Sauber! Jetzt ruhig. What? Wie unruhig. Wie viel nicht unruhig? Ich muss schon Kontroll in der Hand halten. Ich seh das hier, wie du verkraftest. Hast du das mit dem Controller gespielt? Doch. Oh! Hast du nicht gesehen? Ich hab dem grad noch eins gespielt. Du bist so heftig. Also das war, also das war schön, oder? Das war super schön. Schöner Flachschuss. Aber mit wie viel, wie viel Kraft du die ganzen Tasten und wie unkontrolliert und wie eckig du dich bewegst und wie viel Kraft. Holy shit! Du hast ja nichts gemacht. Gut gemacht. Du hast ja ein krasses Tor gemacht, oder was? Ja, war schön. Da war auch noch ein Haufen Fehlpässe. Oder? Hör auf mich anzuschauen, das irritiert mich total. Hör auf! Hör auf! Ich kann so nicht. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja, das war abseits. Egal, eins hab ich mir nur reingeballert. Das ist in Ordnung. Was machst du, Herr Strubels? Mann! Wem denn? Achso, aus dem Gaming-Haus. Ja, aus dem Gaming-Haus. Ja, aus dem Gaming-Haus. Ja, ja. Crazy Pass. Oh! Super gespielt. Oh! Wer, wer? Scheiß drauf. 88. Minute. Rumatra spielt mit Maus und Tastatur. Und zwar richtig schnell. Kein Ding kassieren. Oh, schön. Ja. Egal. 90 ist jetzt der letzte Angriff. Oh, jetzt sogar fertig. Geil! Den habt ihr 5-0 zerlegt. Also, weiß ich nicht. Hab ich dem gut reingeballert, eins. Müsste zu fehlen. Aber du warst richtig verkrampft. Ich war überverkrampft. Ich werde mal zeigen, wie das aussieht. Achso. Zeig das Tor nochmal. Chef Probe, schau dir das Tor an. Komm. Ja, so gut, dass es auch nicht kommt. Aber ich habe ein Tor gemacht gegen den. Guck mal. 2. War scheiße das Tor. War gut das Tor. War gut das Tor. War übersolide. Das ist runtergespielt, das Tor. Spielehöhepunkte. Das letzte Tor. 78. Schön durchgetankt. Und Flachschuss. Bumm. Mit links. Und bei mir hat er vorbei geschossen. Er hat Flachschuss mit links. Hast du R1 gedrückt? Nö. Witz. Aber ich habe ins Eck gezielt, richtig. Das hilft. Wo ist R9 hin? Ich schwöre, MRP lässt sich besser spielen. MRP ist auch einfach wirklich durchgetankt. Der war schneller, hat den Ball genommen. Warte mal, wir wollten gucken wie viel wir stehen. Also Bilanz ist, wir haben jetzt noch 6 Spiele. Ja. Ich muss jetzt noch 5 gewinnen. Mhm. Also dann müssen wir 16, dann haben wir jetzt 11 Wins. Und 3 Liter da. 11 Wins. Noch besser nachrechnen. Besser 100%ige Nachrichten. Ist doch so. Ist so, ist fertig. 11-3 bist du? Ja. Ich muss ja noch 16 gewinnen. Wenn ich das nächste gewinne, dann haben wir schon mal 12. Also 12 haben wir auf jeden Fall safe. 12 schaffe ich auch mal. Weil die Getränkterrechts reichen. Das da, genau. Was ist das? Air Up. Was ist Air Up? Air Up ist geil Wasser. Und dann riechst du da dran und dann schmeckt das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Son in Form. Nein. Hamburg SC. Son und Salar in Form. Und er hat wieder die beste Verteidigung. Tut mir leid. Ich bin hier. Kann er bitte aufgeben? Hamburger SC könnte auch ein Streamsatz sein. Ich muss auch mal pinkeln. Pinkeln? Ja. Sagst du pinkeln? Ja, zu viel. Pinkeln. Pinkeln. Kann er bitte aufgeben? Ich würde ihm so ein Herz küssen. Wenn du gerade im Chat bist, wenn du ein Eigentor machst, ich würde dir so ein Herz küssen. Wie du denkst, dass der… Der ist Hamburger SC. Achso. Er hat wirklich geküsst. Schade, okay. Aber du musst auch spielen. Schönes Appell. Dafür habe ich dich in der Startelf. Dafür hast du Ronaldo verdrängt, der 45 Jahre alt ist. Oh mein. Oh mein. Oh, hat er so gewochen. Aber stört nicht, weil deine Spieler einfach besser sind. Ja! Wichtig, Alter! Hat man auch einfach gesehen, dass der Pfeil schön ins Eck ging? Messi mit rechten Fuß. Wenn es einen Spieler geben würde, den ich treffen könnte einmal, wäre es so sein Messi, Alter. Ankara, Messi, Ankara, Messi. Welcher Spieler wäre es bei dir, Max? Was denn? Welchen Spieler? Einen Ausrunde, den du treffen darfst. Echt? Ja. Aber ich wollte gerade sagen, einer der vielleicht noch gerade aktiv spielt. Ronaldinho. Was? Der spielt nicht immer aktiv? Der spielt irgendwo noch in Amerika oder in Asien irgendwo? Nein. Ich meine, Ronaldinho spielt in der gleichen Mannschaft wie Iniesta. Okay. Der spielt noch? Der spielt noch. Deswegen gibt es noch als Ikone. Macht über viel Sinn, Junge. Gifejus, Maximus. Oh! Der ist noch zu innen. Ich lasse es nicht. Geil wie der Forsten. Der Pfostenmehl. Oh Gott, da ist er. Ich habe letztens ein Highlight gesehen, wo er hier mit Iniesta spielt. Okay. Wurrst du verarscht oder so? Ich schwöre, ich hasse aber ran. Wenn wir ihn so gerne selber in meinem Team haben, würde ich ihn hasse. Spielt Eto noch? Nee. Nee, gibt es auch als Ikone. Oh. Ey, wie kommt der in den Ball? Sonnen ist in Form der Beste. Oh, er hat auch einen Bums. Oh, super. Essien liegt auch als Ikone, aber er spielt noch. Echt? Essien spielt noch? Was? Wo spielt Essien denn bitte noch? Um mit Corona-Team. Ich will wissen, wo Essien gerade spielt. Der spielt wahrscheinlich 8. Liga Deutschland irgendwo, um einfach nur zu chillen. Das ist doch auch noch. Oder wenn der Spaß dran hat? Ja, sagen wir. Sonst wäre es Ben Jedder. Was? Dass ich hier eine reinhauen kann. Weißt du, was immer richtig krass ist? Hier mit Ali Geller, ne? Ja. Sehen seine Intros. Warte. Ja, sind immer. Gesprochen von irgendwelchen Fußballprofis. Der hat immer irgendwelche Fußballprofis, die sein Intro für ihn einsprechen. Keine Ahnung, wo er die Connections immer her hat. Ja, von den Fußballprofis. Ich glaube auch, der. Aber es sind internationale. Also, das sind jetzt keine Deutschen. Ja, weiß nicht. Haas, weiß nicht. Oh, Stellungsspiel verkackt. Zu aggressiv. Ruhiger, ruhiger werden wieder. Ruhig. Super. Habt ihr das. Gut gemacht. Ja, aber letztens war es nicht nur hier. Heißt der Ricca Lison oder Richa Lison? Ich weiß es nicht. Ich hab den Ball weggenommen. Richa Lison, nennst du ihn. Das kann nicht sein. Das... Mh. Ey, warum... Habt ihr den Hollind doch auch haben können, oder? Weil sie hat den Hollind nicht. Der ist doch genau nicht durchgegangen. Ja, das ist halt das. Das würde nicht existieren. Egal, hat er. Das Wichtigste... Du musst jetzt erstmal ein Tor machen, sonst ballert er wieder nicht eins. Und dann bist du in einer Scheiß-Situation. Korrekt. Ja, und Kimbembe kann sich einfach den Ball wieder vor Pelé wegnehmen. Das ist zu simpel. Wie ist das Kimbembe? Nichts. Echt? Ja, ich ja. Son, Son, Son. Hab ich. Super, super, super. Ist aber schon knappes Sinn. Maldini ist schon ein Monster, ne? Also wenn einer Son in Form aufhalten kann, dann auf jeden Fall Maldini. Oder ist das jetzt Rubel? Hm. Magst du den Maldini? Ja, ist geil. Ist geil? Spielt er sich gut? Easy. Eigentlich spielt man die Scheiß in den Verteidiger doch nie. Oder? Also ganz selten. Wie? Ja, du wählst ganz selten selbst aus. Weißt du was ich meine? Ja, ja. Die meiste Zeit chillen die doch einfach nur. Komm immer drauf an, wo der Ball hinkommt. Gibt es Martial in Form? Nein. Aber den gibt es halt eine andere Karte, ich glaub den gibt es halt von Swatch. Nee, das ist ja... Genau. Das weiß ich gerade nicht. Ach nee, das ist normal. Klingt so zugleich, weil die beiden mit dem A anfangen. Hm. Den Punkt geb ich dem nicht. Manchmal regt mich Viera ein bisschen auf. Wuuuuh. Hm. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja, kannst du dich auch mal beruhigen. Ich lehren so viel, wenn ich dir zuschaue gerade. Okay. Ja. Weil wenn man selber spielt, sieht man die Fehler nicht so leicht. Aber die sieht man sich völlig offensichtlich und sofort. Und da springen sie einen so sehr ins Auge bei dir. Sehr gut. Und jetzt weiß ich immer genau, was ich nicht machen muss. Oder darf. Das ist geil, Digga. Ich springe uns dann immer wieder mit der Außenkamera an den Verteidiger rein. Du siehst schon, dass der eine gute Stellungsspiel hat, ne? Ja, bro. Ich kann auch mal tricksen. Bro, für was hab ich denn hier fucking MAP mit 5 Sterne? Alter, einfach mal ran. Und was macht dein Außenverteidiger? Hat der keinen Bock auf Sun? Ja, ich mach den. Hat der keine Lust auf Sun zu laufen? Ja, guck. Das ist Salah. Oh, das ist ärgerlich, dass er da... Das wäre auch Varan. Also wenn Varan den jetzt jeder mir reingezimmert hätte, hätte ich auch gesagt, okay. Das ist halt unkontrolliert. Nein, das ist nicht unkontrolliert. Das ist einfach dein Außenverteidiger. Oh, das war's. Genau so unkontrolliert. Das ist Roberto Carlos. Hier auch zum Beispiel. Ich drück ja 1x durch und dann kommt so ein schwacher Pass einfach. Warte mal, wie viel Schiss hatte ich? Kann man mal gucken? Aber ist es jetzt viel besser als auf der... Ja, ich finde, dass ich schon besser spiele, ein paar bessere Akzente setzt. Bessere Akzente sitzen, sagst du? Vier Pässe sind für dich Ansagen senkt. Das sind ein paar Spiele nicht das Beste, okay. Ein großer Nachteil ist halt, wenn man so dicht am PC sitzt, am Bildschirm, wie ihr Valorant und so spielt. Ja. Dein Bildschirm ist ja unfassbar dreckig. Ja, aber ist bei mir auch. Das sind ja tausend Spuckefetzen. Tausend Spuckefetzen. Die siehst du aber nur, wenn du von der Seite drauf schaust. Ne, sieh sie jetzt gerade. Ja, du schaust von der Seite drauf. Von vorne sieht man sie auch. Ne, von vorne sieht man sie viel schlechter. Ja, hast du gesehen? Boom. Mit vernascht. Vernascht. Zuuuuuuuuu. Zuuuuuuuuu. Muss doch so langweilig für Romatra sein. Ja, definitiv. Für mich ist die Situation von mir und Max komplett unterschiedlich gerade. Warum? Gar nicht. Ist sie nicht. Wieso ist es für mich langweilig, aber für dich nicht. Weil es mein Team ist. Ja und jetzt? Du hast davon nichts. Du hast schon die besten Spieler. Die Rewards sind scheißegal. Falsch. Es ist wahr. Es ist wahr. Was laberst du denn? Was bringen dir die Rewards? Sag es mir. Nochmal auf 500.000 Coins auf deine 7.000.000 Coins oben drauf. Richtig. Ja, wow. Kannst auch nochmal 1.000€ aufladen. Super. Oh, wie hält der den? Hat den gestellt. Ja, aber ich will ja nicht nochmal 1.000€ aufladen. What the fuck. Wenn ich sie auch einfach so kriegen kann, hä? Oh, was war das denn? Ich hatte das Gefühl, wenn der irgendwie reingeht. Ja, ja. Hast du. Das ist aber nicht mein Fehler gewesen. Naja. Okay. Was ist das für ein schlechter Pass gewesen? Zack. Wusste ich, dass du das machst? Ja, ich dachte auch. Weißt du warum? Ich dachte, der läuft auf mich drauf. Das wäre jetzt richtig nass geworden. Jetzt hast du ihn an den Eiern. Ich glaube auch. Der Pass muss auch noch ankommen von Viehra. Ich weiß nicht, mit Viehras Passspiel bin ich noch unzufrieden als mit Rolitz sein. Viehra ist ein Verteidiger. Der ist krank heute, ne? Der war für dich ein richtig starkes Spiel bei dir. Da ist schon wieder Viehra. Krass. Hat er auch Mbappé? Nicht dumm? Einen Live-Spieler. Boah, weißt du was? Niemand bringt Mbappé einfach so random rein. Stimmt eigentlich auch. Außer du. Stimmt. Ey, bei mir denken die auch mal, das ist bestimmt Live-Spieler, ne? Obwohl, bei mir können auch wieder denken, dass ich ihn hab. Das war stark. Das war ficken stark. Das war stark gefickt. Dann darf ich gleich wieder spielen ein bisschen. Ja, wenn ich 4-0 mach. Ne, ich denk schon beim 3-0 kannst du noch übernehmen. Ja, bei 3-0 ab Minute 70, okay. Und beim 4-0 sofort. Genau. Okay. Dann macht er jetzt 4-0. Boah, also das war ja richtig kacke. Na gut, das Kanté, du weißt, wer Kanté ist, ne? Ich weiß schon, wer Kanté ist. Ich hab die gespielt. Ich fand die gar nicht. Ich hab investiert. Ich hab Plus gemacht, weil er so gut spielt. Der ist der beste Sechser. Na, Fiera. Der noch spielt. Wuh! Habe ich damit gefickt, oder? Den hast du, den hast du komplett hochgenommen. Pause angemeldet. Ach, der gibt auf. Scheiße. Marta darf spielen, Marta darf spielen. Ne, der gibt auf. Marta, geh weg! Geh weg! Keiner will dich hier sehen, Alter. Der einfach auf. Na gut, nach dem Tor wär ich, glaub ich, auch gequittet. So ne Scheiße. Egal, die 12 Sieger haben wir schon mal sicher. War schon das Rule Breaker Opening? Ja. Jeder von uns hat 50 Packs gezogen. Das Rule Breaker Opening. Wir haben sogar mehr, aber wir haben ja die ganzen... Jeder hat 50 Packs gezogen, mein teuerster Spieler 4.000. Der Stroblitz teuerster Spieler in Innenform abgestoßen 10.000. Und Romatra hat gewonnen, das Pack-Duell richtig krass. Aber du hast heute auch wahr angezogen, muss man so fair sein. Und du hast Rule Breaker die zweitschlechtesten gezogen. Die zweitschlechtesten Rule Breaker. Also wir wurden auch auseinandergenommen. Okay, jetzt 12-3. 5 Minuten wurden uns geklaut. Scheiße, jetzt... Ohne Witz, ich könnte vielleicht sogar Anzeige über den Flugfoto so geklaut wurden. Wow! Was ist der da vorne? Das ist der P.O.T.M. Du musst 26 SBCs machen, um den zu machen. Was für ein Sweater! Das ist krank. Die Karte ist heftig. 26 SBCs? Ich habe erlebt. Blaue qualmt. Das ist doch bestimmt ein Deutscher. Wie viel hat der P.O.T.M. gekostet, Chad? Der P.O.T.M. von Cristiano Ronaldo? 2 Millionen? Das ist aber ehrlich so. Du musst jetzt 26 SBCs machen. 26. Das ist ein richtiger FIFA-Grind. Junge, weißt du... Wie lange hat man überhaupt für den Gebraucht, dass du den bekommst? Eine Stunde musstest du SBCs machen. Eine Stunde! Der hat so sehr seine Niere verkauft. Ja, du musst... Ja, du hast die ganze Zeit... 2,2 Millionen... Du hast noch SBCs in SBCs. Ja. Für den musstest du 26 Meilen, dass du am Ende bekommst. Und den kannst du auch nicht mehr... Ups, den kannst du auch nicht mehr verkaufen. Der ist untrade. Ist ja scheißegal, das ist krass. Ja gut, aber irgendwann wird ein besseres... Ja, wobei... Den kannst du wahrscheinlich bis zum Ende spielen. Den Kelp. Okay. Modus aktiviert. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem. Warum? Achso, aber ist auch lächerlich, dass da auch alle Streamsniper sind, ne? Aber finde ich geil, dass du die fixst, den Streamsniper. Dass die danach nicht in den Chat kommen und sagen... Oh, hab ich... Er ist... Früher hat jetzt 7 Mal dann noch mit dem Deutsche gespielt. Das ist lächerlich. Ich mach mal Blackstream und ist weg. Aber kein Blackstream ist er da. Das ist... Das war jetzt Schwachsinn. Das war aber auch Hullit. Also das ist okay. Er hätte auch ein bisschen geschoben. Der war Schwachsinn. Zack! Ey, das ist ja nicht mal reinged. Ich kann mir nicht aus. Der Once to Watch wird besser. Den hab ich. Der LP hat dem auch krass. Manu hat eine gute Winningstreak, oder? Ja, ich hab grad eine krasseste. Manu. Achso, Manu? Ne. Dem verkackt. Irgendwie haben die verkackt, Chat. Haben die nicht Unschienen gespielt oder so? Gegen Liverpool. 5-0 gegen Liverpool. Oh mein Gott. 5-0 gegen Liverpool. 5-0 gegen Liverpool. Schön. Alter, ich wusste es. Let's go. Heute aber 3-0 gewonnen. Alright. Elfmeter. Nee. Ja doch. Und rot. Okay, wenn ich ihn reinmach, wird der quitten. Kommen wir ihn noch ab. Ja, die Huren und so. Ich geh mal runter vom Platz. Der guckt den Stream halt. Mach random. Mach völlig random. Mach random. Achso, okay. Ja, hast du recht. Tut mir leid. CrazyLuki, danke für die 10 Sub. 25 Sub geht's. CrazyLuki, 25 Sub geht's. Vielen Dank. Aber wenn ich sag, der guckt den Stream, dann hast du doch nicht crazy. Muss man den her wechseln. Ist recht. Ja, war mein Bad, Bro. Ich hätte in die Mitte schießen sollen. Ich wollte auch erst in die Mitte schießen. War witzig, dass er einfach eine rote Karte bekommen hat. Das ist geil. Das Game in sieben Minuten. Ich hoffe, dass er jetzt nicht quittet einfach. Stimmt, kann er machen. Aber dann kriegt er trotzdem wieder los. Ja. Aber eigentlich, weißt du, was er wahrscheinlich machen wird? Also rein theoretisch wird 1 oder 2-0 machen. Er wird wahrscheinlich dann das Game lieben sozusagen. Also du kannst ja dein PS4 oder PS5 ausmachen. Weil dann zählt die rote Karte nicht. Ah, okay. Aber ich krieg trotzdem den Win. Okay, also dir ist scheißegal. Wieso schießt du auf blank, Junge? Ich weiß es nicht, das ist eingestellt. Der hat 91 Elfmeter. Alter, crazy Luki, danke. An Ameisen-Furz. Er wechselt sogar. Mein Nerf, ja? Er ist einfach im Spieler weniger, das ist so krass. Ich glaube, das ist in FIFA krasser als im echten Spiel, oder? Ja, man merkt das eigentlich schon. Aber ich habe auch schon spielführende Leute, die einmal weniger waren. Und ich habe auch schon mal spielführende Leute. In FIFA ist es echter als im... Was? In FIFA ist es krasser. Als in echt. Ja. Oder? Weil in FIFA, guck mal wie frei er da steht. Guck mal, er kann jetzt jedes Mal so durchlaufen, weil einfach wer fehlt. Boom. 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 Mach's gut. Mach's gut. So. 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 Ja, ich glaube, er sollte quitten. Ich glaube auch, dass er quitten wird. Quitte, Alter. Quitte. Der ist eine kleine Quitte. Der ist direkt Streamsniper. Okay, du machst kurz 3-0, dann darf ich spielen. Okay. Weil dann quittet der sowieso. Ich glaube, die quitten sobald sie gegen mich spielen. Die haben Angst vor mir. Ja, der ist irgendwie so. Das ist nicht verkehrt, was der da macht. Ja, aber er ist schon Streamsniper, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Nächstes Mal auf der Gamescom mache ich ein Fan-Treffen. Die Leute müssen ihr Playstation-Namen angeben. Mhm. Und wenn der dabei ist, dann hauen wir den richtig auf die Kasse. Oh Gott. Was war das? Pille? Guck mal, der hat einfach nur noch einen einzigen Verteidiger hinter sind. Obwohl, der hat eigentlich sogar gewechselt. Ich dachte eigentlich, dass er umgestellt hat. Ja, der hat auf einen Verteidiger hingestellt. Oh, was? Ich glaube, die Führerkette jetzt formelt. Oh, fress scheiße. Das war krass. Ich habe noch nie jemand gesehen, der so scheiße zu fressen ist. Ist dieses Jahr Scoopter eigentlich einer der krassesten Tricks, oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß nicht, jeder benutzt den einfach. Oh! Wahnsinn! Ich glaube, der quittet gleich. Oh! Wahnsinn! Ich glaube, der quittet gleich. Das ist einfach so witzig, da einfach so reinspringen. Der ist so hässlich, der Gegner. Der ist so hässlich. Wie kann man so quitten? Der hat rot und liegt mit zwei Toren hinten in der 24. Und geht nicht raus. Oh Gott, der wird festgehalten. Dann kann er nicht mehr rennen. Ganz schön gemein. Unlucky. Anker Messi. Du musst doch so Bock machen mit dem Team. Macht es deutlich mehr Spaß mit dem Team, als mit deinem Team zu spielen? Ja, ja. Aber ist besser? Ja, also ich muss noch ein bisschen drauf klarkommen. Und klar, ich habe auch jetzt wirklich nicht krass gespielt. Also muss man auch sagen. Aber es macht schon Bock. Vor allem hier mit Rolle zu spielen. Wie gerade in der Sechs. Junge. Wenn ich nachher, glaube ich, wieder mit meinem Team verteidigen muss, kriege ich gar nichts mehr hin. Junge, ich habe Wirtz. Und äh... Witzel. Wen habe ich noch? Witzel und Witzel. Und Kunku-Inform, glaube ich. Oh, das hat der für mich scheiße gemacht. Ja, mega. Schlecht von mir. Das war auch scheiße von mir. Und ich habe hier noch. Guck mal, Varane holt einfach Pelé ein. Das ist so heftig. Ich muss eigentlich noch einmal durchkommen, oder dass du oben antragst. Ja, nee, nee. Mach ruhig noch zwei, drei Tore dann. Krieg ich ihn richtig. Aber so nicht. Oh, hast du gestellt? Mhm. Du hast gestellt? Ja. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Oh. Schreib mir gleich eine Nachricht, dass du Scheiße fressen sollst. Ja, nein. Wenn der durchkommt, Feierabend. Ey, da will ich doch gar nicht hinspielen, Bro. Oh, ich will ihn lang scharben. Lang, 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 lang. Long, 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 long. Er spielt schon nicht schlecht eigentlich. Ja, spielt ihn durch. Tor. Hat er kurz geschütten. Krass. Den machen wir nachher auch, okay, wenn ich ein Tor mache. Warum? Das ist ja auch der 2-Pro-Kanteste Tor-Jugel. Nee, ich finde die Suh besser. Echt? Ich finde, die so tanzen. Der hört uns ja auch gerade reden. Jedes Mal, wenn wir zu schreiben, wenn wir ihn mal reinballerst, keine Ahnung, dann verliert der gefühlten Lebensjahr, weil der so sauer ist. Ja, richtig. Der altert einfach in 5-Fach-Geschwindigkeit. Der ist nach dem Game 12. Einfach... Was ist das für ein Pass? Den geht's. Soll man nicht noch verlieren gegen den, gell? Ja, ja. Der macht doch gut Druck. Ja, macht der gut Druck. Der hat eine rote Karte. Der hat trotzdem nicht so viel Druck. Der hat nur eine rote, Alter. Wie alt glaub ich, der ist der? Ich sag, der ist 14. Und ich sag, spätestens nächstes Jahr, wer von Raffen seine Eltern, dass er jedes Jahr 100 Euro in den Packs steckt. Boah. Das ist auch... Weiß ich nicht. MVP. Dass der nicht drin ist? Boah. Auch nicht drin. An das lange Eck. Weiß ich nicht. Der ist ein Typ, der mit einer halben Stunde den Donation linkt. Der kann mir nicht donaten. Lass es bitte. Holy shit. Der ist vom Finanzamt. Spenden legen bitte. Spenden legen. Spenden legen. Oh, jetzt gibt er auf, oder? Nein. Das ist Pause. Nein. Der hat nur einen Scheiße gefressen. Ich hab aber wieder 5,4 erwartete Tore. Das ist doch das Ding. Ja, aber jetzt machen wir aus den erwarteten richtige Tore bitte. Gib mal wer das ist. Du spielst aber auch perfekt. Du spielst nicht um Tore zu schießen in FIFA, sondern du spielst um diese erwartete Tore hochzukriegen. Aber du hast sogar die zwei Schüsse gesehen. Hier stehe ich hier am Eck, wo der Ball noch nie reingeschossen ist. Ich schieße nochmal. Aber du hast auch die zwei Schüsse gesehen. In echt wäre er drin, aber in FIFA nicht. Und dann reg ich mich auf, hau nach dem tausendsten Mal, dass er von da nicht reingeht und sammelst erwartete Tore. Stimmt's? Ja. Das macht ihm Spaß. Ich glaub, die Tore regt sich einfach gerne auf. Ja, genau. Ich glaub, das macht ihn wirklich geil. Was soll das denn? Ich könnte jetzt 3-0 gewinnen, aber ich könnte auch 1-1 stehen und sieben erwartete Tore haben. Und mir dafür die Hose schießen. Genau, das ist geil. Das ist viel geiler. Wie krank seid ihr, Jungs. Das ist viel geiler, wenn ich so ein bisschen re-crime meine Hose schieße. Ich mach's an, wenn ich nicht Tore schieße, aber sieben erwartete habe. Ganz kranker Fetisch, Alter. Ganz kranker Strobel. Verstehe ich wieder noch so viel... Ich weiß, ich hab ein bisschen Angst davor, dass der Strobel in der Nacht schläft. Was soll das jetzt? Mit so viel erwarteten Tore. Ey, hast du das gesehen? Ich hab Dreieck durchgedrückt, ich hab Dreieck durchgedrückt, wirklich. Ja, doch, jetzt entspann dich. Kannst nachher wieder... Wenn ich nicht da bin, okay? Ja, aber sowas sind halt safe Tore einfach. Oh, was? Was? Safe Tore? Safe Tore. Boah, der Sprinti hier. Und mit Pelé mit links. Ja, und Pelé mit links. Oh, fuck, ich hab verschissen. Pelé mit links. Meine Ecke war so... Aber das ist ein erwartetes Tor mehr. Ja, das freut ich jetzt. Ja, ich schieße jetzt nochmal mit Pelé von hier. Dann geht ich noch erwartetes Tor mehr, weil ich immer nur noch 2-1-2-1. Ich bin auch richtig gut durchgekommen. Was labert ihr? Warum soll ich von da... Hätte ich jetzt von da nicht schießen sollen? Vielleicht wirst du auch einfach nicht schießen sollen, ja. Aber... Außer es macht dich halt geil, dass es mich drin ist. Ey, ohne Witz, wir brauchen die 16 Siege für die Rewards. Also... Ist ja schön und gut mit deinem Fetisch. Aber... Schöner passt. Der war geil. Der war scheiße, der passt. Der war echt scheiße. Der war richtig dumm. Du kannst doch nicht mal probieren, von nah aufs Kurzeck einfach zu baddern. Klar? Nicht mit Rohle. Immer. Okay. Mach mal nächstes Mal, wenn du da stehst. Okay. Dann wirst du ja sagen, oh, der war das Tor mehr. Ist doch geil für dich, he? Das ist genau, was du möchtest. Er macht Screenshots davon, wie lange du machst. Ja. Ach komm. Ein erwartetes Tor mehr mit Pili mit Links. Ey, du willst... Wie kann man... Das ist der dritte Pfosten im Spiel, kann das sein? Er ist so erwartete Tore, Hornig. Das krieg ich gar nicht. Krass noch aus. Wenn du das Tor mit Cristiano macht, dann kriegst du ja von mir eine DM. Also, tut mir leid. Also, so viele Torchancen und keiner geht rein. Das ist sicherlich. Zeig mir deine erwartete Tore, mach mal ein Foto davon, Alter. Schick das Header. Druck das aus. Genau. Und dann tu dir das... Aber mach das nicht hier. Schick das Header. Tu das so einschweißen, dann hängt das immer ins... Immer ins Bad, wenn du duschst. Die erwarteten Tore. Scheiße. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen, das ist nicht gut. Wenn ich morgen auch Kopfschmerzen habe, werde ich mich trotzdem besaufen. Gesundheit ist das Wichtigste. Geil. Holen mit null Ausdauer. Los geht's. Die Nuller mit null Ausdauer. Ja, wo sind denn meine Spieler? Vierer. Volle Ausdauer, aber kein Dribbling. Der fällt einfach hin wie eine Baumstange. Herrlich. Du sagst es sogar noch, ne? Der fällt einfach hin beim Dribbling. Keiner hat Aussagen, willst du mit Vierer? Der fällt einfach hin. Der kommt nicht an. Okay, jetzt mach ich an. Ja, jetzt komm ich rein. Hol dir auch eine rote Karte. Mach einfach noch ein Tor. Okay, mach mal noch ein Tor. Oh, jetzt kommt Vierer. Oben. Oder? Ne, doch nicht. Das ist wohl. That's it. Das ist geil. Ja, du weißt, dass er 100%ig abgeblockt wird. Geil, noch ein erwartetes Tor. Das ist kein erwartetes Tor. Das ist kein erwartetes Tor. Das wüsst ihr, ne? Sicher? Das hast du dann gemacht. Stehst hinten gut, oder? Ja. Wie findest du das Team hinten? Ich wollte es gerade auffragen. Weil du das auch. Ey. Ey, Messi kein Außer. Wann wechselst du denn nicht mal? Du hast Maradona. Cristiano Ronaldo. Du hast Eusebio. Okay, ich wechsle. Hast du jetzt aber noch N9? Ja. Du hast N9 auf der Bank? Ja. Hast du die Grätsche gesehen? Na gar keinen Sinn. Ja, wenn er sich da umfoulen lässt, dann kriegst du auch einfach einen Elfmeter. Ja, und Rote. Danke, Fußballexperte Romatra. Wieso lässt er sich da nicht umfoulen? Umfoulen? Ja, wieso nicht? Wieso muss er da drüber springen? Das heißt, er muss ihm umhauen. Der hat gefühlt Augen hinten, oder? Das hätte er noch gar nicht sehen können, die Scheißdruck. Es ist so lächerlich. Es ist so, so lächerlich. Dieser Hurensohn. Dieser Hurensohn. Oh, guck mal. Guck mal den Tanz an. Es ist so eine Scheiße. Ich habe so viele Torchancen. Der Hurensohn, der ist einfach so geschenkt dran. Der Strom sitzt hier so mit dem Harten einfach. Aber das ist witzig. So kannst du Strom nie verlieren. Selbst wenn er verliert, gewinnt er. Ja, genau. Der ist einfach besser. Ja, klar ist er besser. Klar ist er besser, der Hurensohn. Gefällt mir. Das ist so lächerlich. Nicht ausfallend werden. Doch, ganz doll. Also der Gegner ist definitiv ein Hurensohn. Das muss man einfach so ganz rein objektiv betrachtet sagen. Der geht am Montag wieder in die Schule. Hat gar keinen Spaß mehr in seinem Leben. Nur abends, wenn er dann nicht liefert. Zwei Pfostenschüsse wieder in dem Spiel. Und der Rest geht nicht rein, weil er einfach nur Glück hat. Mach das nach dem Game. Ja, das fuckt mich aber nur ab. Wie soll ich die fucking Loser die ganze Zeit so viel Lack haben? Musiker-ITM-Stand ist hier im Chat. Ja. Ihr hört alles was du sagst. Ist doch gut. Dann weißt du was ich von ihm halte. Ja, ist doch richtig. Ok, Ronaldo hat einfach weggetackelt. Ich kann den Gegner in der 75. R9 bringen. Ja, ist los. Nein. Ich kann den PS5 aus dem Fenster werfen. Das ist geil, dass du das sagst. Das macht mich froh. Stimmt, du denkst in der 75. Und beide Ronaldos. Oh Gott. Also, hättest du da nicht noch einfach ein Stück nach vorne machen? Lass ihn. Nein. Ja, weil ich dachte einfach, dass er rauskommt. Deswegen. Ich denk mir ja bei den Pässen was. Hättest du bei dem Pass auch was gedacht? Ja, dass er ankommt. Den Stream stamp ich als nächstes vielleicht? Boah. Super. Ronaldo auf Ronaldo. Oh, sag ihm was. Sag ihm was. Oh, sag ihm. Sag ihm was. Oh Gott. Maradona ist geil. Du bringst einfach R9 Cristiano Ronaldo und Maradona in der 75. Und ballerst dem Idioten noch ein Ding. Wie geil. Das ist geil. Ich hoffe, mich ärgert der sich das nicht so glücklich machen. Ja, mich auch. auch. Dass er das Game verniedert wird. Oh ja. Ja, weil die ihn alle hassen. Jawohl, Alter. Ist ja so unverdient gewonnen. Ist ja so unverdient gewesen. Gib dem Spieler noch was mit. Was würdest du ihm gerne sagen? Ja, keine Ahnung. Sag ihm was, ruhig jetzt. Sag ihm was, jetzt. Dass ich verdient gewonnen habe, das war's. Noch irgendwas? Auf persönlicher Ebene? Ja. Nicht mehr? Du, Romantra? Du bist ein Hurensohn. Das Lustige ist, dass es stimmt. Let's go. Wie stehst du? 13,3. 13,3 ist gut. Oder? 12,3 oder 13,3? Weiß es gerade jemand im Chat? 13,3. Alter, wie man auch immer gedacht hat, dass es langweilig ist für mich. Ich habe den Spaß meines Lebens. Ja, das ist geil. 13,3 ist gut. Ich kann Chef Strubbel trash talken, ich kann dich trash talken und ich kann den Gegner, ich kann drei Leute trash talken. Auf einmal. Auf einmal. Und ich muss so daneben sitzen und chillen. Ja. Burger essen. Burger essen. Also mein Leben ist perfekt. Mal die Info. Ja, ist okay. Ja, weder Waran und Kimbembe. Jetzt kommen die Ekligen. Ja, ich habe nur Angst, dass wenn wir um zwei nachts noch richtig laut suhen. Dass da eine Volle reinkommt. Die muss damit leben. Heute einen Tag lang. Dafür darfst du morgen vor Free saufen. Das stimmt. Scheiße. Musst du Rewi noch einen krassen Corona mitbringen. Wollt du? Weil ich das versprochen habe. Kriegt man morgen morgen noch ganz viel Corona Bier? An der Tankstelle? Ja, scheiß drauf. Oh. Ich dachte auch gerade. Ich dachte gerade schon. Aber es gibt keinen Grund, warum er dir Wind checken sollte jetzt, oder? Das ist Samstag. Außer der hat morgen vorher schon. Oh, das ist ein guter Passgeliefer. Ja, Tatsache. Aber dein Spieler ist leider stark, schnell, kostet 2,5 Minuten. Und sie sieht gut aus. Ja, und sie sieht gut aus. Oh, aber deine Pässe sind weder stark noch schnell noch sehen sie gut aus. Stimmt. Du spielst. Boah. Blank. Junge, der kann doch. Rennen wir. Der kann doch mal ein Tor stehen. Ja, ich hätte es gedacht, dass wir hier einfach durchrennen. Blank fehlt. Komplett. Oh, das Runde da. Wenn Blank fehlt, kann man einfach noch ruddelt und wir gerade noch. Und das ist einfach noch bessere in den Verteidiger. Oh, Traumpass. Traumpass. Tja, wollen wir aus dem kurzen. Ja, hab ich gefühlt. Habe ich gefühlt. Hätte genauso gut funktionieren können. Das ist mehr Kraft, oder? Mehr als sonst. Ja, da ist er endlich. Endlich. Ich mach das mal. Guck mal. Mit seiner geilen Mähne, Junge. Ich finde den Schnauzer fast noch geiler als eine Mähne. Du musst mit Hullend einen Zoom machen. Ja, ich habe R1 Kreisgetuch. Der macht das nicht, Chad. Nein, du hast es verkackt. Ich weiß nicht. Gibt das Spiele, die keinen Zoom... Ehrlich, ist doch alles cool, Digga. Vielleicht gibt das Spiele, die kann man nicht... Das ist geil, dass alle meine Spiele lange Haare haben. Maldini, Ginola, Hullend. Boah. Das ist gefährlich. Oh. Ja. Oh. Ich habe gekuckt, dass er noch mit Link schießen kann. Ich glaube, er hat keinen 5-Sterne-Weekfoot. Oh. Richtig. Und MAP geht ab. Und Ginola geht ab. Und MAP geht ab. Ich dachte, er ist noch einen Schritt zurückgelaufen. Oh mein Gott. Tripple ihn. Ich hätte gerne das Gefühl, dass du ihn trippelst. Oh mein Gott. Was ist das für ein Pass? Der hat aber auch lange aufgelöst. Hast du gesehen? Ja, ja. Der hat eine halbe Stunde gebaut, den Pass zu machen. Oh. Hä? Was ist das? Was? Was ist los? Weiß ich nicht. Der... Mann, hier ist schnell. Ja, aber dein Spieler ist einfach an ihm abgeprallt. Mann, hier hat auch Körper. Ja, ist auch abgeprallt. Oh mein Gott. Schön. Nein. Zum Legi, ne? Ja, ja, ja. Aber er hat auch super lang gebraucht. Ja. Ich habe direkt drei gedrückt, als er nach unten kam. Ja. Weil das einfach ein Doppelpass werden sollte. Ne, gegen den Stich gerade gut. Ich glaube, du kommst noch langsam immer mehr rein. Ja, aber langsam kommst du auch wieder raus. Ja, da war das... Ja. Ich habe ihn gefühlt. Ja, ich wollte ihn gerade mal machen. War ein sauguter Versuch. Ich wollte es da lang spielen. So, wie du auf den Spieler gehst und den Raum deckst und den Pass deckst. Das ist so gut verteidigt einfach. Das checken viele Zuschauer gerade gar nicht, wie du ihn gerade gefickt hast. Damit fickst du ihn viel heftiger. Das verstehen die Leute nicht. Ich bin in den Raum perfekt. Das sieht keiner. Das sieht keiner. Aber das ist einfach so gut. Das heißt, dass du siehst. Du siehst doch auch nicht rum. Oh, wenn du holst jetzt seine Pässe noch ein bisschen genauer. Okay. Mardini gegen Mane hat er. Ja, der ist so geil. Mardini ist gut, ne? Ja, Mardini ist geil. Mardini ist ganz geil, dass die Gegner auf einmal im Ball sind und dann sind sie ganz weit weg vom Ball. Ja, ich habe es gesehen. Was hat er da gemacht? Schweine. Holy moly! Jetzt ist es vorbei. Uuuuh, Pelé! 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 Ja! Ja! Der ist raus. Komm, gib auf. Er ist das Pelé. Das ist doch wunderschön. Holy shit. Holy shit, Mann. Ja, ist er raus. Ist er weg. Holy shit. Ich fasse es nicht. Mega nice. Haben wir uns alle gerade normal gefreut? Was? Ich glaub schon. Was? Ich hab mir in die Fresse gehauen, Junge, mit deinen stinkigen Fingern. Ich hab's nicht gesehen, ich weiß jetzt oder was. Herrlich. Wie viel stehst du jetzt? 14, 3? Ne. Doch. 14, 3? Mhm. Das willst du in der GameStop nicht spielen? Nein. Das ist doch egal. Doch, kann. Wie ist das, wenn der GameStop 07 verliert? Wäre doch witzig. Wäre auch witzig zu sehen. Nee, wäre nicht witzig. Ey, guck mal, jeder. Aber der hat auch Dings, Hernandez-Inform und wieder Hakimi. Und der hat Neymar. Ey, Neymar wird gar nicht mehr so gespielt. Wieso spielt niemand mehr mit Neymar? Ist der nicht so krass, Chat? Wie sagt der nicht? Warum nicht? Ja, weil er beide spielen. Weil er will Charabie und Dings Neymar spielen. Und er spielt auch, hast du gesehen, der Millie in der Mitte? Weil er auch krass ist. Ja. Ja. Wie heißt der Typ? MyFoot? Ah, wieder Werbung. Oh, achso. Hä, für was ist Werbung? Ja, echt mal. Du sagst einfach Werbung, Schiffströbel. Hä, siehst du doch. MyFoot? Only on Instagram. Achso, IG, Instagram. Ich glaube, ich weiß auch keinen Arsch. Ja, wirklich. Also wer das denn ziffert, das hat keine gute Converter Rate. Nee, überhaupt nicht. Foul. Ey, hält doch. Okay, ist dein Foul. Ist dein Foul oder? Nee, what? Entschuldigung. Ich finde Neymar Junior irgendwie sau unsympathisch. Nee. Darf ich das sagen? Ich weiß nicht, ich mag den irgendwie nicht. Na, Rude, du musst ja nicht Spieler mögen. Ja, das wollte ich schon gesagt haben. Vielleicht hat der da noch von euch übel dazugestimmt? Er war mal ein bisschen. Ich finde, er hat sich schon gebessert, was das angeht. Also er macht immer noch ein bisschen Theater und so. Aber er hat auch schon sehr, sehr krasse Spiele, wo ich ihn auch sehr gefühlt habe. Oh, krass gemacht. Ey, der macht mit dir, was du mit ihm gemacht hast. Ja. Und dann bleibt trotzdem am Ball. Oh, fuck. Ja, der ist gut. Der prediktet viel. Hä? Das war nicht so gewollt. Das war nicht so gewollt. Oh, ich hasse Leute, die viel predikten. Hast du gesehen? Der stellt mit drei Spielern zu. Du musst gleich mal, wenn du Ball hast, einfach durchlaufen. Weil dann das funktioniert nicht. Wenn der prediktet, dass du irgendwo hinpasst, einfach mal durchlaufen. Ja. Oder drin gewesen. Schade. Ich will mal eine Sechse haben, hallo? Das war schlecht. Nee, der wollte einfach den Ball passen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der will noch ein bisschen... Das ist ein ehemaliger französischer East Boatler. Wow. Oh, wenn du den fickst, hast du alles gefickt. Ja, let's go. Junge, wie schnell. Der kam ja von woanders. Jetzt nehmen wir mal. Ich hab... Was... Sau, wir haben hier auch mal eine Defense mithelfen. Oh! Wow! Aber der ist richtig schnell. Wer war das gerade? Wer hat mich da gerade so schnell eingeholt? Super schneller. Der heißt super schneller. Nee, würde mich echt interessieren, weil Ginola ist ja auch schnell. Dembélé war das gerade. Sorry. Ich weiß nicht, die Karte ist zu... Ich will gar nicht wissen, wie krass die Rule Breaker Karte ist. Hilfe. Willst du die kaufen? Ja, weiß ich nicht, ob du die kaufen musst. Ich will nur nicht wissen, wie krass sie ist. Weißt du, komm. Hm. Ja, Varane ist halt auch eine Macht. Was hat er denn da gemacht? Wer war das? Der passt aber auch wieder frech. Wer war das? Ginola war das. Ginola war das. Wow. 2 Millionen hast du verdient. Das war ein 2 Millionen Pass. Das war ein 2 Millionen Pass. Die normale Karte ist besser. Rule Breaker? Wieso? Ich will keine sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis. Nee, ich glaube, er hat einfach besser gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, aber... Schneller. Die machen eine Rule Breaker Karte? Die ein bisschen langsamer ist. Die schlechter ist. Aber da fällt ja noch andere bessere Sets. Passend, dribbling, Schuss, Stellungsspiel. Ist doch scheiße dann. Ja. Ich frage mich manchmal, wie... Er hat aber auch schon ein paar erwartete Tore. Ja. Vielleicht steht er da auch drauf. Vielleicht ist das so... Das ist gleich eins, Digga. Ja. Ich muss noch eine Stunde fahren. Ja. Falls seid ihr doof? Hm. Boah, du blockst aber... Also das ist aber auch... Jetzt hat er auch schon... Natürlich. Ja, das ist er auch schon sauer. Also das hat der Gegner gerade das gelten. Dreh das nochmal schnell. Nee, ist ja auch nicht schlecht, der Typ. Ja, aber du ja auch nicht, ne? Oh, ich bin abseits, oder? Nee, ist nicht abseits. Sicher? Oh, Mann, Mann. Das war mit seiner Mähne. Das war mit seiner Mähne. Das war auch wirklich ein Millimeter. Jetzt wird einer der Beste ziehen in der Welt und trotzdem schlecht. Natürlich bann ich ihn einfach. Aber auch einfach dann. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht schwierig. Du bannst den einfach. Der darf nie wieder... Der... Nie wieder Scheiße labern. Hm. Hm, sagt er. Nicht so viel Auswahl hier irgendwie gegen ihn. Heute wird Uhr umgestellt? Echt? Hat eine Stunde geschenkt bekommen? Ist gut. Was? Ist das so? Dann ist es gleich nicht mehr um... Eins, sondern um Null wieder. Aber wenn, dann wird er das in drei Uhr umgestellt, oder? Ist ja egal. Oh, Mann. Macht der gut, macht der gut. Wäre es nicht schlecht. Und der Mann ist halt eh eklig zu verteidigen. Ich will halt nicht Kreis drücken, weil ich hab Schiss, dass ich ihn einfach faul, weißt du? Dann ist es jetzt doch... Dann ist es jetzt noch nicht kurz vor eins, sondern kurz vor zwölf. Das ist wieder in Ordnung. Es ist erst 23.50 Uhr dann. Geil. Das wird auf einmal viel wacher irgendwie, ne? Super. Ganz, ganz, ganz groß. Das kann nicht sein. Den Pfeil der Nächste, Alter. Das kann jetzt nicht sein, dass er den nicht reinmacht, oder? Links geschossen wieder. Wieso hast du da drüben noch Dings frei, um zu passen? Ne, hat er gehabt. Oh! Hä? Ey, Junge, Ginola ist so weird, Alter. Hast du das gesehen? Ja, der macht dann auch wieder Sachen gut. Zum Beispiel kostet ja zwei Millionen. Guck mal, Hakimi fickt den einfach. Ja, Hakimi fickt auch jeden. Ach Gott. Wie stehen wir? 14-3 oder was? Ja, geil. Ist doch gut, Digga. Vor allem ohne welche geschenkt bekommen zu haben. Eins, ne? Eins. Ja, ganz am Anfang. Aber letztes Mal so. Es ist ja im Durchschnitt, ob du die Games bei 11-2 geschenkt bekommst. Korrekt. Oder bei 3-3. Korrekt. Torwart. Der ist gut. Der macht den. Der kann die. Spielt er den kurz? Ne, der macht den einfach. Ich weiß nicht, ob er kurz spielt. Ich glaube, er schießt. Ne, er schießt den einfach rein. Pass mal auf. Ich wäre mal zur gelaufen, ich hätte ihn gehabt. Ja, der ist schon so... Bei Eldos und Mo sieht die Nola richtig gut aus. Ja. Aber bei Eldos und Mo sieht auch ein Bronze-Spieler gut aus. Ich wollte auch gerade sagen, ich meine... Das ist halt ein kleiner Unterschied. Ihr könnt mich nicht mit Eldos und Mo vergleichen. Doch, ein bisschen. Ja, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast nichts geschossen. Du hast nichts erwartet, Tore. Ja. War das jetzt erwartetes Tor? Nein. Muss der Ball in der Luft sein und vom Torwart gehalten werden? Abprall. Okay. Junge, es ist so krass, wie gut Dembélé ist, man. Du hast aber auch alle R1-X-Pestle irgendwie aufhalten können. Alle. Also hätte er auch echt schon... Ja, hätte er. Hätte er, hätte er. Hätte er, hätte Fahrradkette. Muss er vorhin bei mir mit den spielen? Die vergisst du wieder. Ja, guck mal, ist doch fair jetzt. Boah, schön. Schaum. Wieso geht er nicht? Oh! Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, Mann. Was macht der Nutten? Das ist aber fair, weil so einer der auch vorher nicht rein bekommt. Kann man, muss man sagen. Der Nutten, sagst du? Schieß doch. Schieß doch. Wieso soll er seinen Fuß verlängern? Ja, ja. Wer ist das Messi gegen? Tonali. Tonali ist scheiße. Fick den. Pass mal, komm jetzt wieder Ronaldo rein? Mhm. So geil. So krass. Der macht so viel Raum mit diesem Neymar. Der müsste eigentlich nur ein paar Mal auf den passen. Und dann würde er doch immer ein Tor damit machen. Sonst scheiß Kimbärm ist auch so aggressiv. Und da wollte ich nicht mehr hinpassen. Ich freue mich schon nächstes Wochenende mit Marta und seiner Migranti wieder auf den Sand setzen, die ich verließe. Ich hab das richtig Bock zu zocken. Vor allem das hat der PS4-Version. Ja. Was macht Blank? Fuck. Aber jetzt kommt wieder ein 1x Pass. Aber warum hat er doch nicht direkt geschossen? Der hat diesen mit R3 auswählen. Hast du nicht gesehen? Nee. Oh, Pili. Nee, das kann nicht sein, dass der Ball so schlecht ist. Ist der Dreieck oder Kreis gedrückt? Dreieck. Aber der macht dir bis jetzt am meisten Sorgen, der Gegner hier. Der ist doch gut. Der ist auch echt gut. Der spielt das solide runter. Der geht immer über die Außen. Ja, wie hast du heute alle? Ja, weil ich ungefähr weiß, wohin passt. Ist auch eine gute Verteidigung. Ach komm, was sind das für schlechte Pässe, Mann. MAP mit links, Digga. Och, scheiß doch immer mit deinem auf links, Alter. Ich weiß nicht, was du immer hast mit links. Du bist ein Ben Yedder-Spieler. Du checkst das nicht, Mann. Ben Yedder-Spieler ist wie, weiß ich nicht. Schau mal. Royal Giant-Spieler in Clash Royale. Ohhhh. Ohhhh. Ist zwar schlecht. Ja, fuck jetzt. Fuck ihn richtig ab mit so einem... Ja, mach alles, alles Volles. Maradona auch, ja. Mach jetzt. Und auch noch Ronaldo einfach. Ja, komm. Let's go. Zwei Ronaldos und Maradona. 95, 95. Wenn ich das gewinne, dann hast du noch einen Win entfernt, ne? Ja, ja. Um wieviel Uhr wird Kompetizierung gestellt? Um drei. Von drei auf zwei. Junge, ich wirst morgen auch noch mal Weekend League spielen. Ich kack ab. Das schaffst du jetzt. Wirst noch eingespielt. Finger. Finger sind warm. Ist eigentlich krass, dass ich die spielen lasse, ne? Ja, ja. Danke, Mann. Was? Wen hat der eingewechselt? Sind wir das auch? Er hat sich auch gewechselt. Ja, ich glaube, er hat... Ah, Sanchez für El-Sharavi. El-Sharavi geht raus und Sanchez kommt rein. Who the fuck is Sanchez? Ist jetzt so scheiße. Sind das für Drecksauswechselspieler? Sind das für Drecksauswechselspieler? Und Sterling für Fekir. Ist doch nicht so schlecht. Oder? Hallo? Hä? Der kam von den Leuten gelogen. Was ist denn da? Von Pelé. Ja, okay. Mach das euch. Pelé ist klein und schwach. Pelé ist echt super klein. Wie groß ist der 1,72? Okay. So. Ich weiß nicht, wie ich hier anspielen soll. Hallo? Guck mal. Das ist einfach zu. Da. Und dann kommt so ein Pass raus. Boah. Hello by the way. Du verteidigst das aber wie ein... Wie ein... Oh mein Gott. Ja. Boah. Nee. Die Pässe. Ich glaub, wenn du bessere Pässe spielen würdest, dann wärst du mit der beste FIFA-Spieler, den es gibt. Doch. Einfach ein bisschen bessere Pässe. Jeder zweite Pass von dir sagt, okay, pass. Ach komm. Ach komm, nimm doch den Ball richtig an. Bist du dumm oder so? Mich Pelé beleidigen, ne? Jetzt lebt der noch? Ja. Ja. Aber wer ist der? Alt. Das kannst du nicht. Opa mäßig alt. Der muss... Der hat sich MRP als Dings, als Leihspieler eingewechselt oder warum hat er den auf der Bank? Ja. Der MRP ist immer der Leihspieler da, hier wechselt schon von jedem. Wirst du auch nicht mehr. Aber das ist krass, dass er den auf der Bank lässt. Wieso? Hä? Der hatte lange nicht so ein gutes Line-Up. Aber? Der hat ihn jetzt eingewechselt. Für den ist aber kein Problem. Das ist doch... Ey, will er auch mal pfeifen oder? Gibt's hier kein V mehr. Der Schiri ist schon nach Hause. Glaube ich auch langsam. Das ist krank. Boah, das ist so viele R1. Das ist wirklich das fünfte Marsch und das hätte nicht so sein können. Aber der spielt auch nur da drüber, oder? Ja. Das ist sein einziger Ankündig. Boah. Oder? Ist das gut jetzt für den? Was? 86. Macht er jetzt noch einen ganz ruhigen? Macht er noch einen ganz ruhigen? Boom. Flanken gegen die sind eh kacke. Boom einfach. Er hat Hulli rumgestoßen? Mit wem? Ich hab noch nie Hulli gesehen. Stimmt. Auch noch nie auf dem Boden gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das kann. Dass der auf dem Boden liegen kann. Traum. Traum. Ach, schieß doch! Nein, ich hab direkt Schießen gedrückt. Aber nicht direkt. Doch. Das war doch ein Trick oder irgendwas. Ruhe. Ich mach's jetzt. Oh! Boah! Ich hab ihn gesehen. Komm auf, Alter. Boah. Ich hab direkt gereistet, als er auf Pillay gegangen ist. Ey, ich hab den schon drin gesehen. Ich probel. Mach keinen Scheiß jetzt. Wir haben gesagt, keine Scheiße machen. Obwohl, der Feterschießen hast du noch nie verloren, glaub ich. Ey, eigentlich kannst du ja noch so. Du hast trotzdem 16 sie geschaffen. Ja, aber pusht doch jetzt nicht auf die Niederlage, du Bixer. Wieso pusht du so auf die Niederlage? Warte, ich nehm den Druck, ich nehm den Druck. Nee, ich weiß nicht, ob Druck nehmen so gut ist. Macht man das so? Ich nehm ihn den Druck. Wer ist Danger, Heinrich? Wisch ich auch nicht. Oh! Scheiße, wie macht der das? Ey, ich pass doch da gar nicht hin. Das hat er aber auch nicht gemacht gerade. Ja, aber ich hab da auch nicht hin. Ja, genau so sauer. Sauer ausgecancelt gerade. Okay, bitte. Er weiß halt immer, wo ich hinpasse, komischerweise. Er spielt die Spieler nicht mehr. Er hackt, glaub ich. Witzig. Wenn der ankommt, bin ich draußen, Alter. Er ist angekommen. Auf Mitte? Ja, das war der Ballername. Ich drück 1x durch, ich pack's nicht mehr. Ich weiß nicht, Vera ist geil, aber seine Pässe sind shit. Kann's nicht sein, dass wenn alle Pässe immer shit sind, dass es dann eventuell... Was macht der? Warum? Warum? Hey, wieso musst du... Ja, ich kann niemanden anspielen. Guck dir das an. Alle sind gedeckt. Ich muss einfach Abschlag machen, weil ich niemanden anspielen kann. Wie geht das? Das ist normal. Hat doch funktioniert. Das ist Lac einfach. Boah. Junge. Alter, der war so in den Winkel. Ich dachte, der geht vorbei. So ein Winkelkracher. Das war Ronaldo. Das war ein schassel Pass. Ich hab gesehen, dass er da hochläuft. 1-0 in der 101. Jetzt einfach richtig ruhig werden. Ich hab mich mal angreifen. Super. Der weiß aber auch nicht, was er machen soll. Weil du so gut... Ich hab auch Fünferkette angemacht. Ich werde nicht mehr... Ich spiel jetzt Fünferkette. Guck, siehst du jetzt? Vielleicht siehst du es? Ja, guck mal. Ich spiel sehr defensiv. Schön. Richtig schön. Das kostet Zeit. Das sind Meter. Das ist noch ein Tor. Ich seh's doch. Oh, Pelé wieder, ne? Ist gut mit dem, ja? Schade. Mit Pelé kannst du ganz gut dribbeln, ja? Ja, ist auch gut mit dem. Ja? Wie viel Dribbling hat der? Voll. Voll. 99. Natürlich. Aber Axel besser geht der da nicht. Dribbling nicht, ne. Ach, scheiße. Der läuft schön. Oder? Hab ich den? Oh, so, so, so gut. Dann der Pass hat wieder. Egal. Aus. Das bricht ihn. In der 116. Bricht ihn das. Boah. Stein. Der ist klobig, ne? Stein. Oh, der war aber. Dass der reingeht, ne? Der ging aber so in Ecken. Also, dass der reingeht, ist lächerlich. Der ist steckengeblieben im Lattenkreuz. Ja, dass der reingeht. Das weißt du. Der hat den so doll da reingeballert, dass der da immer noch steckt, glaube ich gleich. Mhm, dass der reingeht. Das wäre lächerlich. Ich treff Pfosten. Ich treff das. Letzte Minute, drei Sekunden noch. Irgendwie noch einmal schicken. Das wäre so. Eckbahn. Eckbahn. Oder? Ecken gibt's nicht. Elber gibt's. Oh Gott. Ruhig bleiben jetzt. Ruhig bleiben jetzt. So. Das ist noch nie. Den hast du. Oh. Wie cool bist du. Oh. Das war ein großes. Ist egal, das ist Maradona. Der MAP, der macht den immer nicht rein? Ja, der ist stark geschossen. Oh, Ausgleich. Oder nee, noch nicht. Jetzt. Überlegt. Rechts. Oh mein Gott. Was war das? Latte? Ja. Was war das für ein Schuss überhaupt? Das macht der. Oh. Wenn der drin ist, hast du gewonnen, ne? Wie cool. Wie cool. Sauber, Alter. Wann noch, Jungs? Mein Gott, Alter. Richtig stark einfach. Richtig stark. Digga, das war heute das 9. Elfmeter schießt. Ist das geil? Nein. Weil das pusht erwartete Tore, ne? Ja, ja. Ist jeder, der nicht reingeht und erwartet das Tor? Ne, ich weiß nicht. Aber man muss sagen, er hat mir erwartet Tore und es wäre auch ihm gegönnet, dass es gewonnen. Er hat so viele 1x-Pässe, die eigentlich auch sehr viel reingehen können. Okay. Wie viele, was ist die Winning-Streak, Digga? Stattst du jetzt 6-3? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab dir gesagt, ich mach hier auf jeden Fall was. Cool, wie lange auch Gegner sind. Hey, du standest 6-3. Wie bist du jetzt? 16-3? 15-3. 15-3. Ja, ich mach mal mit den Fingern langsam weh, Alter. Krass. Gutes Training. Für? Zu! Für das Tutorial. Braucht man. Braucht man das. Von 6-3 auf ein 15-3 ist stabil. Ja. Das ist doch der Playstation 4-Version ist ja noch nicht verloren. Ja. Ist das auf 1, oder? Ne. Das 3-Jährige von PS5 gehabt. Sicher. Ganz sicher, ja. Initialisiert. Ja. Sehr gut. Schiff Strobel geht gleich los, gell? Oh, hat der ein Kack-Team. Das würde ich... Obwohl... Alles Gold. Only Gold, Schiff Strobel, das ist dein Team. Das ist ja gut. Über das Scheiß-Team. Kante. Van Dijk und Varane, was laberst du? Der Sterling, Digga. Das ist Only Gold. Wer ist der Stürmer da? Das ist Lorente, glaub ich. Der ist doch scheiße, Digga. Ja. Der hat nur 96 Team Chemie. Der ist doch voll scheiße, der Typ. Ich weiß auch nicht, ob er mit 96 Team Chemie spielt. Was ist das? Der wechselt bestimmt jetzt noch irgendjemand ein. Lorente hat so gute Stealth wie ich hole. Wie viel kostet der? Nichts. Kannst du dir auch holen? Echt jetzt? Ja. Wie viel kostet Lorente, Chad? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht so teuer ist, oder? Ich guck mal kurz. Komm, ich guck mal kurz selber. Okay, doch. Boah, nicht so teuer, gell. Ich dachte, er ist billiger. 73.000. Ich dachte, er ist billiger. Krass, okay. Ich hab fast nix, gell. Ist fast nix. Dein Geld. Attila Fifa heißt der schon. Wenn du Attila Fifa dich nennst, dann hast du deinen PSL nur für ein Game dedicated. Scheiße, Alter. Doppel. Ja, Doppel-Code-Batzen. Und dann kannst du die Ender mal auch etwas machen können. Ich quieres es scalable. Ich habe nichts getan. Schöentlich. Der Foto-Programm war als gebt. Ich war sehr auf die Çünkü-Ad für die Hubertik. flower-Programm sind gesetzt und bin Corporation FM Preparing. Ich drück doch Dreieck, Roberto, was ist das denn, Alter? Dann hängen die auf, auch da hinterher zu laufen, einfach. Wenn du jetzt machst, haben wir den krassesten Reward? Ja. Schöner Ball. MVP ist so mächtig gut, wenn man nicht gut spielen kann. Ich hätte glaube ich lupfen sollen. Tor ist weit draußen, auf keinen Fall den Ecken wie immer machen. Auf keinen Fall, der nimmt einfach den Ecken. Tor ist der, scheiße. Fuck! Ist der gut? Der, es geht. Ich weiß noch nicht, warum genau durch den Ball direkt passt. Kommt, der kommt da rein. Hab nichts gemacht. Ja, ich weiß, aber der läuft, der ist einfach abgetrallt. Find ich witzig. Ich hasse diese Pässe. Ich will doch einfach nur normal auf Messi spielen. Nicht irgendwie in den Lauf oder so. Ich hab einfach normalen X-Pass nach unten gedrückt. Das sind nur eine absoluten Hass-X-Pässe. Oder die Pässe, die wir beim Gegner landen, obwohl ich die eigentlich schon abgefangen hab. Kommt man aber auch nicht durch. Was ist das? Scheiße, ich muss dich den Montag wieder nach Hamburg nehmen? Mhm. Dann laberst du mich die ganze Zeit voll im Auto. Entschuldig. Sechs Stunden mit dir in der Karre. Guck mal. Das findet der Gegner auch richtig da. Das kann nicht passieren. Mhm. Ja. Oh. Schön. Schön. Wunderschön. Scheiße. Absatz. Okay. Okay. Ja, spielt gut. Oh Gott. Ey, Rullet. Was sind das für Pässe, Mann. Scheiß-Pässe. Er muss, guck mal, er muss den Ball nur ein bisschen so gerade spielen, aber die spielen immer so weit nach hinten. Das versteh ich nicht. Ich find's auch übel witzig. Ja. Du hast so ein FIFA einfach beim Einwurf. Null. Dings hast du. Was ist das? Ey. Schöner Pass. Schön. Oh mein Gott. Also, keine Ahnung, der wär jetzt. Der wär reingegangen. Ja, der wär reingegangen, aber auch der Typ ist auch im Krankenhaus. Wenn der einen Ball mit 150 kmh im Kopf kriegt. Ein Ball wiegt nicht so viel. Der mit dem Fuß. Bro, der mit dem Fuß. Der mit dem Fuß. Sicher? Ja, das ist Van Dijk. Das sah so aus, als hätte den voll in die Fresse gebracht. Nein, das sah mit dem Fuß. Hat der ihn abgebräut. Fuck. Ganz außen. Wo läuft Dings hin? Ganz böse. Ich hab geschoben. Oh. Der hat sogar vorbeigeschossen, aber ich hab auch geschoben in die Richtung. Der hat vorbeigeschossen. Aber hast du gesehen, wo Blank hingerannt ist? LeBlank? Ja. Ey. Oh. Oh. Ich schulde, Gynoda fuck mich so ab. Oh nochmal. Was? Das ist ja da einfach so lächerlich. Siehst du? Du fährst das Maldini perfekt zu. Ja, aber guck mal. Bei mir geht der halt nicht rein, beim geht der rein. Das ist halt fucking lächerlich. Aber er passt auch schon wieder. Ich weiß nicht, warum Gynoda da wegrennt. Das ist lächerlich. Egal. Du brauchst nur noch einen Sieg aus wie vielen Games? Zwei. Du musst ein von zwei Games gewinnen. Easy. Kein Stress für dich. Das oder das nicht. Einfach gewinnen. Du hast jetzt nur die zwei miteinander verlieren, aber das machst du auch nicht. Du bist ja ungeschlagen auf der PS4. Du hast noch nie ein Game verloren auf der PS4-Version mit dem Team. Mit diesem Team in Bonn. Ja. Nee. Ja, aber ich weiß nicht. Ich wollte es so lächerlich machen. Weil du immer so... Das ist doch so ein Witz. Erwartete Tore. Ja, ey. Hör auf. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ey, Romain, ich habe jetzt in den letzten vier Spielen jedes Mal Pfosten gehittet, ne? Ja. Es kann nicht sein, dass diese Nutten-Söhne alle so viel Glück immer haben, Alter. Okay, wenn du aufmachst, muss ich doch noch eine Story machen. Das ist so schwer. Weil da übel die Soße drin ist. Guck doch mal. Das ist so ein Hurensohn, ich schwöre dir sogar. Die hast du nicht aufgemacht? Bro, das ist übel schwer. Du musst das mit dem Schraubenzieher und so machen. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Die Dose ist richtig zu. Weil das die Halloween-Edition ist. Fucking Sohn an der Hure, Alter. Ja, okay. Das können wir hier aufmachen. Fuck mich schon wieder so ab. Das ist so lächerlich, Alter. Wir stellen das jetzt hier über uns auf. Easy coming für dich. Lenk dich jetzt weniger ab. Okay? Mhm. Foul. Kein Foul. Okay. Wenn du ruhig bleibst, hutz den. Du wirst besser als er. Okay, Bro. Das juckt halt nicht. Das ist halt FIFA. Guck! Ich stell dir den Spieler nur zu! Das ist so lächerlich, Alter, wie man immer so viel Glück haben kann als schlechter Spieler. Weil die so sauer sind. Hast du, hast du, hast du. Ja, das kann ja wohl nicht sein. Der fucking Varan von ihm. Tacklet mich im Strafraum weg. Ich flieg weg. Nichts. Ich drück nur Kreis. Der Ball prallt er mir ab. Elf Meter. Aber er ist ne 41, dann geht noch was. Junge, es ist halt lächerlich. Würde einfach dieser Postball reingehen, würde jetzt 1-1 stehen. Alles wär cool. Nein. Wenn wir hier. Übelsten Vollversager. Sacken wieder bei EA einfach rein. Und kassieren wieder den Lack des Grauens, Alter. Komm, mach nochmal Elf Meter einfach. Geh auch zu, dass er besser ist. Ja, klar ist er besser. Ist besser. Der ist so viel besser, Junge. So viel besser ist der Junge. Der ist ein Scheißdreck, Alter. So nämlich. Wir haben beide 4 Schüsse. Aber er hat 3 reingemacht. Ach Junge. Scheiß drauf, Digga. Da ist so viel PP-Gas im Chat. Ja. Ach. Boah, stinkt das? Ne, das ist ganz krass. Packst du mal rein? Ne, überhaupt nicht. Echt, bist du bescheuert? Sag mal. Geruchsneutral? Das ist nicht geruchsneutral. Das ist echt geruchsneutral. Deine Nase ist kaputt. Das ist eine Allergie. Wie mache ich das jetzt auf? Verzuch mal einfach die extra. Boah, der hat hier doch was mitgesammelt dafür. Ganz schön. Boah, da hat er sie mitgesammelt. Du brauchst auch den Schraubenzieher, ne? Hab ich, hab ich. Jetzt kriegst du den Deckel nicht auf. Was heißt RT? RT? Wieso? Katze. Real Talk, ich wusste es. Geht dir der Scheiß auf? Hilf mir mal kurz. Wo soll das denn draufgehen? Wo soll das denn draufgehen? Sag mal kurz. Ist das gedreht? Das ist ja so ekelhaft. Muss ich's drehen? Muss ich jetzt Schraubenschlüssel machen? Ja, aber wo muss ich die Schraubenschlüssel machen? Ist das denn auf der anderen Seite da drauf? Nee, das lipscht alles. Das ist ja hänglich. Da zählt was raus. Nichts braunes Wasser. Oh, das ist übel. Die sind so öffnet. Die sind offen. Nein, die sind nicht offen. Nein, sind sie nicht. Da ist braunes Wasser drin. Wie krieg ich das da jetzt raus? Wann war hier auch braunes Wasser drin? Was? Braunes Wasser? Braunes Wasser? In der Box? Nee. Aber ich weiß nicht. Sie sind aufgegangen und ausgelaufen. Nee, scheiße. Nein, sind sie nicht. Da war irgendwas braunes letztens. Was machen wir jetzt damit? Aufhebel mit der Garde hier. Aufhebel. Mach doch. Komm, lieber du. Los, dann schon. Geht's. Okay, wir müssen aufs letzte Game gehen, Chat. Das werde ich nicht mehr gewinnen. 3-0 werde ich nicht mehr aufholen gegen den. Schraubenschlüssel. Kraft einfach mal. Du kriegst das gar nicht rein, keine. Kraft. Ja. Komm. Was ist das? Was tust du? Ja, ich verstehe. Mach mal richtig tief ein und die Kraft dann. Dann haben wir die Kraft. Ich würde tiefer rein gehen, dass du den auch auflösst. Der ist mit Kraft noch tiefer. Ich schwöre, du brauchst immer noch die Schraubenzieher. Keine Ahnung wie. Mach du doch, mach du doch. Komm. Da gibt's noch Handschuhe, oder? Hier sind noch ein paar Handschuhe. Komm. Nimm ein anderes Handschuhe. Mach du bitte. Ich weiß nicht wie viel. Du musst das aufhebeln. Wie aufhebeln? Du mal Wichser. Hättest du einen Schraub? Da reinstecken. Ich steck dir erstmal tiefer rein. Das ist doch viel geiler. Ich habe hier so viel reingesteckt, Leute. Das ist doch gar nichts hier. Das sind 2, 3 Zentimeter. Das kann doch gar nicht funktionieren. Du kannst doch komplett richtig kommen, mit dem Anschlag den ganzen Schaft. Alter, wenn das nicht runterfällt und alles versaut am Boden. Meins einfach. Steck das doch mal viel tiefer rein. Das ist ein bisschen nur an der Oberfläche. Da merkt man doch gar nichts. Das kann ich nicht mehr angucken. Oh Gott, das ist peinlich. Da kommt das Fazitüberzeug raus. Wie ist das? Achso, V gibt es nicht mehr? Achso, okay. Bei mir gibt es Instant Elfmeter, wenn ich den Ball nur berühre. Achso, okay. Freistoß, hast du gesehen? Ronaldo wird einfach umgehauen. Juckt ja nicht, ne? Alles gut. Achso. Nicht mit den stabilsten... Wenn du das Ding gesagt hast, ist Mental Reset nächstes Game. Alles cool. Pech Game war klar davon. Wussten wir doch. Oder nicht? Wussten wir es oder nicht? Also ein paar. Wussten wir es oder nicht? Trotzdem. Warum hast du hier so viel Krautabak? Haltest du dir das weg? Wo ist Krautabak? Zeig. Zeig. Ich kann es nicht damit zeigen. Guck mal hier. Geh doch weg. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg, Digga. Ist doch scheiter, Alter. Scheiss Krautabak sind, Alter. Wer ballert sich so'n Scheiß? Ohhhh. Ohhhh. Das war ein Gewaltschuss. Ohhhh. Junge. 3-2 schon? Ja. 3-1? Nein. Ist das das Comeback des Jahres? Wenn du jetzt gewinnst, sind das die Turbo Rewards, ne? Hätte er nicht den lächerlichen Elfmeter bekommen, würde es zwingend 2-2 stehen. Das hat er so verloren, weil er Tilafik hat. Nein, nein, nein. Hätte er diesen lächerlichen Elfmeter nicht bekommen, wäre es ja auch schon vorbei. Mal guck, die haben wir ja jetzt spielt einfach. Ohhhh. Darf die das? Nö. Darf's nicht. Ohhhh. Nö. Mit dem genervtesten Hund hat er je gehört. Ey, ich schwirr. Nein, Chat. Ey, nein, der Flap hier. Ist's offen? Nee. Gar nicht offen. Omatra öffnet seit 18.30 Uhr die Chips. Es ist gleich um 2.30 Uhr Zeitbestellung. Hab's offen? Komm her und sing. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ich hab sie vorhin so einen Traum trocken lassen. Das kann doch nicht sein. Ey, ist Viera irgendwie dumm oder so, Chat? Ey, diese besseren Viera sind so schlimm. Komm schon. Oh mein Gott. Ja, dann puße doch da rein. Oder mach nicht auf. Wie hinkst du das? Kein Hinkst. Ich fasse das von zwei an. Ich bin da. Das sind Apfelchips. Ja, das sind Apfel-Zitronenchips. Muss jetzt sehr offensiv spielen, ne? Das sind Powerchips. Alles oder nix, Chat. Schimpf, die sich keiner traut. Von der reine von unten ist egal. Ich hab für halbe Stunde die Finger aufgemacht. Für Apfel-Zitronenchips. Ich hab doch gesagt, die schmecken eventuell nicht. Und wenn sie nicht schmecken, wofür sie dir unter der Passe tut? Und? Oh Gott. Chips, die sich keiner traut. Schmecken sie? Geh nicht rein. Ich mach's nicht, Chat. Abseits. Oh Gott, warum ist der da so frei? Seht ihr jetzt? Tor. Boah, ey. Was macht denn Torwart, Bro? Was macht denn Torwart? Ist durch. Ist durch. Ich weiß nicht, der Torwart, äh, äh, Dings kickt den Ball einfach nicht. Ich wollte es einfach schneller. Unlucky. Hätte ich den Elfmeter nicht bekommen. Da hätten wir jetzt nicht sehr offensiv spielen müssen. Dann wäre das Game auch anders ausgegangen. Oder wenn er einfach der Pfostentreffer reingeht. Ja, sein Torwart hält auch alles, ne? Mit dem Fuß hält er den. Guck's dir an. Das ist schon wieder die Lächerlichkeit in Person, der Typ. Und weg damit mit dem Ball. Ja, ist eh verdorn. Mach Pressing an. Ist doch egal, Bro. Es steht 4-2. Es steht 4-2, Bro. Dann ist er noch. Jetzt ist noch minus 1 in die Folie auf Dörren. Also das muss ich sagen, hätte ich auch gewinnen können gegen den Typ. Also wirklich dieses Elfmeter-Tor. Ist mit eines der lächerlichsten gewesen von allen. Okay, der fucking Buster gibt einfach einen Elfmeter. Obwohl ich mit Marlene einfach nur Kreis drücke. Der steht nur so da. Nix. Unlucky. Okay, das letzte Buster gewinnen geht alles aufs letzte Game, ne? Oh mein Gott. 15-4, ne? Egal, das war das allererste Game, was du auf der Playstation 4 verloren hast. Du hast es noch nie verloren. Ach wie, ne? Hä? Aber auch wie, ne? Ekelhaft. Aber jetzt ist Mental Reset schon. Stopp mal, noch nicht stark. Ja, ja. Ist es, ist es, ist es. Wie? Immer wenn man sagt, ist es, ist es, ist nicht Mental Reset. Ist alles gut. Krieg was hin. Ist Mental Reset komplett? Erzählst du den Leuten Sachen Gag? Erzähl was von Heather. Was hast du dir geschickt? Was hast du mir geschickt? Was hast du dir geschickt? Was hast du dir geschickt, musst du sagen? Sag's dem Chat. Geiles Video. Loser ist aber eine Legende, das ist geil. Lieber eine Legende als ein Loser. Hä, warum rennt der nicht? Ist gestunt. Ist fertig schon. Ja, Genohler. Ja, also, wow. Boah. Das ist alles entscheidende Geld für die Turbo Rewards, ne? Wenn du das Ding gewinnst, dann gibt es die Turbo Rewards. Das ist die besten Rewards, die es gibt. Stimmt's? Oder 20-0 bessere? Nö. 16 ist das Maximum. Ja, ey, diese Pässe. Ich schwör's dir. Ich raste noch aus. Ich raste wirklich in diesem FIFA einfach noch aus. Wenn die irgendwo hin passen muss. Der ist nicht gut, den hast du. Ist der wirklich nicht gut? Ist der nicht gut? Was hast du denn für eine Scheiße? Der macht so eine hohe Flanke. Foul sogar. Der macht eine hohe Flanke und faule dich dabei. Und dann krieg mal eine Torchance. Was sind das für Pässe? Willst du es mir erklären, Max? Er 1x nach außen zu meinem Außenverteidiger. Und er passt hier einfach straight ins Aus. Willst du noch irgendwas sagen? Als Ikone? Wieso denn Max hat sich die Krone besser? Ja. Ich will ja nicht pushen, aber eine Backpfeife steht noch aus. Nein. Doch, du hast gerade verloren. Ah. Die darf ich wieder geben. Nee, die war schon deine sogar so scheiße. Ja, deswegen darf ich jetzt eine bessere machen. Das kann doch nicht sein, dass ich so geil ab... Ja, Bro. Ist okay. Okay. Aber ich glaube die 1, die Pässe von da, die raften inzwischen auch jede... Ja, musst du aber. Musst du aber. Was willst du von da außen machen? Ja, sie sind schon gut. So gesehen hat der eine doch auch die ganze Zeit gegen mich gespielt. Ja, ja, aber du siehst ja noch, wer da steht. Weißt du, ich meine, oder? Oh, Traum, Traum. Ja, sein... Ist wirklich komplett Mental Reset gewesen? Ja, ja. Weißt du, wo Matra was Heather dir geschickt hat? Nein. Was hat Heather geschickt? Gutes Video. Ein gutes Video? Eben hat er noch gesagt, ein geiles Video. Ein gutes Video von Heather. Was glaubst du, ist in dem guten Video drin, Matra? Wahrscheinlich Katzen. Oder Hunde. Die süß, süße Sachen machen. Walsch. Nicht? Dann weiß ich es nicht. Oh, war super gut. Scheiße, du musst echt an dein Mindset jetzt noch schnell arbeiten. Geil. Das ist aber gut. Das ist doch nicht. Nur der Kretsch-Verlauf. Ich weiß nicht. Also Vieira hasse ich einfach nur für seine Pässe. Wirklich. Der mit die krasseste Fehlpassquote... Ich kann nicht mehr reden. Fehlpassquote bei dir. Bei mir nicht, bei dir nur. Ja oder beim... Ja. Also... Okay. Ein schwacher Pass, oder? Das war ein schwacher Pass. Den Nasch du aber ganz schnell dribbling, ne? Ja. Den gewinnst du. Den hast du. Das sind die besten Rewards. Das sind die besten Rewards. Kucken wir gleich. Das kann halt nicht sein. Messi starker Fuß. Verdient, verdient, verdient. Was hat der Gitterner gemacht gerade? Weiß ich auch nicht. Letztlich sie gegenseitig abgeschossen. Keine Ahnung, ich finde das geil. Der wollte ihm noch einen Erwartungs-Tor geben. Besten Handy-Dibrit hier, what the fuck? Wo, Matra, oder? Nein, nicht meins, das ist Heather. Woher? Matra hat uns schon mal eins. Also, Matra, klar. Wobei, Junge, der den Todes weg ist dann. Ah, shit, Alter. Gegen Ken Bämbe kannst du einfach keine Laufdörle machen. Da holt sich der Bälle auch immer so übel easy ab. Wie ein Dribbling-Nasch-Tor war ganz schön, ne? Oh, mach den. So, wie er aussieht. Geil, Alter. Wenn er ihn macht, ist gut. Oh, Gott. Schön. Was für ein Drecksschuss. 2-0, das ist schon froh. Wir wollen noch zwei Dinger rein. Und dann hab ich ihn kurz spiel. Ey, also das ist ein... Ja, sag es doch bitte. Ein Witz. Das müsste es aber... Kann man... Können wir nicht mal einfach so als Streamer und YouTuber anfangen, solche Sachen zu klippen und EA zu schicken und die sollen dazu einfach mal wirklich ein Statement ab? Die wissen das doch. Die wissen das doch gar nicht. Die kriegen das nicht besser programmiert. Die sind am Limit, Digga. Und wenn sie es könnten, wollen sie es nicht. Ja, die machen doch schon Milliarden. Scheiß auf die Spielfiele. Ja. Alter. Elfmeter. Macht voll Winkelkracher mit Timefinish. Winkelkracher. 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 Winkelkracher bitte. Dann schieß du auch mit Pille. Ja, mach, mach, mach. Ich kann nicht mehr wechseln. Doch. Ne? Das ist ein Bug. Dann Winkelkracher. Winkelkracher. Klar, mach den. Perfect Timefinish, please. Ja. Oh mein, der kann kein Kracher. Den kann er doch gar nicht halten. Geil. 3-0 zur Halbzeit. Komm, gib uns die Turbo-Rewards. Können auch einfach auf. G5 ab, das Game ist durch. Ja. Oh. Geh noch jetzt mal richtig auf im Dribbling. Gib mal Pille und mach mal richtig was am Ball. Oh. Und jetzt. Oh. Schade. Sauber, Alter. Dini gegen Rashford. Und Rashford outpaced ihn. Hallo? Was ist das? Da läuft der in die Haxen. Das kennt man. Oh shit, Alter. Was war das von Rashford, bitte. Der musste irgendwie übelst in die Huse scheißen. Und hab ja geschossen. Locker hat sich ein Spieler schon mal in der Bundesliga-Spielung geschissen am Spiel. Oh. Ja, kennst du Jens Lehmann? Kennst du das in deiner Aktion? Ja. Der ist mal im Spiel hinter die Bande gesprungen. Als er den Dödel ausgepackt hat, hat er in die Bande gepisst. Im Stadion. Kennst du das nicht von Jens Lehmann? Doch, Junge. Jens Lehmann ist ein Zimmer mal im Spiel hinter die Bande und hat einfach hinter die Bande gestrullert. Der konnte nicht mitten im Spiel aufs Klo gehen und musste übel pissen. Hat sich das so hingekniet an seinen Dödel aus. Da waren keine Zuschauer da. Doch. Das ganze Stadion war voll, Junge. Ich glaube, er hat auch dann, ich weiß nicht, der musste Strafe zahlen dafür. Ich bin ein Zimmer mal hinter die Bande gekackt. Vor allem in den Fans. Ja, er hat gestrullert halt, ne? Das gibt auch das, ich weiß nicht, welches Team das war. In Frankreich kennt ihr den Typ, der sich warm macht an der Außenlinie. Ja. Und dann packt er seinen Dödel so halb aus der Hose raus und pisst sich halt, der dehnt sich so. Ja. Geht so runter zum Boden und sein Dödel guckt so ein bisschen raus. Dann macht er sich beim Warm machen, beim Dehnen. Strahlt er einfach aufs Feld. Geil. Darf man das? Nein. Hat er dafür nicht ohne gekriegt? Traum. Traum. Und jetzt nochmal gedreht. Oh. Ich würde noch, ich würde, mach mal mehr Haken gegen den. Der ist unsicher. Der denkt immer, da du schießt, mit Schuss vorteil. Genau, geil. Mehr Haken. Mach mal richtig viele Haken mit Messi und Pelé. Haken. Ja, aber von der Position musst du mit Messi mit links schießen. Ja, okay. Aber auch Pelé den Ball, dann machst du mal viele Haken. Ja, chill. Nee. Ich will noch ein Tor machen, dass das auf jeden Fall safe ist. Der Digga, es ist 3-0 und der spielt wie Arsch, Digga. Chill mal. Mach jetzt Haken. Nee, keine Tricks. Ich rede von Haken. Links, rechts laufen und Sprintboost. Nur links, rechts, Sprintboost. Geil du da drauf bist. Können wir auch jetzt. Ja. Können wir auch einfach. Du darfst die ganze Zeit hier... Ja, echt mal. Du wirst hier immer durchgefüttert und darfst mit den besten Linden der Welt spielen. Gut. Dann brauchst du keine Haken. Das war kein Vor, ne? Jetzt ganz viele Haken. Jetzt Haken. Fang an mit dem Haken. Gut. Noch einen. Wieder zurück. Schön. Noch einen Haken. Linie und lang. Und super. Oh, er schießt daneben. Oh, er hat ihn wieder umgegriffen. Hast du gesehen? Ja. Ohne Ball. Ich glaube, er wird langsam sauer. Ich glaube, er will noch einen Spieler verletzen oder so. Mach Pili oder Messi und noch Haken. Vera kann gerne Haken. Haken? Nee, komm, du kannst besser dribbeln. Du bist in Dribbling-Ligern jetzt. Pack es aus. Pack es auch einfach aus. Haken jetzt. Sauber. War ein Haken zu wenig, glaube ich. Ja. Pass, egal. Das ist so dumm in dem Spiel, oder? Ja, aber es war kein Beabsicht. Jetzt Haken. Haken. Ja, Fang Dijk. Alles ist besser, Mann. Beruhig dich mal. Das ist Fang Dijk, Alter. Gut. Ruhig die Beine durch. Boah, schuld. Okay. Wo ist der schnell? Kein Elber? Hm, versteht auch kein Mensch. Vielleicht keinen Freistoß genommen. Jetzt dribbelt den Typen doch nochmal tot. Wie vorhin mit Pili, diese fünf Haken. Kinola kann ja gar nichts. Nee, ach nee, das macht man doch nicht. Sonst bringt Maradona, mach damit Haken. Wieso ist denn sein fucking Dembélé so schnell? So eine Unlobschke. Hakenbringer bringt es jetzt rein. Maradona. Maradona. Christian Ronaldo. Aber Ronaldo kann auch keine Haken. Ja, aber der ist einfach nur da, um abzufeuern. Genau. Versteht Romatra nicht. Um abzufeuern. Tore machen. Um abzufeuern. Zu Wursten. Haken jetzt, ne? Haken und trinken. Versuch mal ein Bestes. Effektiv. Wie vorhin mit Pili. Da hast du ja völlig auseinandergenommen, ne? Ja, vorn. Was wissen wir? Wir wissen, dass du es kannst. Das hast du ja schon öffnet gemacht, doch. Oh Gott, was? Ich kann ja nicht mehr wechseln. Wie findest du Ginola? Na, ich habe mich doch nicht überzeugt. Aber alle sagen, man spielt den eigentlich im Sturm. Aber wenn das ja so stets ist, wenn von allen so gelobt wird, fand ich jetzt, dass er nicht so heftig ist. Wer hat dich am meisten überrascht? Positiv aus meinem Team? Pelé. Pelé mit Abstand. Stimmt. Aber ich muss sagen, MRP auch sehr geil, ja. Aber ich finde auch, dass sich Maradona sehr, sehr geil spielen lässt. Also, weil ich ihn angewechselt habe. Ja. Und Sechser auf jeden Fall, was sehr, sehr geil ist mit Kopfball ist, Rullet. Passspiele fällt mir nicht so von ihm. Und Maldini halt in der Verteidigung, sehr, sehr geil. Und der Kleine, Roberto Carlos? Auch geil. Roberto Carlos und Carlos Alberto. Alberto Roberto. Wechselt immer wieder. Gut, noch einen Haken. Ich wollte eigentlich noch einen Haken nach unten und dann schließen. Ich würde gleich so viele Tricks machen. Ich würde einfach Haken, Haken. Ja, es ist doch langweilig, noch Haken zu schlagen. Nö, wenn es geil aussieht, dann. Ja, das von vorhin an das Tor mache ich auch einmal in einer Weekend League, wenn überhaupt. Ja, deswegen machst du zwei dieser. Dann hast du eine Püte. Du kannst auch mal Schussvertäuschung in diesem Stand und dann lag Kroketter. Das kannst du nur du. Das kann ich nicht. Echt? Den kannst du nicht. So viel zum Thema Christian Ronaldo. Du kannst keinen Haken. Das war perfekt. Ja, war aber nicht so richtig gehakt. Ja, das war ein Prelieber. Einvon geiler. Das ist ja nicht aufgegeben, Mann. Rot. Okay. Alles klar. Mit Gelb hinten in die Beine. So richtig rein geht es ein. Ja, mach mal einen Tod von dem. Einmal ein Exektiere. Max, als Trainer, ja, jetzt bring ihn um. Gib irgendjemand den Ball, dann wieder rundet aus und kriegst ihm so richtig hinten rein. Ja, ich will gar nicht. Ohne Witz, was die Schiris hier am FIFA-Foen, das ist nicht witzig. Du könntest ein kleines Taschenmesser dabei haben, lässt du dir ins Beinrahmen und dann würdest du dich abpfeifen. Das ist auch so ein Vorteil. Vorteil, Vorteil. Weiterspielen. Oh, Mann. Komm, Attacke. Von wem bist du enttäuscht? Na, gar nicht so. Der ist schon geil, wenn er den Ball hat, aber ich muss sagen, von Vieira ein bisschen. Vieira, der holt die meisten Bälle heute. Mann, ich weiß nicht, warum du nicht mehr Hackenmaradona machst. Das ist doch langweilig. Das ist doch ein Scheißtor. Das war Abseits. Oh Gott. Du bist jetzt noch 10 Minuten. Komm schon. Ja, komm, versuch ich noch. Du kannst das doch. Ich würde das viermal nicht so gut FIFA spielen können wie du. Warum lachst du? Das wäre so eine Kunst. Ja, klar. Jetzt würde ich ihn noch ein paar Mal vernaschen. Noch mal nach innen. Noch mal nach aus. Noch mal nach innen. Immer wieder. Keine Ausdauer. Mit anderen Spielen, die Ausdauer hat. Ja, das würde ich die ganze Zeit machen. Hätte aufgegeben. Ja, ihr könnt auch einfach lieben, Junge. Das ist ja einfach ein Leave. Was ist denn? Wer nicht liebt. Doch. Echt? Doch, doch, das ist der Controller. Der hat die Controller weggelegt. Ja, er hat so noch Dings an, das ist ja halt so. Automatisch so dumm scheiß machen. Und ein paar Haken wieder. Nacken rein. Oh. Ich wollte eigentlich Nacken machen. Nach oben. Ich hoffe, dass sich das rentiert, ne? Für die Rewards. Ich habe so gleich Bock, hier aufzumachen. Was sind die Rewards? Sind die geil, die 16-Siege-Rewards? Ist das das Beste, was du bekommen kannst, wenn du? Du bist kein Tor, mein Freund. Mein Freund. Oh. Oh. Da war es besser. Nur richtig fett, das machst du noch ein Ding. Noch ein Tor? Das ist das andere von denen. Ich finde immer noch den Vorschlag getötet. Geil. Cool. Cool. Komm hier, Ronaldo, du hast noch kein Tor. Boah, Junge. Das wollte eigentlich, der wollte grätschen. Zack, zack. Oh, Maradona liegt, Elfmeter. Versuch ihn reinzumachen. Versuch ihn reinzumachen, mit links muss, der kann das. Perspektive wechseln. Wie machen wir das nochmal? L3 oder L2 rein? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht nicht aus der Position. Ich will es. Das Ziel einfach mit diesem Punkt da aufs Tor. Das geht nicht. Das kannst du nicht mit dem. Hä? Und schießen direkt. Schießen! Der pfeift ab. Mit links. Mit mir rein. Was? Wieso? Wieso pfeift der ab? Im Schuss? Überleg mal, als hätte es hier wieder so 2-2 gestoppt. 2-2 bei Elfmeter schießen. Alter, richtig guck, mach die Rewards auf jetzt. Lass mich auch einfach aufmachen. Junge, ich hab richtig jetzt. Ich will nicht alle aufmachen, aber du darfst auch was aufmachen, aber lass gleich gucken. Lass mich 2 aufmachen und das 1 aufmachen hier, wenigstens. Das ist das? Das sind die Rewards? Nein, das sind die Red Picks. Okay. Du machst 2 Red Picks. Komm, gib einmal Salah. Gönn Salah. Nimm Co-Pick. Okay, nimm ich den. Wieso? Weil der witzig klingt, aber da brauch ich den. Umar hat gerade eine komplette Chips ausgekippt und da sind nicht irgendwelche Chips. Oh. Der ist krass. Ja, hab ich. Also, den hab ich ja schon mit. Ich bin... So. Salah ist das Beste? Ja, du bist das Zweitbeste, Upa. Upa ist das Zweitbeste, weil ich bin Salah. Den hab ich auch. Oh, krasser. Der ist auch der Drittbeste. Okay, krasser. Er ist auch krass. Okay. Jetzt gucken, was ich an Dings bekommen. An Packs. Können wir jetzt mal schauen. Auf dem Menü. So, lass mal kurz gucken, wie wir das aufteilen. Also, was ist das? Nee, das ist es nicht. Das ist einmal das Team of the Weed Pack. Wir kriegen zwei. Okay. Und ein ultimatives Pack. Was war's? Das sind die drei, ja. Okay, dann lass mich wenigstens das ein Team of the Weed Pack. Dann von mir aus das Leidner. Okay, du machst als erstes auf. Nein, du hältst doch die Fresse. Was hältst du eigentlich? Ihr seid hier. Ihr hättet gar nicht mehr. Und Salah. Komm schon, Salah. Salah. Lass das nicht irrt. Nein. Nein, Spanien. Oh Gott. Scheiße, Respekt. Fuck. Ultimatives Pack ist das teuerste Pack, was du bekommen kannst, ne? Ist das 100.000 Pack? 125.000. Boah. 125.000. Das ist das teuerste. Bleib, ist der Strobel, hä? Komm her. Der muss mit Händerschreiben. Zuerst das oder zuerst das Ultimative? Mach das das Billige. Zuerst das Team of the Week? Ja. Alter, ich habe einfach 16 Siege geschafft. Handy weg. Ich höre das doch. Was ist das? Da laufen Videos. Ja, ich habe mir große TikTok an. Du guckst dir einen TikTok an, während wir das... Du hast gerade sieben Stunden für diese Packs gesweatet. Ja, mach auf. Salah. Ja? Handy weg. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Ausmachen. Auf dem Boden. Geh mir die SIM-Karte rein. Nein, mach jetzt. Wie kannst du einfach ans Handy? Ich streamst du so? Salah. Salah. Scheiße. Dafür hast du gesweatet. Für die hast du gesweatet, Digga. Krass, Alter. Hat sich gar nicht gelohnt. Kope wieder her. Scheiße. Ey, Junge. Also, jetzt wenigstens einmal antworten. Mit wem machen? Ah, wem antwortet er? Was glaubst du? Alter. Weißt du, gell? Klar, ne? Das ist insane, oder? So streamt der. Ich glaube, wenn der streamt, macht der das. Was? Machst du aber hier auf dem Stream, Digga? Was? Das stört ihn nicht. Das ist so krank, Alter. Guck mal. Das rumjubbt ihn einfach nicht. Alle, alle haben nur auf diesem Moment gekauft. Da habe ich schon mal in meinem Leben ein ultimatives Pack aufgemacht. Ja. Wann? Im FIFA 21. Ja, aber noch nicht in diesem FIFA. Achso, nee. Das kannst du noch gar nicht aufhören. Jetzt mach. Ich habe es weggelegt. Okay, wenn du kein Workout ziehst, dann bist du der größte Versager, Junge. Ein 125.000... Ich mache mich schon mal bereit für ein Zoom-Tour-Jubel. 125.000. Warte, ich habe noch gar nicht meine Sachen gegessen. 125.000... Die sind kalt. Ich weiß noch. Wie kannst du denn Sachen vergessen haben? Ich habe gesehen, ich habe nur gezockt. Oh, ich mache es mir kalt, egal. Na? Digga, der hat seine Mozzarella-Slicks vier Stunden vergessen. Ja, der hat für 15 Euro Mozzarella-Slicks bestellt und sie alle vergessen. Hast du die noch kalt? Ja, ist klar. Willst du einen? Ich will das Pack aufmachen, Digga. Mach. Digga, was ist los? Wie kannst du das? Der rafft es nicht, der rafft es nicht. Mach auf einfach, komm scheiß auf den. Nein. Wir warten jetzt, bis der Strubel alles, was er an seinen Händen hat, weggelegt hat und sich wieder dahin setzt und wir öffnen dieses Pack. Der schafft es, geht dann 10 Minuten ans Handy und ist dann 10 Minuten und kommt nicht. Guck mal, alle haben sieben Stunden lang nur da drauf. Ich kann einen Jubel machen. Ja, du wirst keinen Jubel machen müssen. Also es ist das ultimative Pack, es ist das beste Pack, was es gibt. 25 Euro kostet es, 125.000 Münzen, wir machen es auf. Trash. Alle drei auf einmal? Alle drei auf einmal. Oh, das ist das Ding. Der sieht aus wie Foden, hä? Der sieht aus wie Foden. Ach, Digga, Chef Strubel, das ist doch richtige Drecks-Revards. Zeig mal, oh Gott. Was ist das denn, Junge? Die sind alle scheiße. Oh, das sind alle scheiße. Das sind meine 25 Hassspieler, ich habe sie alle auf einmal gezogen. Oh mein Gott. Das kann nicht sein, Alter, das ist nix. Junge, das ist, das würdest du Ritze im Arsch haben. Alter, ich fasse es nix. Das, das ist die Belohnung für, das ist die Belohnung für 16 Siege in der Weekend League. Ein 6000-Coin-Spieler. Das Pack? Allein kostet 25 Euro. Also wirklich Loser. Loser, wer Packs kauft. Loser, eigentlich Loser, wer dieses Spiel spielt. Werden jetzt Frust-Packs geöffnet. Ey, Romantra. Ja. Ich muss auch rein und wieder spielen. Fick dich. Ich muss wieder echt noch spielen, kann ich mit. Ja, aber fick dich trotzdem. Ey, geh irgendwie live, ich will dich dann hosten. Ich muss noch eine Stunde Autofahr. Was für eine Dreckskacke. Der ist doch hier. Der ist am Arsch, Digga. Ich bin nicht. Richtig, 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 richtig geiles Superstar. Ich muss euch sagen, Romantra hat echt eine geile Wohnung. Ja, Romantra, der ist extrem geile. Der wohnt einfach wie ein König. Na halt, spannt euch. Nee, ist schon so. Der wohnt schon wie ein König. Stimmt, du hast insgesamt 90k bekommen, dafür, dass du 16 Siege gemacht hast. Ja. 90k. 90k für 16 Siege. Das ist nichts. Das ist nothing. Ich gehe schon einfach auf meinem Account. Ich kann mich natürlich auch auf der PS5 auch anmelden, oder? Ja. Und dann die PS4-Version spielen, oder? Ja. Na also. 800k-Coins direkt von den Rewards. Okay, dann 200.000 Coins hast du gemacht. Das ist trotzdem nichts. Das ist nothing. Das müsstest du... Das ist das Schlechteste, was geht. 200.000 Coins. Oh, Wardour. Wer ist es? Sancho. Mach es Sancho. Anderer. Gibt's. Aber gut, das gespielt, Chef Strubel. 20-0 ist es nicht geworden, aber die meisten Rewards... Sports. Wie süchtig das ist mein Account. Ja, Chef Strubel, willst du noch weiter streamen und ich hoste dich? Wäre geil, wenn ich darf. Heute Nacht ist eh Reset. Ja, dann mach mal aus. Melde mich auch mal ab bei meiner Playstation und so. Ich weiß nicht, wie das geht. Das musst du jetzt tun machen. Ja, ja, aber ich finde, ich brauche die Controller, dass ich mich abnehmen kann. Bord. Nichts Bord soll ich skippen, Digga. Wofür öffnest du denn? Für nichts, Alter. Ich werde dein Geld wegziehen. Du schläfst jetzt noch deine Weekend League mit deinem Team. Du hast auch 16 Sieg. Boah, das ist doch nervig. Das ist doch anstrengend. Da musst du noch mal jetzt gleich schläfst. Mit deinem Team. Wie kann man hier die Szene wechseln? Auf was? Geht deine scheiß Fullcam? Ja, genau. Das ist eine Fullcam jetzt. Sicher? Ja. Aber man sieht doch noch das Game. Wo sieht man das Game? Wo sieht man das Game? Wo sieht man es? Hier, in diesem Bereich. Wo? Chat, seht ihr hier das Gameplay noch? Nein, wieso denn? Du bist so dumm. Ich bin so sauer. Warum soll man in diesem Bereich das Gameplay? Du bist so geil, Alter. Es sind einfach jetzt viel mehr Zuschauer als zwei und nachts. Was machen die? Das sind's, wenn die anderen weggehen. Du kriegst noch eine Backpfeife von mir. So, komm her. Wollen wir das in meinem Team? Ob wir das auch bemerken? Nein, nein, die kriegst du noch hier, die Backpfeife. Komm her. Eine letzte Backpfeife. Die habe ich jetzt auch Lust hier zu geben. Ich habe da Spaß dran. Aber war es nicht mehr peinlich, ne? Ne, ich gebe dem jetzt eine richtige. So, das war vorhin gar nichts, der hat sich vorhin nie Energie gespeichert. So, hier bist du bereit, die sind doch noch ein bisschen eklig von den Gyms. Ich kann auch nicht sagen, ich sei so eine richtig eklige Backpfeife. So, ist gut. Das ist hier zu schwach, Digga. Das war ja nur geklatscht. Lachen wir mal nicht, deine war um zu stark, du Dixer. Das ist doch voll. Ich habe euch beide nicht übertrieben, wie Frank. Was? Wenn das zu schwach gewesen ist. Ich habe dir steigsteckte Spiele erspielt. Wenn das was, ist das hier? Zu schwach. Was? Aber es ist ein geklatscht, es ist kein Ruhe, es ist, Digga, du machst, warte, guck mal hier. Das ist, da ist kein, da ist kein, es ist kein. Der war lauter. Ja, aber es ist geklatscht, das ist nicht, das geht nicht weiter. Okay, komm, leg weg. Du kriegst den jetzt, scheiß drauf. Ich mache. Ja. Guck dir, die Kamera ist der Strubel. Ja, guck dir, die Kamera. Sieht man das gut? Ja, sieht man gut. Boah, du hast ihn voll aufs Ohr geschlagen. Du hast ihn zwei mal aufs Ohr geschlagen. Nein, ja, die haben wir auch, die lieben jetzt auch einfach. War die zu fest? Nein, ich habe gerade einen Tinnitus, den du aufs Ohr gehauen hast. Ich habe die eigentlich nicht aufs Ohr gehauen. Wieso schlagt ihr euch gegenseitig aufs Ohr? Ihr seid solche Falschen. Ich schwöre, ich habe das. Ihr seid solche Loser. Ihr haut euch gegenseitig. Warst du fest? Ihr haut euch immer nur gegenseitig aufs Ohr, ist doch scheiße.